Nalini Singh, Gilde der Jäger, Engelskrieger, ins Deutsche übertragen von Cornelia Röser, gelesen von Elena Wilms. Vor Isis »Papa! Papa!« Uff, Misha! Er fing seinen Sohn auf, als der aufgeregte kleine Junge den verwilderten Pfad hinuntergerannt kam, hielt ihn auf dem Arm, der von der Arbeit auf den Feldern braun, voller Narben und muskulös war, und sagte, »Womit hat Mama dich denn gefüttert?« Ein glücksendes Lachen seines Sohnes, in dem sicheren Wissen, dass sein Vater ihn nicht fallen lassen würde. »Hast du mir was Süßes mitgebracht?« »Och, ich hab auf dem Nachhauseweg Hunger bekommen,« neckte er ihn. »Ich fürchte, ich hab es selbst gegessen.« Mishas Stirn legte sich in Falten. Seine dunklen Augen blickten aufmerksam, und dann lachte er wieder, ein unbändiges, tiefes Lachen für einen solch kleinen Jungen. »Ach, Papa!« Er durchsuchte die Hemdtaschen seines Vaters und stieß ein triumphierendes Gebrüll aus, als er das kleine, eingewickelte Päckchen fand. Über die Freude seines Sohnes lächelnd sah er auf und erblickte sie in der Tür. Seine Gemahlin. Mit ihrer neugeborenen Tochter auf dem Arm. Beinahe schmerzhaft zog sich sein Herz zusammen. Manchmal hatte er das Gefühl, sich dafür schämen zu müssen, seine Frau und seine Kinder so sehr zu lieben, dass die wenigen Tage, an denen er auf die Märkte der Umgebung musste, zu einer Qual wurden. Aber dann wieder fand er seine Liebe genau richtig. Wenn andere Männer sich über ihre Ehefrauen beschwerten, lächelte er nur und dachte an die Frau mit den schräg stehenden Augen und dem großen Mund, die auf ihn wartete. Ingrid mochte ihren Mund nicht. Sie wollte einen kleinen Amorbogen wie die Nachbarsfrau auf der anderen Seite der Felder. Aber er liebte ihr Lächeln, liebte den schiefen Vorderzahn und die Art, wie sie zu lispeln begann, wenn er sie überredete, zu viel von dem weißen Feuer zu trinken, das der Sohn dieser Nachbarin braute. Jetzt stellte er seine Tasche vor der Tür ab und legte die Hand an ihre Wange. Sei gegrüßt, meine Gemahlin. Du hast mir gefehlt, Dimitri. Auf dem Betonpier hockend, der nur vom matten, gelben Licht einer flackernden Straßenlaterne beleuchtet wurde, griff Dimitri in das feuchte Haar des toten Mannes, um den abgetrennten Kopf zu sich umzudrehen. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, Handschuhe anzuziehen. Elena hätte diesen Verstoß gegen die ordnungsgemäße forensische Vorgehensweise sicher nicht gebilligt, dachte er. Doch die Jägerin war zurzeit in Japan und würde die nächsten drei Tage nicht in die Stadt zurückkehren. Der Kopf des Opfers war mit groben Schnitten von seinem Körper, den man bisher noch nicht gefunden hatte, abgetrennt worden. Die Waffe war vermutlich eine Art kleine Axt. Keine saubere Arbeit, aber erfolgreich. Die Haut, die zu Lebzeiten entweder rosa oder weiß gewesen zu sein schien, war aufgedunsen und vom Wasser aufgeweicht, doch der Fluss hatte noch nicht genug Zeit gehabt, sie zu Schleim zu zersetzen. Ich hatte gehofft, sagte er zu dem blau geflügelten Engel, der auf der anderen Seite des grausigen Fundes stand, wir würden ein paar ruhige Wochen vor uns haben. Das Wiederauftauchen des weiblichen Erzengels Celiaen, der über tausend Jahre lang für tot gehalten worden war, hatte sowohl die Welt der Engel als auch die der Vampire erschüttert. Selbst die Sterblichen spürten etwas, doch sie wussten nichts von den tiefgreifenden Veränderungen im Machtgefüge des Kaders der Zehn, jener Erzengel, die die Welt regierten. Denn Celiaen war nicht einfach nur alt, sie war eine Uralte. Ruhe würde dich langweilen, sagte Ilium, der ein dünnes Silbermesser spielerisch zwischen seinen Fingern kreisen ließ. Er war am Vortag vor Raphael und Elena aus Japan zurückgekehrt, und man sah ihm nichts mehr davon an, dass er entführt worden und in einem Kampf unter Erzengeln zwischen die Fronten geraten war. Dimitri spürte, wie sich seine Mundwinkel hoben. Der Engel mit den silberbehauchten blauen Flügeln und den goldenen Augen hatte leider recht. Der Langeweile, die so viele der Unsterblichen befiel, war Dimitri aus dem einfachen Grund noch nicht erlegen, weil er niemals zum Stillstand kam. Sicher würde manch einer sagen, er tendiere zum anderen Extrem, in der Gesellschaft derer, die nur für die maßlose Freude an Blut und Schmerzen lebten, waren alle anderen Empfindungen abgestumpft. Der Gedanke hätte ihn beunruhigen müssen. Dass das nicht der Fall war, das beunruhigte ihn. Doch sein unaufhaltsamer Abstieg in die verführerische rubinrote Dunkelheit hatte nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Er hat Ansätze von Reißzähnen. Die kleinen, unfertigen Vorderzähne wirkten fast durchsichtig. Aber er ist keiner von uns. Dimitri kannte den Namen und das Aussehen jedes Vampirs, der in und um New York lebte. Und er passt auch auf keine der Beschreibungen von den Erschaffenen, die im weiteren Umkreis vermisst werden. Illium balancierte sein Messer auf der Fingerspitze. Der gelbe Schein der Straßenbeleuchtung wurde darauf in einem überraschenden Lichtfunken reflektiert, bevor der Engel es wieder durch seine Finger kreisen ließ. Er könnte jemand anderem gehören und versucht haben, seinem Vertrag zu entkommen und dadurch in Schwierigkeiten geraten sein. Da es immer Idioten gab, die versuchten, sich vor ihrem Teil der Abmachung zu drücken, hundert Jahre im Dienst der Engel, im Tausch gegen das Geschenk der beinahe Unsterblichkeit, war das sehr wahrscheinlich. Doch warum ein Vampir ausgerechnet nach New York kommen sollte, wo ein Erzengel lebte und eine mächtige Gilde von Jägern diejenigen einfingen, die sich zum Davonlaufen entschlossen, war unerklärlich. Familienbande, sagte Illium, als hätte er Dimitris Gedanken gelesen. Junge Vampire neigen dazu, mit ihren sterblichen Wurzeln in Verbindung zu bleiben. Dimitri dachte an die eingestürzte, ausgebrannte Ruine eines Hauses, die er Tag für Tag und Nacht für Nacht besucht hatte. Bis so viele Jahre vergangen waren, dass nichts mehr auf den kleinen Hof hindeutete, der dort einst gestanden hatte. Nur das Land war geblieben, bedeckt mit einem Blumenteppich, und das war Dimitris Land, würde es immer sein. Wir arbeiten schon zu lange zusammen, Glockenblümchen, sagte er. Seine Gedanken weilten in jener windgepeitschten Ebene, wo er einst mit einer lachenden Frau in seinen Armen getanzt hatte, während ein Junge mit strahlenden Augen in die Hände klatschte. Das sag ich auch immer, gab Illium zurück. Aber Raphael weigert sich, dich rauszuwerfen. Das silberne Messer blitzte schneller und schneller. Was hältst du von der Tinte? Dimitri erhob sich und drehte den Kopf des Mannes auf die andere Seite. Die Tätowierung oben auf dem linken Wangenknochen des toten Mannes, schwarze Zeichen, die an Buchstaben des kyrillischen Alphabets erinnerten, verwoben mit drei sanft geschwungenen Sätzen in einer Schrift, die aramäisch sein konnte, war sowohl komplex als auch ungewöhnlich. Und doch wollte irgendetwas daran Dimitri nicht mehr aus dem Sinn gehen. Er hatte das oder etwas Ähnliches schon einmal gesehen, aber er lebte schon seit fast einem Jahrtausend und die Erinnerung war schwächer als ein Schatten. Das müsste seine Identifikation erleichtern. Das Licht glitzerte auf diesen kleinen Reißzähnen und dann fiel ihm auf, was er auf den ersten Blick übersehen hatte. Wenn seine Zähne noch nicht ausgewachsen sind, dürfte er noch gar nicht hier draußen sein. In den ersten paar Monaten nach ihrer Erschaffung waren Vampire kriechende Geschöpfe, kaum mehr als Tiere, während sich das Gift, das die Sterblichen in Vampire wandelte, durch ihre Zellen arbeitete. Viele entschieden sich dafür, die Umwandlung bis auf einige notwendige Phasen des Wachseins in einem künstlichen Koma zu durchlaufen. Dimitri hatte die Monate nach seiner brutalen Wandlung in Eisenketten an einen kalten Steinfußboden gefesselt verbracht. Er erinnerte sich an kaum etwas aus dieser Zeit, bis auf den eisigen Boden unter seinem nackten Körper, die mitleidlosen Fesseln an seinem Hals, seinen Hand- und Fußgelenken. Doch was danach gekommen war, als er als beinahe Unsterblicher erwacht war, das würde er niemals vergessen. Nicht einmal, wenn er zehntausend Jahre leben würde. Wildes Blau in seinem Blick fällt. Das flackernde Gelb ließ die glimmenden Silberfäden in Iliums Federn wie poliertes Zinn erscheinen. Die Gilde hat Datenbanken, sagte der Engel, legte die Flügel zusammen und steckte im gleichen Moment das Messer weg. Ja, Dimitri hatte Mittel und Wege, selbst ohne die Kooperation der Gilde auf diese Datenbanken zuzugreifen und hatte das bei früheren Gelegenheiten auch schon getan. Doch in diesem Fall schien es ein klügerer Zug zu sein, die Gilde hinzuzuziehen, damit sie ihn bei ähnlichen Vorfällen benachrichtigen konnten. Denn seine von fast tausend Jahren des blutigen Überlebens geschärften Instinkte sagten ihm, dass er diese Sache selbst erledigen musste, anstatt sie an die Gilde zu übergeben. Wo ist die Tüte? Ilium zauberte einen schwarzen Müllsack hervor und hob eine Augenbraue. Dachte ich mir doch, dass Elena dir in der Zwischenzeit etwas beigebracht hat. Unerwartet Ernst sah ihn der Engel aus seinen goldenen Augen unter schwarzen Wimpern an, die ebenso wie seine Haare blaue Spitzen hatten. Glaubst du, ich werde wiederfallen, Dimitri? In seiner Stimme schwang Erinnerung und das Flüstern von Schmerz mit. Meine Flügel verlieren? Die Frage überraschte Dimitri nicht. Ilium gehörte nicht zuletzt wegen seines messerscharfen Verstandes zu Raphaels Sieben, den Engeln und Vampiren, die ihr Leben dem Erzengel verschrieben hatten. Jetzt fing er dessen außergewöhnlichen Blick auf. Du siehst sie an, wie kein Mann eine Frau ansehen sollte, die zu einem Erzengel gehört. Ilium hatte eine Schwäche für Sterbliche, und obwohl Elena jetzt ein Engel war, hatte sie ein verwundbares, menschliches Herz und war in ihrer Denkweise sterblich geblieben. Der blau geflügelte Engel schwieg, während Dimitri den abgetrennten Kopf in den Plastiksack steckte. Es gab hier keine weiteren Beweise zu sichern. Der Kopf war auf dem Hatzen getrieben, und Ilium hatte ihn entdeckt und geborgen, als er über den Fluss geflogen war, kurz bevor die Nacht die letzten Sonnenstrahlen verschluckte. Er hätte von überall her kommen können. Sie fasziniert mich, gab Ilium schließlich zu. Aber sie gehört dem Sire, und ich würde diese Beziehung mit meinem Leben beschützen. Still, leidenschaftlich, absolut. Dimitri hätte es dabei bewenden lassen können, doch hier ging es um mehr als nur eine gefährliche Anziehung. Ich mache mir nicht um einen Betrug Sorgen, sondern um dich. Ein launischer Wind wehte Ilium das Haar ins Gesicht, bevor er sich widerlegte. In Amanat, er sprach von der jüngst auferstandenen verlorenen Stadt, sagte Elena, sie brauche mich, damit ich sie vor dir beschütze. Ein mattes Lächeln. Es war als Scherz gemeint, aber es schadet ihr nicht, jemanden an ihrer Seite zu wissen. Dimitri ging nicht auf Iliums Beurteilung seiner eigenen Gefühle gegenüber der Gildenjägerin ein, die Raphaels erwählte Gemahlin war. Bist du sicher, dass sie ihm bei Lijuans Angriff das Leben gerettet hat? Iliums Bericht kam ihm nicht ganz plausibel vor, und doch hatte Raphael selbst einiges davon bestätigt, als der Erzengel kurz nach Salienz Wiedererwachen mit Dimitri in Verbindung getreten war. Die Wahrheit kennt nur Raphael, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Iliums Züge wirkten angespannt bei dieser Erinnerung. Er lag im Sterben. Und dann lebte er wieder, und die Flamme in seinen Händen loderte in den Farben der Morgendämmerung. Die gleichen zarten Töne, die einen Teil von Elenas Flügeln färbten. Dimitri blieb misstrauisch. Elena war die Schwächste unter den Engeln. Ihr sterbliches Herz war nicht annähernd stark genug, um in der Welt der Erzengel überleben zu können. Sie ist zu einer dauerhaften Schwachstelle in seiner Abwehr geworden. Als Raphaels Stellvertreter würde Dimitri so jemanden niemals gutheißen. Doch er hatte geschworen, sie zu beschützen. Und er würde sich an diesen Schwur halten, bis zum bitteren Ende. Er hatte, koste es, was es wolle. Gab es denn niemals eine Frau für dich, die eine solche Schwachstelle war? Eine von Iliums Federn fiel zu Boden, doch sie wurde über das Wasser davongetragen, bevor sie auf dem erbarmungslosen Beton aufkommen konnte. In all den Jahren, die ich dich kenne, hattest du nie eine Geliebte, mit der du es wirklich ernst gemeint hast. Ich werde nach dir Ausschau halten, Dimitri. Während Dimitri seit fast tausend Jahren lebte, war Ilium kaum älter als fünfhundert. Er wusste nichts von dem, was ich davor zugetragen hatte. Das stimmt, sagte Dimitri, und er sprach diese Lüge mit jahrhundertelanger Übung aus. Schwachheiten bringen einen Mann um. Als sie den feuerroten Ferrari erreichten, auf den Ilium versessen war, den er wegen seiner Flügel jedoch nicht fahren konnte, stieß der Engel hörbar seinen Atem aus und sagte, Verliere deine Menschlichkeit nicht, Dimitri. Sie ist es, die dich ausmacht. Er breitete seine unmöglich schönen Flügel aus und erhob sich mit einer Anmut und Kraft in die Luft, die von dem kündete, was eines Tages aus ihm werden mochte. Der Engel flog in den sternenbesetzten Himmel Manhattans, einer Stadt, die langsam zum dunklen Herzschlag der Nacht erwachte, bis er nur noch ein dahingleitender Schatten vor dem glitzernden Schwarz war. Während Dimitri ihm nachsah, verzog sich sein Mund zu einem grimmigen Lächeln. Ich hab meine Menschlichkeit schon vor langer Zeit verloren, Glockenblümchen. In den unterirdischen Tiefen unter dem Hauptgebäude der Gilde Akademie starrte Honor auf einen illuminierten Text aus dem 14. Jahrhundert, der von einem legendären Jäger und Entdecker namens Amadeus Berg handelte, als ihr Handy klingelte. Aufgeschreckt durch den plötzlichen Lärm nahm sie es vom Tisch, wo sie es neben ihrem Schlüssel abgelegt hatte. Sarah, sagte sie, da sie die auf dem Display aufleuchtenden Zahlen als die Handynummer der Gildedirektorin erkannt hatte. Honor? Forsch, gradlinig, Sarah. Wo bist du? Abteilung für seltene Bücher in der Akademiebibliothek. Mit ihrer schwachen Beleuchtung und der präzise eingehaltenen Raumtemperatur aus Rücksicht auf das Alter der hier aufbewahrten Bücher war diese Abteilung eine Zufluchtsstätte für sie geworden. Ein Ort, an dem sich nur wenige wagten. Gut. Du bist nicht zu weit weg. Das Rascheln von Papier. Der Turm hat unseren Rat angefordert und du bist besonders gut qualifiziert. Wenn du... Sie hörte die restlichen Worte der Direktorin nicht mehr, weil ihr das Blut in einem donnernden Sturm durch die Ohren rauschte und ihr Gesicht so heiß wurde, dass sie glaubte, ihre Haut würde sich unter der Verbrennung ablösen und ihr bloßes Fleisch unter Schmerzen der Luft aussetzen. Sarah, platzte sie heraus, ihre Hände umklammerten die Tischkante. Unter ihrer Haut, die früher leicht sonnengebräumt gewesen, nun aber matt und teigig war, traten die Knöchel weiß hervor. Du weißt, dass ich das nicht kann. Ihr Entsetzen war größer als jeder erbärmliche Rest von Stolz, der noch in ihr steckte. Doch, du kannst es. Sarahs Ton war freundlich, aber bestimmt. Ich werde nicht zulassen, dass du dich für immer in der Akademie vergräbst. Sie zerquetschte fast das Telefon in ihre Hand. Ihr Herz raste so schnell und unregelmäßig, dass es schmerzte. Und wenn ich vergraben sein möchte? fragte sie. Ihre Streitlust entsprang derselben Angst, die ihr Schweißperlen über den Rücken jagte. Dann muss ich ernst machen und dich daran erinnern, dass du noch immer als aktive Jägerin unter Vertrag stehst. Onnas Knie gaben nach und sie sank auf einen Stuhl. Die Gilde war das einzige Zuhause, das je gehabt hatte. Ihre Jägerkollegen waren ihre Familie. Ich bin eine Ausbilderin. Es war ein letzter verzweifelter Versuch, aus dieser Sache herauszukommen. Nein, das bist du nicht. Der sanfte Ton machte die Anklage nicht geringfügiger. In den Monaten, seit du hier bist, hast du nicht einen Kurs unterrichtet. Ich werde... Honor. Ein einziges, endgültiges Wort. Sie ballte die Hand auf dem Tisch zur Faust und starrte blicklos auf die eindringlichen Blautöne und das leidenschaftliche Rot des illuminierten Manuskripts, das sie mit einem erschreckenden Mangel an Vorsicht auf das polierte Holz des Tisches hatte fallen lassen. Sag mir, worum es geht. Sarah atmete hörbar aus. Ein Teil von mir möchte dich in Watte packen und sicher und warm an einem Ort verwahren, an dem dir nichts geschehen kann, sagte sie mit einer Heftigkeit, die ihr großes Herz unter der harten Schale verriet. Aber der andere Teil weiß, dass ich damit dazu beitragen würde, dich zu verkrüppeln. Und ich weigere mich, das zu tun. Honor wandte sich. Nicht, weil die Worte grob waren, sondern weil sie der Wahrheit entsprachen. Sie war nicht ganz sie selbst und war es auch in den letzten Monaten nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob noch genug von mir übrig ist, dass sich zusammenkratzen lässt, Sarah. Manchmal war sie sich nicht sicher, ob sie nicht doch noch in diesem dreckigen Kellerloch steckte, das mit Blut, Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten befleckt gewesen war. Ob ihr jetziges Leben nicht nur eine Illusion war, die ihrem zersplitterten Geist entsprang. Dann antwortete Sarah und ihre rasiermesserscharfen Worte bestätigten auf willkommene Weise, dass dies die Wirklichkeit war. Denn wenn sie sich in eine Fantasie geträumt hätte, um der brutalen Realität zu entfliehen, hätte sie sich die Gildendirektoren mit Sicherheit nicht so unnachgiebig geträumt, nicht wahr? Ransom und Ashwini haben nicht ihr Leben riskiert, als sie dich rausgeholt haben, damit du dich einfach so umdrehst und aufgibst. Die Erinnerung an die Hände, die ihre Fesseln gelöst hatten, an die Arme, die sie ans schmerzende Licht hinausgetragen hatten. Sammle die Einzelteile auf und flick dich wieder zusammen. Inzwischen herrschte in Onnas Magen ein wild brodelndes Durcheinander. Ihre Hand krampfte sich immer wieder zwanghaft zusammen. Ist das die Stelle, an der ich salutieren und Ja, Sir, sagen soll? Es lag keine Bissigkeit in ihrer Stimme, denn sie erinnerte sich daran, dass, wann immer sie im Krankenhaus aufgewacht war, Sarah mit ihrer grimmigen, beschützenden Miene an ihrem Bett gesessen hatte. Nein, gab die Direktorin zurück. Du wirst vielmehr deinen Hintern in ein Taxi schwingen. Es ist erst halb neun, also dürftest du keine Schwierigkeiten haben, eins zu bekommen. Kälte kroch ihr den Rücken hinauf. Schweiß schimmerte auf ihrer Oberlippe. Ist es ein Engel, den ich treffen werde? Bitte sag ja, flehte sie in stummer Verzweiflung. Bitte? Nein, Nein, du triffst dich mit Dimitri. Das Bild eines Mannes, dessen Haut die Farbe von dunklem Honig hatte und dessen Gesicht auf grausame Weise schön war. Er ist ein Vampir. Es kam als fast lautloses Wispern heraus. Der Vampir in dieser Stadt. Zum Teufel, in diesem Land. Lange sagte Sarah nichts. Als sie sprach, stellte sie eine einfache Frage, die schmerzte. Bist du glücklich, Honor? Glücklich? Sie wusste nicht mehr, was Glück war. Vielleicht hatte sie es nie gewusst, auch wenn sie glaubte, etwas darüber erfahren zu haben, als sie die biologischen Kinder der Pflegefamilien beobachtet hatte, in denen sie untergekommen war, nachdem sie mit fünf das Waisenhaus verlassen hatte. Nun, ich existiere. Reicht das? Mühsam streckte sie ihre Finger, betrachtete die Halbmonde, die sie in ihre Handflächen geprägt hatte, rot und wütend. Die Gilde hatte eine psychologische Betreuung bezahlt und würde sie auch weiterhin bezahlen, solange sie sie brauchte. Zu drei Sitzungen war Honor gegangen, bevor sie erkannt hatte, dass sie niemals mit der liebenswerten, geduldigen Frau sprechen würde, die an den Umgang mit Jägern gewöhnt war. Stattdessen versuchte sie, wach zu bleiben, versuchte, sich nicht zu erinnern. Reißzähne gruben sich in ihre Brüste, in die Innenseiten ihrer Schenkel, in ihren Hals. Erregte Körper rieben sich an ihr, während sie wimmerte und flehte. Anfangs war sie stark gewesen, entschlossen zu überleben und diese Tiere in Stücke zu hacken. Aber sie hatten sie zwei Monate lang in ihrem Besitz. In zwei Monaten kann man einer Jägerin, einer Frau eine Menge antun. Honor? In Saras Stimme lag Besorgnis. Hör mal, ich werde jemand anders einsetzen. Ich hätte dich nicht so bald so sehr unter Druck setzen dürfen. Eine Gnadenfrist. Doch wie es schien, hatte sie letzten Endes doch noch einen Funken Stolz in sich, denn sie bemerkte, dass ihr Mund sich öffnete und ohne ihr bewusstes Zutun die Worte sprach. Ich mache mich in zehn Minuten auf den Weg. Erst nachdem sie aufgelegt hatte, wurde sie gewahr, dass sie irgendwann im Laufe des Gesprächs nach einem Stift gegriffen und immer wieder Dimitris Namen kreuz und quer auf den Notizblock geschrieben hatte, den sie für ihre Aufzeichnungen verwendete. Ihre Finger verkrampften sich. Der Stift fiel zu Boden. Es ging wieder los. Der lichtdurchflutete Turm dominierte die Skyline von Manhattan. Das Gebäude, von dem aus Raphael über sein Territorium herrschte, durchbohrte die Wolkendecke. Nachdem Honor den Taxifahrer bezahlt hatte, schulterte sie ihre Laptoptasche und blickte nach oben. Ein Engel nach dem anderen setzte zur Landung an. Andere flogen los, ihre Flügel zeichneten sich vor dem mit Diamanten übersäten Nachthimmel ab. Sie konnte nichts weiter erkennen als die unvergessliche Schönheit ihrer Konturen. Doch aus der Nähe betrachtet waren sie ebenso unmenschlich wie atemberaubend. Obwohl es in der Gilde hieß, man habe keine Unmenschlichkeit gesehen, solange man nicht Raphael Auge in Auge gegenübergestanden habe. Da ihnen aufgrund ihrer grundverschiedenen Begabungen stets unterschiedliche Aufgaben zugewiesen worden waren, hatte Honor Elena nur wenig kennengelernt und konnte sich nicht vorstellen, wie diese Jägerin damit umging, ein Erzengel als Liebhaber zu haben. In diesem Augenblick allerdings hätte sie es natürlich viel lieber mit Raphael aufgenommen, als mit dem Mann, dem sie hier begegnen sollte. Dem Mann, der zugleich ein Albtraum und eine dunkle, verführerische Fantasie war. Sie zwang sich, den Blick vom Himmel abzuwenden, der die Illusion eines Auswegs vermittelte, biss die Zähne zusammen und richtete die Augen starrgerade aus. Dann folgte sie dem Weg zum Eingang des Turms, wo ein Vampir in einem Messer scharf geschnittenen schwarzen Anzug und mit breiter Sonnenbrille Wache stand. Als sie vor ihm stehen blieb, wurde ihre Kehle trocken, ihr Innerstes zog sich zusammen und für einen Augenblick füllten schwarze Flecken ihr Blickfeld aus. Nein, nein, sie würde nicht vor einem Vampir in Ohnmacht fallen. Sie biss sich so fest auf die Zunge, dass ihr die Tränen in die Augen traten, zog den Träger der Laptop-Tasche zurecht und blickte in diese Sonnenbrille, in der sie die Spiegelung ihres Gesichts sah. Ich habe einen Termin bei Dimitri. Ihre Stimme war matt, doch sie zitterte nicht und das allein war schon ein Sieg. Der Vampir streckte den Arm aus, um mit starker Hand die Tür zu öffnen. Folgen Sie mir. Sie hatte gewusst, dass sie von dem Moment an, in dem sie den Sicherheitsbereich des Turms betrat, von beinahe Unsterblichen umgeben sein würde, doch solange sie sie nicht hatte sehen können, war es leichter gewesen, sich das Gegenteil vorzumachen. Diese Möglichkeit bestand nun nicht mehr. Der Mann vor ihr, dessen Schultern in einem perfekt sitzenden Jackett steckten und dessen zimtfarbene Haut auf den indischen Subkontinent hindeutete, war nur derjenige, der ihr am nächsten war. Andere standen in den Ecken des Foyers, das mit goldgeädertem grauen Marmor ausgekleidet war, wachsame, geschmeidige Raubtiere. Und dann war der diese hübsche Frau, die trotz der späten Stunde im Empfang saß. Die Empfangsdame lächelte Onna an, ihre mandelförmigen braunen Augen hießen sie willkommen. Onna versuchte zurückzulächeln, denn der rationale Teil in ihr wusste, dass nicht alle Vampire gleich waren. Doch ihr Gesicht fühlte sich wie festgefroren an. Anstatt es zu erzwingen, konzentrierte sie sich darauf, nicht die Fassung zu verlieren. Sie ist nicht ansprechbar. Katatonisch. Prognose? Unmöglich einzuschätzen. Ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber ein Teil von mir glaubt, dass sie tot besser dran wäre. Während Onna wachgelegen und vergeblich versucht hatte, gegen das widerwärtige Entsetzen anzukämpfen, das sie in ihren Träumen heimsuchte, hatte sie oft gedacht, der gesichtslose Arzt habe recht gehabt. Doch an diesem Abend löste die Erinnerung ein anderes Gefühl aus. Wut. Ein stumpfes, pochendes Etwas, das sie völlig überraschte. Ich lebe. Ich habe es geschafft, verdammt. Niemand hat das Recht, mir das zu nehmen. Die Verwunderung über ihren eigenen Zorn war so groß, dass sie ihr über die Fahrt im Aufzug hinweg half. Gefangen in einem kleinen Käfig, zusammen mit einem Vampir in einem Armani-Anzug und umgeben von einer aura unterdrückter Macht, die ihr sagte, dass er kein normaler Wachmann war. Sie hielt den Atem an, als die Türen sich öffneten, um sie in den Flur mit seinen dicken, schwarzen Teppichen und den schimmernden Wänden in derselben Mitternachtsfarbe zu entlassen. Dieser Ort barg ein erotisches Pulsieren, das dicht unter der Oberfläche summte. Die Rosen in ihren Kristallvasen auf kleinen, eleganten Tischen in sattem Schwarz hoben sich verschwenderisch und blutrot vor der Mitternacht ab. Der Teppich war so üppig, dass er kaum noch zweckdienlich war und in der Wandfarbe schimmerten Goldsplitter. Das Kunstwerk an der Wand, ein Wutausbruch in Rot, zog sie mit seiner unbarmherzigen Wildheit an. Sinnlich, wunderschön, gefährlich. Hier entlang. Sie wusste, dass die Art, wie ihr das Blut durch die Adern rauschte, im Beisein von Erschaffenen gefährlich war. Sie folgte dem Mann mit zwei Schritten Abstand, damit sie rechtzeitig ausweichen konnte, wenn er sich umdrehte und sich auf ihre Kehle stürzte. Ihre Waffe trug sie in einem Schulterholster, verborgen unter dem verblassten grauen Stoff ihres Lieblings-Sweatshirts. Ihr Messer steckte offen in einer Scheide an ihrem Oberschenkel. Doch sie hatte zwei weitere gut versteckt um ihre Arme geschnallt. Es würde nicht reichen, nicht gegen einen Vampir, der über zweihundert Jahre alt sein musste, wie Instinkt und Erfahrung ihr sagten. Aber zumindest würde sie nicht kampflos untergehen. Er blieb vor einer offenen Tür stehen und bat sie mit einer Geste einzutreten, bevor er sich wieder zum Aufzug umwandte. Sie machte einen Schritt hinein und erstarrte. Dimitri stand hinter einem schweren Glastisch, in seinem Rücken glitzerte die Skyline von Manhattan. Er hatte den Kopf geneigt und Strähnen seines seidig-schwarzen Haares fielen ihm sanft in die Stirn, während er ein Blatt Papier überflog, das er in der Hand hielt. Vorher, vorher war sie von diesem Vampir fasziniert gewesen, obwohl sie ihn nur aus der Ferne oder im Fernsehen gesehen hatte. Sie hatte sogar ein Scrapbook über seine Aktivitäten angelegt, bis sie angefangen hatte, sich wie eine geistig gestörte Stalkerin zu fühlen und das ganze Ding verbrannt hatte. Es hatte sie nicht von diesem seltsamen, irrationalen Drang befreien können. Nichts hatte das vermocht, bis auf den dunklen, schmutzigen Keller und das Grauen. Das hatte alles betäubt. Doch jetzt fragte sie sich, ob sie nicht schon immer ein bisschen irre gewesen war, so besessen war sie von diesem Fremden, dem man eine Vorliebe für sinnliche Grausamkeit nachsagte, für Lust, die mit Schmerzen durchsetzt war. Dann hob er den Blick und sie hörte auf zu atmen. Dimitri sah die Frau in der Tür in einem Kaleidoskop von Bildern, weiches, ebenholzfarbenes Haar, das im Nacken von einer Spange zusammengehalten wurde, aber eine wilde Lockenpracht verhieß. Unvergessliche Augen, Augen, die nicht vergessen konnten, in tiefstem Grün, deren äußere Winkel leicht nach oben zeigten. Ihre blassbraune Haut würde sich im Sonnenlicht zu Honig färben. Sie sind auf Hawaii geboren? fragte er. Eine ungewöhnliche Frage an eine Jägerin, die zu einer Beratung erschienen war. Sie blinzelte und für einen Moment verschwanden ihre Augen, die von fernen Wäldern und verborgenen Edelsteinen erzählten hinter langen Wimpern. Nein, in einer Stadt mitten im Nirgendwo, weit weg vom Meer. Er umrundete seinen Schreibtisch aus Glas und Stahl und ging auf sie zu. Ganz kurz glaubte er, sie würde zurückweichen und in den Flur hinaus stolpern, doch dann straffte sie sich und blieb stehen. Er spürte die Angst, scharf und sauer, die hinter ihren Augen dahin jagte, dennoch drängte er sich an ihr vorbei, um die Tür zu schließen. Er konnte nicht zulassen, dass sie wieder ging. Als er zurücktrat, um sie noch einmal anzusehen, hatte sie die Aufwallung von Angst energisch bekämpft, doch ihr Atem ging stoßweise und ihr Blick huschte davon, wenn er versuchte, ihn einzufangen. Wie heißen Sie? Onna. Onna. Er kostete den Namen und beschloss, dass er passte. Geborene Jägerin? Ein Kopf schütteln. Das überraschte ihn nicht. Wahrscheinlich hatte Elena die Gildedirektorin vor seiner Fähigkeit gewarnt. Er konnte alle Jägerinnen, die mit der bluthundartigen Gabe geboren wurden, die Witterung von Vampiren aufzunehmen, mit den Ranken seines exquisiten Duftes anlocken und verführen. Sarah würde ihm wohl kaum frische Beute schicken. Aber diese Frau, diese Onna. Er wollte seine sinnlichen Duftranken auf sie wirken lassen, bis sie errötete und willenlos wurde und sich der unverkennbare Moschusduft ihrer Erregung auf seine Sinne legte. Instinktiv vergewisserte er sich, dass sie ihn nicht anlog. Er sandte einen betörenden Hauch von Champagner und flüssigem Verlangen aus. Gold, Orchideen im Mondlicht und in Schokolade getauchte Beeren auf der Haut einer Frau. Onna schüttelte leicht den Kopf, eine kaum wahrnehmbare Bewegung, die sich auf ihrer gerunzelten Stirn widerspiegelte. Also nicht stark genug, als dass sie sich selbst als geborene Jägerin erkannt hätte oder von der Gilde als solche anerkannt worden wäre. Aber doch so stark, dass sie eine leichte Empfänglichkeit für die Duftverführung aufwies. Diese Entdeckung überraschte ihn nicht, da er im Laufe der Jahrhunderte, seit er diese Fähigkeit entwickelt hatte, schon einigen ihrer Art begegnet war. Die Gilde schien sie förmlich anzuziehen, selbst wenn sie nur die leisesten Anzeichen der Jägerblutlinie trugen. Das bedeutete allerdings, dass er Onna nicht so leicht würde verführen können, wie es ihm bei einer wahren geborenen Jägerin möglich gewesen wäre. Aber wenn es um Sex ging, war Duft nicht die einzige Waffe in seinem Arsenal. Als er seinen Blick erneut über sie wandern ließ, registrierte er den rasenden Puls an ihrem Hals. Was jedoch seine Aufmerksamkeit auf sich zog, war die Haut, die diese Stelle bedeckte. Wer auch immer es war, dem sie gestattet haben, von sich zu trinken, sagte er in einem sanften Raunen, in dem, wie er sehr wohl wusste, ein zärtlicher Hauch von Gefahr lag. War nicht besonders geschickt. Ihre Narben zeugten von einem Vampir, der ihre Haut aufgerissen und verwüstet hatte. Ihre Hand krampfte sich um den Träger ihrer Laptoptasche, die sie von der Schulter genommen hatte. Das geht sie nichts an! Dass sie trotz der Angst, die roh und blutig in ihr wogte, den Mumm gehabt hatte, ihm das zu sagen, ließ ihn überrascht einer Augenbraue hochziehen. Doch, das tut es. Er hatte schon so manch schöne Frau im Bett gehabt, einige hatten vor Lust geschluchzt, andere aufgrund seiner sinnlichen Verderbtheit, die sie lehren sollte, ihn niemals wieder herauszufordern. Anna war nicht schön. Sie hatte zu viel Angst in sich. Dimitri mochte vielleicht ein bisschen Schmerz im Bett, aber in den meisten Fällen zog er es vor, dass seine Partnerinnen auch Freude daran hatten. Diese gebrochene Jägerin, deren Furcht beißend in der Luft hing, würde bei der ersten Berührung seiner Lippen anfangen zu zittern und in Stücke zerspringen. Und dennoch wollte er über diese blasse Haut streichen, die eigentlich von der Sonne vergoldet sein sollte, wollte die üppigen Kurven ihrer Lippen nachfahren, die lange Linie ihres Halses. Der Drang war so stark, dass er ihn als Mahnung empfand. Als er das letzte Mal zugelassen hatte, dass sein Schwanz statt seines Kopfes die Kontrolle übernahm, wäre er fast das Meuchelmörderschoßtier eines Erzengels geworden. Er wandte sich um, trat hinter seinen großen, eleganten Schreibtisch und hob einen Müllsack vom Boden auf. Ich gehe davon aus, dass Sie einige Erfahrungen mit Tätowierungen haben. Ihre Stirn kräuselte sich. Verwirrung wischte die weitaus unangenehmere Emotion beiseite, die er zuvor wahrgenommen hatte. Nein, meine Spezialitäten sind alte Sprachen und Geschichte. Klug von der Gilde, Direktorin. Dann sagen Sie mir bitte alles, was Sie über diese Tinte wissen. Dieses Mal trug er Handschuhe, als er den Kopf herausnahm und auf der Tüte absetzte. Der Stumpf klebte mit einem schmatzenden Geräusch am Plastik fest. Die Jägerin stolperte zurück, ihre Augen auf das grausame Beweisstück der Gewalttat fixiert. Mit einem Ruck richtete sie den Blick wieder auf ihn und erlas eine grimmige Wut in ihrem Gesicht. Ein Gesicht, das sich als so ausdrucksstark erwies, dass er sich fragte, ob sie jemals in ihrem Leben eine Partie Poker gewonnen hatte. Finden Sie das lustig? Nein, die Wahrheit. Es erschien mir sinnlos, ihn in die Kühlung zu legen, da sie schon unterwegs waren. Was er sagte, war so unmenschlich, dass Honor einige Zeit brauchte, um wieder einen Gedanken fassen zu können, um sich klarzumachen, dass seine dunkle, maskuline Schönheit und seine moderne Sprechweise nichts daran änderten, dass ihr kein Mensch gegenüberstand, nicht einmal annähernd. Wie alt sind Sie? Die Spekulationen in den Medien reichten von vier bis sechshundert Jahren, doch in diesem Augenblick wusste sie plötzlich, dass sie falsch lagen. Völlig falsch. Ein schwaches Lächeln, bei dem sich ihre Nackenhärchen aufstellten. Alt genug, um ihnen Angst zu machen. Ja. Sie war von Vampiren gefangen gehalten worden, die sie nur verletzen wollten, selbst jetzt trug sie noch die Spuren dieses Missbrauchs. Aber sie hatte noch nie jemanden getroffen, der ihr Blut durch seine bloße Anwesenheit gefrieren ließ. Doch obwohl er als gewaltiger Mistkerl bekannt war, erbarmungslos wie eine blanke Klinge, kam Dimitri in der Menschenwelt gut zurecht. Was bedeutete, dass er die tödliche Wahrheit verbergen konnte, wenn er es wollte? Doch hier war er so, wie er unter dem zivilisierten Schwarz seines Anzugs wirkte. Ein Mann, der einen abgetrennten Kopf mit der gleichen Mine betrachtete, mit der er eine Bowlingkugel ansehen würde. Mit diesem Wissen im Hinterkopf legte sie ihre Laptop-Tasche, das auf dieser Seite keine Stühle gab, auf die Glasplatte des Tisches und zwang sich dazu, sich tiefer über den abgeschlagenen Kopf zu beugen. Er hat im Wasser gelegen. Die Haut war aufgeweicht und matschig, weiß und schrumpelig wie eine obszöne Erinnerung an fröhliche Stunden in einer Badewanne. Hat Er muss von einem richtigen gerichtsmedizinischen Team untersucht werden, mummelte sie, während sie versuchte, die Tätowierung vollständig zu erkennen. Ich brauche eine Laborausrüstung, um... Die behandschuten Hände in ihrem Blickfeld schoben den Kopf zurück in den Müllsack. Kommen Sie mit, kleines Kanickel. Hitze brannte in ihren Eingeweiden, versenkte ihr Blut und überflutete ihr Gesicht, doch sie griff nach ihrer Laptop-Tasche und folgte ihm. Sein Rücken war fest und stark, sein Haar glänzte im Licht in einem satten, samtigen Schwarz. Als sie nicht zu ihm aufschloss, um neben ihm zu gehen, warf er ihr über die Schulter einen amüsierten Blick zu, doch das Lachen reichte nicht bis zu seinen wachsamen Augen, die von längst vergangenen Zeiten flüsterten. Oh, eine altmodische Frau. Was? Es kostete sie ihre gesamte Konzentration zu atmen, ihr Körper stand kurz vor einer Überdosis Adrenalin. Sie halten es offenbar für richtig, drei Schritte hinter einem Mann zu gehen. Fast unwiderstehlich war die Versuchung, nach ihrem Messer zu greifen. Oder vielleicht nach der Pistole. Mit einem Lächeln, als hätte er ihre Gedanken gelesen, ging er zu einem Aufzug, einem anderen als dem, in dem sie hinaufgefahren war, und legte, nachdem er einen Handschuh abgestreift hatte, die Hand auf den Scanner. Das Feld leuchtete eine Sekunde lang grün auf, dann öffneten sich die Türen und er winkte sie hindurch. Sie weigerte sich einzutreten. Vermutlich war er so alt, dass sie nicht den Hauch einer Chance gegen ihn hatte, wenn er auf sie losging, doch Logik kam nicht gegen den Instinkt an, der wusste, dass Monster einen leichter verwunden konnten, wenn man sie nicht kommen sah. Und jetzt wollte ich höflich sein, sagte er gedehnt, trat in das Stahlgehäuse und wartete, bis sie eingetreten war, bevor er auf der Schaltfläche an der Seite etwas eingab. Der Aufzug fiel mit einer Geschwindigkeit in die Tiefe, bei der ihr der Magen in die Kehle sprang, doch das bereitete ihr keine Angst. Kreatur, die sich mit ihr im Aufzug befand, vor der sie Angst hatte. Hören sie auf damit, sagte sie, als er sie weiterhin aus diesen tief dunkelbraunen Augen anstarrte. Ja, früher hatte er eine Faszination aus sie ausgeübt, aber nur aus der Ferne. Aus der Nähe besehen war ihr deutlich bewusst, dass es gefährlich war, mit ihm allein zu sein. Er war im Stande, nur zu seinem Vergnügen, bevor er wirklich anfing, ihr wehzutun. Ihr Freund, sagte er halblaut, als sein Blick wieder zu ihrem Hals hinabwanderte, hat sie offensichtlich nicht so vorsichtig behandelt, wie er sollte. Ein hysterisches Lachen drohte aus ihr hervorzubrechen, doch sie unterdrückte es mit eisernem Willen. Ihre Angst musste er geschmeckt haben, aber mehr wollte sie nicht von sich preisgeben. Haben sie selbst noch nie Spuren hinterlassen, Dimitri? Er lehnte sich an die Wand. Alle Spuren, die ich zurücklasse, sind vollkommen beabsichtigt. Ein sinnlicher Tonfall, provozierende Worte, doch in seinem Blick lag etwas Hartes, während er unverwandt auf die übel zugerichtete Stelle an ihrem Hals starrte. Die Narbe war nicht so schlimm, sie sah aus, als hätte ein Vampir beim Trinken einfach ein wenig die Kontrolle verloren. Das war gegen Ende gewesen. Zu Beginn hatten sie versucht, sie so wenig wie möglich zu beschädigen, damit sie ihnen weiterhin Vergnügen bereiten konnte. Am schrecklichsten waren die anderen, die zivilisierten Vampire gewesen, die beim Trinken fast schon zart zu Werke gegangen waren, ihre Brüste und ihre Schenkel gestreichelt hatten, während sie nackt gewesen war und man ihr die Augen ein Schwall kühlerer Luft, die Türen öffneten sich, ohne den Blick von ihm abzuwenden, selbst als ihre Erinnerungen sie fortzureißen drohten, trat sie neben ihm hinaus. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf die Glaswände zu beiden Seiten, hinter denen sich Büros und Computer befanden und Labore auf dem neuesten Stand der Technik. Ich wusste gar nicht, dass es das alles hier unten gibt. Dimitri ging ihr voran in ein Labor. Neu eingerichtet. Verlieren sie kein Wort darüber, sonst muss ich ihnen einen Besuch abstatten, mitten in einer ruhigen Nacht, wenn sie hübsch zusammengerollt in ihrem Bett liegen. Bei dieser beinahe lässigen Bemerkung verkrampfte sich jeder einzelne Muskel in ihrem Körper. Tratschen gehört nicht zu meinen Gewohnheiten. Hier. Er setzte den Müllsack mitsamt Inhalt auf einem Stahltisch ab. Die Entsetzlichkeit seines Tuns hätte die sexuelle Verlockung, die ihn wie eine zweite Haut umgab, wenn man Sex mit einem Hauch von Blut und Schmerzen mochte, im Keim ersticken müssen. Doch das war nicht der Fall. Er blieb kultiviert und sexy und ziemlich genau das Wesen, das sie zu keiner Tages- oder Nachtzeit in ihrem Schlafzimmer haben wollte. Seine Lippen, die untere war gerade voll genug, um Frauen zu sündigen Fantasien zu verleiten, kräuselten sich, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Brauchen sie Hilfe beim Abziehen der Haut? Nein. Vorhin hatte sie so stark reagiert, weil sie über seine Gefühllosigkeit entsetzt gewesen war, doch sie hatte kein Problem damit, sich alleine mit dem grausigen Fund zu beschäftigen. Ich werde versuchen, den Umständen entsprechend möglichst gute Fotos zu machen und hauptsächlich mit diesen arbeiten, aber ich möchte mir die Tätowierung unter dem Mikroskop ansehen, um mich zu vergewissern, dass ich keine feinen Details übersehe. Etwas unbefangener holte sie die flache Digitalkamera aus dem Seitenfach ihrer Laptop-Tasche. Ein Pathologe sollte den Kopf untersuchen, bevor wir erwägen, die Haut abzuziehen. Sie schaltete die Kamera mit einem Klicken ein. Hat sich jemand in den Tattoo-Läden umgehört? Wenn wir Glück hatten, gab es vielleicht ein Foto der Tätowierung in unversehrtem Zustand, das sie als Arbeitsgrundlage benutzen konnte. Ja. Er zog sich einen frischen Handschuh über, dann nahm er den Kopf aus dem Sack und zog die Haut über dem Wangenknochen des Mannes glatt, damit Honor eine Reihe Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen konnte. Das müsste fürs Erste genügen. Während er den Kopf auf ein Tablett legte und den Müllsack entsorgte, klappte sie ihren Laptop auf und übertrug die Fotos auf die Festplatte. Sie registrierte, dass Dimitri den Kopf in der Kühlung verstaute, die Handschuhe abstreifte und sich die Hände wusch. Wachsam registrierte ihr Körper jede seiner Bewegungen. Deshalb war das Gefühl, das er auslöste, als er von ihr unbemerkt neben ihrem Stuhl auftauchte, so überwältigend, so teuflisch, dass Teile ihres Bewusstseins sich einfach abschalteten. Und als er ihr Haar im Nacken anhob, um die sensible Haut an ihrem Hals zu berühren, da Lärm, ein schepperndes metallisches Krachen, Worte. Das Nächste, was sie wusste, war, dass sie einige Schritte von Dimitri entfernt stand. Ein hoher Hocker aus gehämmertem Stahl lag umgekippt zwischen ihnen auf dem Boden. Eine blutige Linie zog sich über Dimitris Wange, doch seine Augen fixierten die Tür hinter ihr. Raus! Erst als sich die Tür schloss, erkannte sie, dass jemand versucht hatte einzugreifen. Schweiß ließ ihre Handflächen feucht werden und bildete Perlen auf ihrem Rücken. Erinnere dich, ermahnte sie sich selbst, erinnere dich, doch die Zeit war fort, ein schwarzer Fleck, getränkt in Panik, die einen scheußlichen Geschmack auf ihrer Zunge hinterlassen hatte. Ich habe dich angegriffen. Er hob die Hand und strich sich mit einem Finger über die Wange, als er ihn wieder wegzog, war er mit dunkelroter Feuchtigkeit benetzt. Wie es scheint, habe ich etwas an mir, das Frauen reizt, ihre Messer zu benutzen. Oh Gott! Sie sahen sich hinunter und stellte fest, dass sie in ihrer Hand eine Klinge hielt, deren Spitze feucht war. Ich nehme nicht an, dass sie eine Entschuldigung akzeptieren werden. Die Worte kamen ruhig, sie war vom Schock wie beträubt. Dimitri ließ die Hände in die Taschen gleiten und sagte, nein, aber sie können später für ihr Vergehen bezahlen, jetzt brauche ich ihre Informationen hierzu. Ich möchte einige Texte aus der Bibliothek der Akademie hinzuziehen. Sie zwang ihr Hirn wieder in die Gänge zu kommen, obwohl ihre Hand sich nicht von dem Messer lösen wollte, das sie offenbar aus sie daran kleines Kanickel, kein Wort zu niemandem. Er trat so nah an sie heran, dass seine dunkle Hitze sie wie eine stumme Drohung berührte und sie froh über das Messer in ihrer Hand war. Ich bin kein netter Kerl, wenn ich wütend bin. Sie wich nicht zurück, ein armseliger Versuch, die Demütigung des Angriffs auszulöschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie überhaupt nie ein netter Kerl sind. Seine Antwort war ein laszives Lächeln, in dem das Wispern von seidenen Laken, erotischem Flüstern und schweißfeuchter Haut lagen. Die unverholene Absicht dahinter ließ ihr Herz heftig gegen ihre Rippen hämmern. Nein, sagte sie mit rauer Stimme. Eine Herausforderung. Er berührte sie nicht, und doch fühlte sie sich von dichtem Pelz liebkost, weich und üppig und unmissverständlich erotisch. Angenommen. Dimitri machte den Anruf eine Stunde später, nachdem er sich in der Zwischenzeit um eine andere Sache hatte kümmern müssen. Hallo Sarah, sagte er, als die Gilde Direktorin ans Telefon ging. Dimitri, eine kühle Begrüßung, was kann ich für Sie tun? Mir sagen, warum die Jägerin, die sie mir geschickt haben, mir gerade das Gesicht aufgeschlitzt hat. Die Wunde war bereits verheilt, doch sie gab einen perfekten Eröffnungszug ab. Sarah sog hörbar die Luft ein. Wenn sie ihr etwas angetan haben, schwöre ich bei Gott, dass ich meine Armbrust hole und sie an die Wand des Scheiß Turms spießen werde. Dimitri mochte Sarah. Während und sie würde zwischen ihnen beglichen werden. Ich habe ihr einen menschlichen Fahrer zugewiesen. Sarah murmelte etwas vor sich hin. Sie ist die Beste für diese Aufgabe. Er blickte hinaus auf die diamanthelle Skyline von Manhattan. Wer war das mit ihrem Hals? Kälte brannte in seinen Adern, eine teuflische Reaktion auf die Narben einer Frau, die er nicht kannte und die nur eine weitere Bettgespielin für ihn sein würde, solange es ihm gefiel. Denn obwohl ihr Widerstand ihn verblüffte und eine interessante Abwechslung bieten würde, zweifelte er nicht daran, dass sie schließlich in seinem Bett landen würde und sie würde es mit Freuden tun. Dann antwortete Sarah und die Kälte wurde zu Eis. Die gleichen Tiere, die sie zwei Monate lang angekettet in einem Keller gefangen gehalten haben. Eine brutale Zusammenfassung. Sie war kaum noch am Leben, als wir sie fanden. Sie haben ihre kranken Spiele mit ihr immer weiter getrieben, obwohl drei ihrer Rippen gebrochen waren, sie blutete und Fieber hatte, von den Wunden, die sich... Sarah brach ab, ihre Wut schimmerte wie eine blanke, scharfe Klinge, aber Dimitri hatte genug gehört. Er erinnerte sich an den Vorfall. Die Gilde hatte Verstärkung vom Turm angefordert und sie sofort bekommen. Da er jedoch mit dem Wiederaufbau Manhattans beschäftigt gewesen war, das im Kampf zwischen Uram und Raphael schwere Schäden davongetragen hatte und, was noch wichtiger war, sich darauf konzentrieren musste, Raphaels Herrschaftsgebiet zu halten, während dieser die meiste Zeit an der Zufluchtsstätte verbracht und darauf gewartet hatte, dass seine schlafende Gemahlin erwachte, hatte er diese Untersuchung nicht selbst geleitet. Das würde sich nun ändern. Status der Angreifer? Ransom und Ashwini haben zwei der vier getötet, die sie am Tatort vorgefunden haben, die anderen beiden wurden dem Turm übergeben, aber das waren allenfalls angeheuerte Schläger mit der Befugnis zu ... ein mühsamer Atemzug. Diejenigen, die dahinter steckten, waren klüger. Sie haben keine forensischen Hinweise hinterlassen und Onnas Augen waren die ganze Zeit verbunden. Wir werden sie kriegen. Eisige Worte. Das tun wir immer. Damit beendete Dimitri das Telefonat und blickte hinaus auf die Stadt, die noch lange keinen Schlaf finden würde. Onnas Angreifer würden allesamt sterben. Das hatte nie zur Diskussion gestanden. Der einzige Unterschied bestand darin, dass es ihm nun, da er ihr Messer auf seiner Haut gespürt und die schreiende Tiefe ihrer Angst geschmeckt hatte, außerordentliches Vergnügen bereiten würde, ihnen persönlich die lebenswichtigen Organe aus dem Leib zu schneiden, bevor er sie in irgendeinem Loch zum Heilen zurückließ, um dann wieder von vorne anzufangen. Sein Gewissen hatte mit der Vorstellung solch sadistischer Foltermethoden keinerlei Probleme. Du hättest nicht so stur sein sollen, Dimitri. Eine schlanke, weibliche Hand strich über seinen nackten Körper, bis dicht über seinen schlaffen Schwanz. Wut erblühte in diesen Augen, deren Farbe ein heller, falscher Bronzeton war. Sie griff nach seinen Eiern und quetschte sie so fest, dass er fast ohnmächtig wurde. Seine Muskeln spannten sich gegen die Ketten, die seinen nackten Körper aufrecht und mit ausgestreckten Gliedern in der Mitte eines kalten, dunklen Raums am Fuße des Bergfrieds festhielten. In dieser Haltung war ihr jeder Teil seines Körpers ausgeliefert, ihr und denen, die ihre Befehle ausführten. Dunkle Flecken lauerten an den Rändern und ihre Fingernägel in sein Kinn grub. Die Flügel auf ihrem Rücken spreizten sich, weiß wie Schnee, bis auf den Schwall schimmernden Scharlachrots auf ihren Handschwingen. Du wirst mich lieben. Der erste Hieb kam eine Sekunde darauf, während sie ihn noch immer küsste. Als sie die Bestrafung unterbrach, war sein Rücken Hackfleisch und der reife, dicke Geruch von Blut lag in der Ein Piepsen. Er wandte sich um und brach diese Erinnerung ab, die seit Hunderten und Aberhunderten von Jahren nicht mehr an die Oberfläche gekommen war. Dann nahm er den internen Anruf entgegen. Ja? Sir, Sie wollten informiert werden, wenn Holly Chang ihr Verhaltensmuster ändert. Vierzig Minuten später stand Dimitri vor dem kleinen Vorstadthaus in New Jersey, in dem Holly Chang mit ihrem Freund David lebte. Von ihren Nachbarn durch einen großzügigen Garten und hohe Zäune abgeschirmt, nichts, was sie sich hätte leisten können, wenn der Turm nicht eingeschritten wäre und ihren Umzug aus einem Apartmentblock, in dem sie zu vielen Sterblichen gefährlich nahe gewesen war, gefordert hätte. Die Menschenfrau war gerade 23 geworden, als ein verrückter Erzengel sie auf offener Straße entführt hatte. Sie hatte mit ansehen müssen, wie ihre Freunde abgeschlachtet wurden, wie ihnen Körperteile abgetrennt wurden, bevor sie wie in einem makaberen Laubsägepuzzle wieder zusammengesetzt wurden. Als Elena sie aufgespürt hatte, war sie nackt und über und über mit ihrem rostroten Blut bedeckt gewesen. Holly hatte das Grauen überlebt, aber sie war danach nicht mehr dieselbe gewesen wie vorher. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass ihre geistige Gesundheit in Frage stand, hatte Uram sie entweder von seinem Blut trinken lassen oder ihr absichtlich etwas von dem Gift injiziert, das der Treibstoff für seinen mörderischen Amoklauf gewesen war. Sie wussten es nicht mit Sicherheit, denn Hollys Erinnerungen an diese Ereignisse waren bis zur Unbrauchbarkeit in den Nebel der blendenden Angst gehüllt, die sie, auch nachdem sie gefunden worden war, noch für Tage hatte verstummen lassen. Das Einzige, was sie wussten, war, dass diese junge Frau sich veränderte. Bleiben sie am Tor, sagte er zu dem Vampir, der ihn angerufen hatte, bevor er aus den Schatten hinaustrat und die Auffahrt zum Haus hinaufging, das nur von dem flackernden Licht des Fernsehers im Wohnzimmer erhellt wurde. Holly, eine zierliche und schwächlich wirkende Person, öffnete die Tür, noch bevor er richtig dort war. Blut befleckte ihr langärmliches, weißes Hemd und umrandete ihren Mund. Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Lippen und verschmierte das Blut. Bist du gekommen, um das Chaos zu beseitigen, Dimitri? In ihren wütenden, schräg stehenden Augen las er das deutliche Wissen darum, dass es ihr Tod sein würde, wenn sie den Kampf gegen das verlor, was Uram ihr angetan hatte, was immer es sein mochte. Es war ein Nachbarskind, hat süß geschmeckt. Und vorsichtig von dir so nah, bei dir zu Hause zu jagen. Er packte sie am linken Handgelenk und bevor sie ihn daran hindern konnte, hatte er den Ärmel ihres Hemdes hochgeschoben. Ein Verband war fest um ihren Oberarm gewickelt. Ich bin ein Vampir, Holly, sagte er halblaut und streckte die Hand aus, um mit dem Daumen einen verschmierten Blutstropfen von ihrem Mundwinkel zu wischen. Ich erkenne es, wenn das Blut an dir dein eigenes ist. Sie zischte ihn an, zog ihren Arm weg und starkste zurück ins Haus. Er folgte ihr hinein und schloss die Tür hinter sich. Er war schon oft hier gewesen und kannte die Anordnung der Zimmer, doch anstatt ihr in die Küche zu folgen, wo sie sich, wie er hören konnte, das Blut abwusch, schaltete er den Fernseher aus und vergewisserte sich, dass sie allein im Haus waren. Als er schließlich in die Küche kam, die jetzt von einer hellen Glühbirne erleuchtet wurde, sah er, dass Holly sich den Mund an einem Geschirrtuch abwischte, jedoch noch immer das blutbefleckte Hemd trug. »Tod durch Dimitri«, sagte er, als er sich mit einer Lässigkeit, die niemanden, der ihn kannte, überzeugt hätte, an den Türrahmen lehnte. »War das deine Absicht?« Ein wütender Blick aus diesen ehemals hellbraunen Augen, die jetzt jedoch von einem Ring aus lebhaftem Grün umgeben waren, der tiefer in die Iris hineinwuchs. Der gleiche leuchtende Ton wie Urams Augen, aber nicht so dunkel wie die der Jägerin, die an diesem Abend mit dem Messer auf ihn losgegangen war. In Onners Blick hatte das Mysterium verbotener Tiefen und quälender Geheimnisse gelegen, sein Flüstern in der Tiefe der Nacht. In Hollys Augen hingegen standen nur reißende Wut und überwältigender Selbsthass. »Ist das nicht deine Aufgabe?« fragte sie. »Mich hinzurichten, wenn sich herausstellt, dass ich ein Monster bin?« »Wir sind alle Monster, Holly.« Er verschränkte die Arme und sah zu, wie sie in der kleinen Küche auf- und abging. »Die Frage ist nur, wie weit wir gehen.« »Hin und her, hin und her.« Ruppig fuhr sie sich mit den Händen durchs Haar, zitterte krampfartig. Und noch einmal. »David hat mich verlassen,« platzte sie endlich heraus. »Er konnte es nicht ertragen, mich fünf Nächte hintereinander dabei zu erwischen, wie ich wach lag und ihn mit glühenden Augen anstarrte.« Ein glücksendes Lachen konnte den furchtbaren Schmerz nicht verbergen, von dem er wusste, dass er einen Sprung in ihrem Herzen hinterlassen hatte. »Ich habe nicht in sein Gesicht gesehen.« »Hast du getrunken?« Holly benötigte eine bestimmte Menge Blut, und Dimitri sorgte dafür, dass sie entsprechend versorgt wurde. Statt einer Antwort trat sie so fest gegen den Kühlschrank, dass sie eine Delle in der polierten weißen Oberfläche hinterließ. »Totes Blut! Wer will das schon? Ich denke, ich werde mich über einen hübschen, zarten Hals hermachen, sobald ich diesen beschissenen Aufpassern entkommen kann!« Dimitri machte einen Schritt auf sie zu und ergriff ihre Hände, damit sie aufhörte, umherzulaufen. Dann hob er sein Handgelenk an ihren Mund. »Trink!« Sein Blut war kräftig und würde all ihre Bedürfnisse stillen. Er hatte gewusst, dass sie sich zurückziehen würde. Sie sank zu Boden, kauerte sich in einer Küchenecke zusammen, um sich zu verstecken, die Arme fest um die Knie geschlungen und den Kopf gesenkt, wiegte sie ihren Körper hin und her. Denn trotz ihrer Worte wollte Holly keinen menschlichen Spender anrühren, wollte nicht glauben, dass sie sich auf so grundlegender Ebene verändert hatte. Sie wollte das Mädchen sein, das sie vor Uram gewesen war, das Mädchen, das sich gerade eine heiß begehrte Stelle in einem Modehaus gesichert hatte, das Stoffe und Design liebte und fröhlich mit ihren Freundinnen ins Kino ging, um sich einen Spätfilm anzusehen. Keine dieser Freundinnen hatte es geschafft. Er holte einen der Blutbeutel, die er regelmäßig liefern ließ, aus dem Kühlschrank und goss den Inhalt in ein Glas, bevor er neben ihr in die Hocke ging. Er schob einen Vorhang aus glänzenden, schwarzen Haaren beiseite, die im Augenblick von Zuckerwatte farbenen Strähnen durchzogen waren, und sagte, »Trink!« Weiter war nichts nötig. Holly wusste, dass er nicht gehen würde, bis das Glas leer war. Fremdartige, hasserfüllte Augen. »Ich möchte dich töten! Jedes Mal, wenn du durch diese Tür kommst, möchte ich eine Machete nehmen und dir den Kopf abschlagen!« Sie trank das Blut in großen Zügen und schleuderte das leere Glas so heftig auf den Boden, dass es an einer Seite sprang. Mit einem Taschentuch wischte er ihr den Mund ab, dann warf er es in den Müll und stand auf, um sich ihr gegenüber an eine Schranktür zu lehnen. »Heute hat mir eine Frau das Gesicht aufgeschlitzt,« erzählte er ihr. »Nicht mit einer Machete, sondern mit einem Wurfmesser.« Hollys Blick flog suchend über seine unversehrte Haut. »Quatsch!« »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es auf meine Halsschlagader abgesehen hatte, aber ich war zu schnell.« Und Onne hatte sich viel anmutiger bewegt, als er es ihr vor dieser kleinen Demonstration zugetraut hätte. Die Frau war in irgendeiner Kampfkunst ausgebildet, und zwar bis zu einem hohen Niveau, das bedeutete, dass sie kein hilfloses Opfer war. Und doch hatte man sie zu einem gemacht. »Zu schade, dass sie nicht getroffen hat,« murmelte Holly, und dann stellte sie die Frage, die schon seit dem Augenblick in der Luft lag, als er das Haus betreten hatte. »Warum lässt du mich nicht sterben, Dimitri?« Ihre Worte waren entfliehen. Er war sich nicht sicher, warum er sie nicht in dem Moment getötet hatte, als sie die ersten Anzeichen der todbringenden Veränderungen gezeigt hatte. Deshalb antwortete er ihr nicht. Stattdessen ging er wieder in die Hocke und hob ihr Kinn, um ihr ins Gesicht sehen zu können. »Wenn es zu einer Hinrichtung kommen sollte, Holly,« sagte er halblaut, »wirst du mich nicht kommen sehen.« Kurz und schnell würde es ablaufen. Sie sollte nicht in Angst ertrinken, wenn ihre letzte Nacht anbrach. »Sie ist voll Angst gestorben, Dimitri. Hättest du mir nur gegeben, worum ich dich bat, wäre sie jetzt noch am Leben?« Ein Seufzen. Elegante Finger streiften seine Wangen, während er verzweifelt in den Handschellen hing, die sich in seine Haut eingekerbt hatten. »Möchtest du, dass Misha dasselbe passiert?« »Nenn mich nicht so,« schroff durchbrach Hollys Stimme die vernichtende Erinnerung aus den qualvollen Anfangstagen seiner Existenz. »Holly ist in diesem Haus gestorben.« »Herausgekommen ist irgendetwas anderes.« Es war ein Versuch, sich selbst auszulöschen, und das würde er nicht zulassen. Doch es würde nicht schaden, wenn er ihr gestattete, einen Trennstrich zwischen ihrer Vergangenheit und der Gegenwart zu ziehen. Vielleicht fing sie dann endlich an, dieses neue Leben zu leben. »Wie soll ich dich stattdessen nennen?« »Wie wäre es mit Uram?« Eine bittere Frage. »Er braucht den Namen schließlich nicht mehr.« »Nein, er würde ihr nicht gestatten, sich selbst zu quälen, indem sie diesen Namen wie ein giftgetränktes Hemd trug. Versuche es noch mal.« Sie stieß ihm die Faust in die Rippen, doch ihre Wut war von Schmerz durchdrungen, und er wusste, dass sie nicht mit ihm darüber streiten würde. »Sorrow,« flüsterte sie nach einer langen Stille, »nenn mich Sorrow.« »Es war kein hübscher Name,«, »Kummer.«, »doch er würde ihr diese Entscheidung überlassen, nachdem ihr so viele genommen worden waren.« »Sorrow also.« Er beugte sich vor und drückte die Lippen auf ihre Stirn. Ihr Pony fühlte sich an seinem Mund wie Lamellen aus Seide an, ihre Glieder unter seinen Händen, zart, zerbrechlich und so verwundbar. In diesem Augenblick wusste er, warum er sie noch nicht getötet hatte. Ungeachtet ihres Alters war sie für ihn noch ein Kind, ein gefährliches Kind, aber trotzdem ein Kind, das verängstigt war und sich solche Mühe gab es nicht zu zeigen. Und der Mord an einem Kind hinterließ eine Narbe auf der Seele eines Mannes, die niemals, niemals wieder verschwinden würde. Als sie nach Mitternacht wieder in der Gildeakademie war, stellte Honor ihre Laptoptasche auf dem kleinen Tisch ab, der in ihrer Unterkunft zwischen Schrank und Bett eingequetscht stand. Der größte Platz des Zimmers wurde vom Bett eingenommen. Das Zimmer war ausreichend, mehr nicht. Die meisten Jäger benutzten diese Quartiere, wenn sie eine kurze, intensive Ausbildungseinheit an der Akademie absolvierten. Anna lebte hier seit dem Tag, an dem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Es lag nicht daran, dass sie sich nichts Besseres hätte leisten können. Bei den Honoraren, die die Jäger aufgrund der äußerst riskanten Natur ihrer Arbeit bekamen, und durch die Tatsache, dass sie nicht viel Freizeit hatte, in der sie das Geld hätte ausgeben können, hatte sie vor ihrer Verschleppung einen beträchtlichen Notgroschen angelegt. Während ihrer Genesungszeit hatte sie nichts davon angerührt, da die Gilde die medizinischen Kosten für all ihre Jäger übernahm. Tatsächlich hätte sie in ein Penthouse ziehen können, wenn sie gewollt hätte. Es schien ihr nur nicht der Mühe, Wert auszuziehen. Doch heute Abend empfand sie das Zimmer plötzlich wie ein Käfig. Wie hatte sie nur so abgestumpft sein können, dass sie dessen Klaustrophobie hervorrufender Abmessungen nicht bemerkt hatte? Als sie das Ausmaß ihrer Apathie begriffen hatte, war es wie eine Ohrfeige, die ihren Kopf dröhnen ließ, doch nicht stark genug, um ihre heftige Reaktionen auf die Wände um sie herum zu dämpfen. Sie begann zu schwitzen, riss sich das Sweatshirt vom Leib und ließ es aufs Bett fallen, doch davon wurde ihr auch nicht kühler. Wasser. Wenige Minuten nachdem ihr dieser Gedanke durch den Kopf gegangen war, trug sie einen schwarz glänzenden, einteiligen Badeanzug und darüber einen Frottee-Bademantel. Die Nachteulen, denen sie auf ihrem Weg zum Swimmingpool der Akademie begegnete, hielten nur kurz an, um Hallo zu sagen, bevor sie weiter ihre Wege gingen. Und so glitt sie schon kurz darauf in das Stillfuhr ihr liegende blaue Wasser, das ihr Frieden versprach. Schwimmen, schwimmen, Luft holen, schwimmen, schwimmen, Luft holen. Der Rhythmus war besser als Meditation. Sie brauchte zehn Bahnen, danach war sie ruhig. Doch sobald sie in ihr Zimmer zurückgekehrt war, befiel sie wieder das Gefühl, ersticken zu müssen. Jetzt, da ihr seine winzigen Ausmaße aufgefallen waren, konnte sie den Gedanken daran nicht mehr verdrängen. Auf keinen Fall würde sie Schlaf finden, selbst wenn sie sich zwang, ins Bett zu gehen. Ihre Albträume, bösartige, reißende Dinger, waren auch so schon schlimm genug, ohne zusätzliche klaustrophobische Ängste. Sie hatte am Pool geduscht, jetzt zog sie sich frische Kleidung an und griff nach ihrem Laptop. Zu dieser Nachtzeit war die Bibliothek ruhig, aber nicht ausgestorben. Es waren zwei Ausbilder da, die an ihren Forschungsarbeiten saßen, und eine Jägerin, die aussah, als käme sie von einem bewegten Auftrag. Ein einziger Blick auf das glänzende, dunkle Haar, die abgetragenen Stiefel und Onnas Mundwinkel hoben sich in freudiger Überraschung. »Ashwini?« Die große, langbeinige Jägerin legte das Buch weg, in das sie geblickt hatte, und drehte sich zu ihr um. Ein Lächeln erhellte mit einem Mal ihr Gesicht, machte es atemberaubend statt einfach nur schön. Sie stieß eine laute Überraschung aus und umrundete den Bibliothekstisch, um Onna fest in die Arme zu schließen. Keine Spur war mehr von dem Messerkampf zu sehen, in dem sie erst vor kurzem schwer verwundet worden war. Lachend erwiderte Onna die Umarmung. Ash war eine der wenigen Personen, deren körperliche Nähe ihr selbst direkt nach dem Überfall keine Probleme bereitet hatte. Vielleicht lag es daran, dass die Jägerin ihre beste Freundin war. Und vielleicht auch daran, dass Ashwini diejenige gewesen war, die ihr die Augenbinde heruntergerissen und die Fesseln zerschossen hatte, die sie wehrlos gefangen gehalten hatten, als ihr Körper nur ein Nahrungsmittel für ihre Kidnapper gewesen war. »Ich bin bei dir, Onna. Diese Tiere werden dich nie wieder anfassen.« »Was machst du hier, du Irre?«, fragte sie und versuchte ihre Gedanken lieber auf ihre Freunde zu richten, die sie niemals aufgegeben hatten, statt auf den üblen Gestank einer abscheulichen Erinnerung. Ashwini drückte ihr einen lauten Kuss auf die Wange, bevor sie sich aus der Umarmung löste. »Ich wollte dich besuchen. Du warst nicht in deinem Quartier, deshalb bin ich hergekommen, um auf dich zu warten.« Als jemand laut »Psst« sagte, sah sie sich um und verdrehte die Augen. »Sehr lustig, die Marco. Wurde bei deiner letzten Party nicht wegen Lärmbelästigung die Polizei gerufen?« Der hochgewachsene Jäger mit den hellen Haarsträhnen war unschwer als Mann zu erkennen, der die Sonne liebte. Er grinste und zeigte mit dem Finger auf sie. »Ich hab gewusst, dass du da bist, du verrücktes Huhn.« »Das hier ist eine Bibliothek, Leute«, sagte der letzte Mann im Raum. Seine verschrammten Stiefel lagen auf einem Lesetisch und sein Gesicht war hinter einem offenen, in Leder gebundenen Buch verborgen. Ash und die Marco johlten, denn Ransom war der letzte, den man in einer Bibliothek erwartet hätte. Allerdings hieß es, dass er mit einer Bibliothekarin zusammenlebte. Das, dachte Anna, würde sie erst glauben, wenn sie es sah. Jetzt legte er das Buch in den Schoß und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. »Damit ihr's wisst, ich gebe einen fortgeschrittenen Kurs darüber, wie man mit der Bruderschaft der Flügel fertig wird, wenn es nötig ist.« Ashwini schlenderte zu Ransom hinüber, um mit seinen traumhaft schönen Haaren zu spielen. Sie löste den Zopf, den er üblicherweise trug, und fuhr mit den Fingern durch die Flechten. »Welche Pflegespülung benutzen Sie, Professor Ransom? Ich spiele mit dem Gedanken, die Marke zu wechseln.« »Ach, lass mich doch in Ruhe.« Ausgesprochen ohne Schärfe und mit einem Seitenblick auf die Marco, »ich hab Hunger.« Dieser zögerte kurz, dann nickte er entschieden. »Ja, ich auch.« So kam es, dass Onna sich mit drei anderen Jägern im ansonsten menschenleeren Speisesaal wiederfand und mit ihnen Blödsinn redete. Das hatte sie seit Monaten nicht mehr getan. Sie hatte sogar ihre Freundin Ash weggeschickt, wenn sie versucht hatte, sie zum Ausgehen zu überreden, und jetzt verstand sie nicht mehr, warum. Zum ersten Mal, seit sie aus diesem Höllenloch entkommen war, in dem sie beinahe gestorben wäre, fühlte sie sich real, als eine Person, nicht wie ein vergessener Schatten oder ein durchscheinendes Trugbild. »Lügt dir doch nicht selbst etwas vor, Anna.« Sie hatte sich sehr real und sehr lebendig gefühlt, als sie im Turm gewesen war. Unterkühlt von einer Angst, die ihre Haut vor Schweiß hatte klebrig werden lassen, und von dieser tief verwurzelten Anziehung zu einem Vampir, in dessen Blick Sex gelegen hatte, als er sie ansah, die dunkle Art von Sex, die mit Scheinen verbunden war, aber dennoch lebendig. Ihre Finger schlossen sich fest um den Henkel ihres Kaffeebechers. Sie hatte schon ein getoastetes Käsesandwich und eine Banane gegessen. Zum ersten Mal seit Monaten war sie wirklich hungrig gewesen, obwohl sie, dank des strikten Essensplans, den der Ernährungsberater der Gilde aufgestellt hatte, im Laufe des letzten halben Jahres langsam wieder zu einem gesunden Gewicht zurückgefunden hatte. Nichts davon hatte nach etwas geschmeckt, und sie hatte sich nur gefügt, weil es einfacher gewesen war, als zu widersprechen. In Dimitris' Blick war deutlich zu erkennen gewesen, dass ihm ihre Kurven gefallen hatten, und dass es ihn nicht störte, dass ihr natürlicher Körperbau sanduhrförmiger war, als es derzeit modern war. Es würde ihm außerordentliches Vergnügen bereiten, dachte sie, seine Hände über jeden Zentimeter eines weiblichen Körpers gleiten zu lassen. Wenn er nicht in der Stimmung war, ihr ein bisschen wehzutun. »Ist einer von euch schon mal Dimitri begegnet?«, hörte sie sich in einer Gesprächspause sagen. Die Tatsache, dass sie nicht aufführen konnte, in Gedanken die Rundung seiner leichtfülligen Unterlippe nachzufahren. Obwohl sie ohne jeden Zweifel wusste, dass er ihr nicht guttun würde, verstörte sie. Ein gefährliches Schwelgen. Eine kleine Verrücktheit. »Ja«, Ransom schluckte ein bisschen seiner Pop-Tart hinunter. »Damals, als Elena vermisst wurde. Eiskalter Hurensohn. Niemand, dem man in einer einsamen Gasse begegnen möchte.« Eine Herausforderung. Angenommen. Es wäre ein leichtes gewesen, sich einzureden, dass er nur mit ihr gespielt und sich auf ihre Kosten amüsiert hatte. Doch sie war sich ziemlich sicher, dass ein Mann eine Frau nicht mit solch schläfriger Hitze in seinem Blick ansah, wenn er sie nicht nackt und wehrlos, mit weit gespreizten Schenkeln unter sich liegen haben wollte. »Hey«, Ashwini hatte ihre Stimme gesenkt, um unter der Unterhaltung zwischen Di Marco und Ransom hindurchzutauchen. »Ich habe gehört, du warst zu einer Beratung im Turm. Bei Dimitri?« »Ich habe ihm eine Schnittwunde zugefügt«, flüsterte sie. Die Erinnerung an die eigentliche Tat war noch immer ein schwarzes Nichts in ihrem Kopf. Ashwini grinste wild. »Gut gemacht. Der Mistkerl hat es wahrscheinlich verdient.« Anna starrte ihre beste Freundin an und fing an zu lachen. Es war das erste Mal, seitdem Ash und Ransom sie aus dem dreckigen Loch hinausgetragen hatten. Verletzt und vergewaltigt und aus so vielen Bisswunden blutend, dass die Ärzte sie in ein antiseptisches Bad hatten legen müssen, um sicherzugehen, dass sie keine Wunde übersehen hatten. In dieser Nacht hatte Dimitri kein Interesse an Schlaf. Und so stand er auf dem geländerlosen Balkon vor seiner Suite im Erzengelturm, als ein Nachtschatten von Flügeln über ihn hinweglitt, bevor er sich herabsenkte. Der Engel, der neben ihm landete, war ihm ebenso unwillkommen wie gut bekannt. Fawashi, sagte er. Er hatte ihren Besuch erwartet. Der Weg der Erzengelfrau war minutiös verfolgt worden, seit man sie eine Flugstunde vor der Küste Bostons gesichtet hatte. Bist du gekommen, um Anspruch auf Raphaels Territorium zu erheben, solange er im fernen Osten ist? Fawashis heiteres Gesicht verriet keine Regung, als sie ihre Flügel zusammenlegte, deren Farbe ein weiches, erlesenes Elfenbein war. Wir wissen beide, dass er stärker ist als ich, Dimitri. Und selbst wenn er es nicht wäre, du bist der Anführer seiner Sieben. Ich müsste ein Narr sein, mich dir im Kampf zu stellen. Er schnaubte, obwohl sie recht hatte. Seine Stärke als Vampir, gepaart mit seiner Intelligenz und Kampferfahrung, gab ihm die Sicherheit, dass unter seiner Oberaufsicht keine Stadt fallen würde. Und diese Stadt? Er hatte sie schon bewacht, lange bevor sie zu einem viel begehrten Juwel geworden war, und er würde sie niemals in feindliche Hände übergehen lassen. Also bist du gekommen, um mein Ego zu streicheln? schnurrte er, sein Tonfall tödlich wie die Klinge eines Skalpels. Zu schade, aber ich ziehe es vor, dass die Hände, die mich streicheln, nicht einem kaltblütigen Scheusal gehören. Feuer loderte in ihren Augen, ein flüchtiger Eindruck der teuflischen Macht, die sich hinter der Maske der liebreizenden, eleganten und gütigen persischen Prinzessin verbarg. Ich bin immer noch ein Erzengel, Dimitri. Peitschende Arroganz lag in dieser Mahnung, doch dann hoben sich ihre Mundwinkel. Ich war ein Nare, und das ist die Belohnung dafür. Wirst du den Ehrgeiz einer jungen Frau niemals verzeihen? Dimitri starrte sie an, diese Erzengelfrau, die ihnen einen schillernden Augenblick lang hatte glauben lassen, er könne womöglich aus dem Abgrund herauskriechen und wieder das Licht erblicken. Mit ihrem üppigen nerzbraunen Haar, ihren Augen im gleichen satten Farbton, einer Haut wie das sahnige Gold von Persien und dem Körper einer Göttin entsprach Verwaschi vollkommen dem Bild einer Königin. Männer hatten für sie gekämpft, waren für sie gestorben, hatten sie angebetet. Frauen sahen in ihr eine Güte, die Michaela, die schönste unter den Erzengeln, vermissen ließ, und so dienten sie ihr mit bereitwilligen Händen und treuen Herzen, ohne jemals zu begreifen, dass Verwaschi genauso erbarmungslos war wie ihre Brüder und Schwestern im Kader. Ehrgeiz, sagte er, hat seinen Preis. Verwaschi breitete die Flügel aus, wie um sie von der trägen Zärtlichkeit der Nacht umschmeicheln zu lassen, und wandte das Gesicht dem diamantbesetzten Nachtpanorama Manhattans zu. So ein atemberaubend schöner Ort, aber so hart. Mein Land ist sanfter. In deinen Wüsten kann ein Mann zu einem Nichts verbrennen, ohne jemals gefunden zu werden. Er zweifelte nicht daran, dass Verwaschi schon so manche Leiche unter den sanftwogenden Sanddünen vergraben hatte. Das war jedoch nicht der springende Punkt. Er selbst hatte ebenfalls schon einige Leichen begraben. Der springende Punkt war vielmehr die Tatsache, dass sie ihn nicht nur durch eine List dazu gebracht hatte, an sie zu glauben, sondern dass sie von ihm erwartet hatte, dass er an ihrer Leine ging, als ihr höchstpersönlicher Wachhund und Meuchelmörder. Früher, vor so langer Zeit, dass es in einem anderen Leben gewesen zu sein schien, hatte sich Dimitri zu einer Sache, einem Werkzeug, machen lassen. Niemals wieder. Warum bist du hier? Ich wollte dich besuchen? Eine einfache Antwort, doch in ihrer Stimme lag eine weiche, exotische Melodie, die eine Einladung daraus machte. Lass die Vergangenheit dort ruhen, wo sie hingehört. Ich möchte dir wieder den Hof machen. Nein. Als sie die Hand hob, um sein Gesicht zu berühren, packte er sie im Handgelenk und drückte so fest zu, dass er einer menschlichen Frau die Knochen gebrochen hätte. Der letzte Engel, der mir den Hof machen wollte, flüsterte er und beugte sich so weit vor, dass seine Lippen beim Sprechen ihren Hals streiften. Endete in mundgerechten Happen, die ich an die Jagdhunde verfüttert habe. Damals war er es gewesen, der Fawashi umworben hatte. Oder zumindest hatte sie ihn das glauben lassen, obwohl sie ihn diesem Tanz geführt hatte. Das einzig Gute, das ihm diese Erfahrung gebracht hatte, war, dass er niemals wieder den süßen Lügen einer Frau Glauben schenken würde. Er ließ seine Lippen am empfindsamen Rand ihres Ohres entlang gleiten und saugte sanft daran, genau auf die Art, von der er wusste, dass sie davon schwach wurde. Dabei rieb er seinen Daumen über den schneller werdenden Puls an ihrem Handgelenk, das er noch immer festhielt. »Ich habe den Hunden beim Fressen zugesehen«, raunte er und streckte die andere Hand aus, um in der intimsten aller Zärtlichkeiten die Rundung ihrer Flügel zu streicheln. »Und ich habe mir gewünscht, dass ich mir mehr Zeit dabei gelassen hätte, sie mit der Klinge zu zerlegen.« Fawashi entriss ihm ihr Handgelenk und wich einen Schritt vor ihm zurück. Es nützte wenig, ihre Augen waren geweitet, die Haut gerötet. Er lächelte und berührte mit voller Absicht ihre Halsschlagader. »Das Bett ist nicht weit, wenn ihr wünscht, dass ich es euch besorge, M'Lady Fawashi.« Sie zuckte bei der höhnischen Anrede mit keiner Wimper. Immerhin war sie ein Erzengel. Doch in ihrem Ton lag eine Beunruhigung, die ihm früher womöglich den trügerischen Eindruck vermittelt hätte, es würde ihr etwas bedeuten. »Du bist nicht mehr der, der du einmal warst, Dimitri. Einen Mann wie dich möchte ich nicht in meinem Bett haben. Zu schade. Es gibt so viele Dinge, die ich mit Freuden mit dir tun würde. Keines davon hatte etwas mit Vergnügen zu tun. Und jetzt«, sagte er, da er von dem Spielchen die Nase voll hatte, »sag mir, warum du wirklich hier bist.« Eine Strähne ihres dunklen, nerzfarbenen Haares wehte ihr verspielt durchs Gesicht, bevor sie im nachlassenden Wind herunterfiel. »Ich habe die Wahrheit gesagt«, er betrachtete ihr makelloses Profil, während sie einer Gruppe von Engeln zusah, die gerade auf einem der unteren Balkone zur Landung ansetzten, die Flügel nach innen gewölbt, um die Geschwindigkeit ihres Sinkfluges zu verringern. »Raphael und Elias haben Gemahlinnen und sind im Gegensatz zum Rest des Kaders gefestigt. Ich habe beschlossen, es ihnen gleich zu tun. Und du warst der Einzige, der mir als angemessene Wahl erschien.« Die kühle Berechnung einer Unsterblichen. »Ob ich dich jemals wieder in mein Bett lassen werde oder nicht, die Einladung steht. Denk nur daran, über wie viel Macht du als mein Gemahl verfügen könntest.« Mit diesen Worten breitete sie die Flügel aus, die er einst liebkost hatte, während sie sich nackt über ihm aufgebäumt hatte, und flog vom Balkon. Er machte einen kurzen Anruf, um sicherzustellen, dass man ihr folgte, bis sie das Land verlassen hatte. Dann hielt Dimitri das Gesicht in den kühlen Nachtwind, der die wild pulsierende Luft dieser lebendigen Stadt aus Stahl und Glas und Herz vom Hatzen herantrug. Fawashi verstand es nicht und würde es wohl auch nie verstehen. Tatsache war, dass Elena schwach war, viel zu schwach, um die Gemahlin eines Erzengels zu sein. Und doch liebte Raphael sie. Zwar konnte Dimitri als Anführer von Raphael VII eine solche Schwäche nicht akzeptieren, doch der Sterbliche, der er einst gewesen war, der Mann, der eine Frau mit großem Mund und schräg stehenden braunen Augen geliebt hatte. Dieser Mann verstand, was es hieß, jemanden so innig zu lieben, dass es einer Art wunderschönem Wahnsinn gleichkam. Sengende Hitze, verbranntes Fleisch, Schreie, Worte, die sie hätte verstehen müssen und es doch nicht tat. Schmerz, brennend, blendend, doch überlagert von seelischen Qualen. Nein, nein, nein. Von ihrer eigenen Stimme aus dem Albtraum gerissen berührte Honor ihr Gesicht und fand eine Träne auf ihrer Wange. Es erschreckte sie. Wenn sie von dem Keller geträumt hatte, wachte sie meistens starr vor Angst auf. Übelkeit brodelte in ihrem Magen. Manchmal kam sie wütend zu sich, die blutleere Hand um eine Waffe geklammert. Das Einzige, was sie nicht tat, was sie seit ihrer Rettung nicht getan hatte, war weinen. Weder im Wachen noch im Schlafen. Sie rieb mit dem Ärmel über die Träne, um dieses Zeichen von Unbeherrschtheit zu vernichten, und sah sich unsicher in der Bibliothek um. Sie lag verlassen da, und ein Blick auf ihre Uhr zeigte ihr den Grund dafür. Es war fünf Uhr morgens. Ashwini und die Marco hatten sich irgendwann nach eins von ihr und Ransom verabschiedet, und sie erinnerte sich, auch dem anderen Jäger einen Nacht zugemurmelt zu haben, als dieser etwa eine Stunde später zu Bett ging. Jetzt packte sie ihren Laptop und die Fotokopien, die sie von einigen Texten angefertigt hatte, zusammen und machte sich auf den Weg in ihr Zimmer. In ihre kleine, erstickende Zelle von einem Zimmer. So erschöpft sie auch wach war, sie wusste, dass Schlaf undenkbar sein würde. Weil sie davon ausging, dass Ashwini noch wach war, da die Jägerin bei ihrem Aufbruch zu einem örtlichen Jagdeinsatz gerufen worden war, griff sie nach ihrem Handy. Anna, was kann ich für dich tun? Kannst du reden? Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen, nachdem ich den Vampirdeppen abgeliefert hatte. So schnell? Das musste eine Art Rekord sein. Er hatte die intelligente Idee, sich, stell dir das vor, bei seiner Mutter zu verstecken, als ob wir da nicht als erstes nachsehen würden. Momente wie dieser erinnerten Anna daran, dass Vampire einmal Menschen gewesen waren. Es konnte Jahrzehnte dauern, bis die Echos verstummten. Aber sie war sicher, dass in Dimitri nichts mehr davon übrig war. Als du das letzte Mal hier warst, hast du von einer freien Wohnung bei dir im Haus gesprochen, sagte sie, wütend auf sich selbst, weil sie nicht aufhören konnte, an dieses tödliche, sinnliche Geschöpf zu denken, dessen Absichten in seinen Augen unverhohlen zu erkennen gewesen waren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie noch zu haben ist? Nö, ich habe sie nämlich für dich reservieren lassen. Annas Hintern landete auf dem Bett. Du hast es gewusst. Sie ist sehr hell, sagte Ashwini, anstatt auf die implizierte Frage zu antworten. Überall ist Glas, und weil das weiter unten ein Sicherheitsrisiko wäre, ist es im einunddreißigsten Stock. Kann sein, dass ich letzte Woche das Schloss zu deinem Lagerraum geknackt und all deine Sachen rausgeholt und dort eingeräumt habe. Aber wenn du das jemandem verrätst, werde ich behaupten, es seien die Gremlins gewesen. In jedem anderen Moment, bei jeder anderen Person, wäre Anna darüber wütend gewesen. Aber das hier war Ash, die gewusst hatte, dass Anna einen Ausweg brauchte, bevor sie selbst es begriffen hatte. Ich bin dir was schuldig. Soll ich dich abholen? Ich habe noch den Wagen, den ich für die Jagd ausgeliehen habe. Anna sah sich im Zimmer um. Gib mir ein paar Stunden, um hier alles zusammenzupacken. Sie hatte nicht viel, doch es galt das ungeschriebene Gesetz, dass vor dem Auszug das Bett abgezogen werden, der Boden gesaugt und sämtlicher Müll entsorgt werden musste. Wir treffen uns am Tor vor dem Haupteingang. Anna? Ja? Schön, dass du wieder da bist. Er hatte Fawashi angelogen. Dimitri lenkte den Ferrari zurück nach Manhattan, nachdem er eine frühmorgendliche Fahrt zur Engelsenklave auf der anderen Seite des Flusses unternommen hatte. Zu Raffaels Haus. In der Zeit, als er eingesperrt gewesen war, hatte er gedroht, Isis an ihre Jagdhunde zu verfüttern. Doch nachdem er so oft auf das Herz des Engels eingestochen hatte, bis nur noch ein blutiger Brei davon übrig gewesen war, hatte Raphael ihr mit einem einzigen brutalen Ruck den Kopf abgerissen. Danach hatten sie das Scheusal tatsächlich in kleine Stücke geschnitten, aber nicht den Hunden vorgeworfen. Stattdessen hatten sie sie in einem Feuer, das sie mitten auf ihrem Burghof errichtet hatten, zur Asche verbrannt. Im Unterschied zu einem Erzengel hatte Isis nicht über genug Macht verfügt, um sich davon zu erholen. Dimitri hatte die Grausamkeit seiner Tat niemals bereut. Es war notwendig gewesen, um sicher zu sein, dass sie nie wieder auferstehen würde. Er wünschte sich nur, sie hätten mehr Zeit gehabt, sie schreien und betteln und flehen zu lassen, so wie es seiner Ingrid ergangen sein musste. Aber Mischa hatte sich allein und verängstigt, ohne Licht an einem kalten Ort unter dem Bergfried befunden, und zu ihm zurückzukehren war Dimitris oberste Priorität gewesen. »Papa! Papa!« Sein Sohn versuchte, über den Steinboden zu kriechen. Seine kleinen Hände waren angeschwollen und verletzt von den vergeblichen Versuchen, die Fessel von seinem Hals zu reißen. Dieses unaussprechliche Ding, das weder Dimitri noch Raphael hatten entfernen können, ohne ihn zu verletzen. »Scht, Mischa!« Er versuchte, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, sein Leid nicht zu zeigen, als er die misshandelten Hände ergriff und an seine Lippen hob. »Es ist nur ein Kratzer. Papa geht es gut.« Mit dem Schlüssel, den er Eises abgenommen hatte, öffnete er das Eisen, das Mischa gefesselt hatte, und warf es weit fort. »Ich bin jetzt da.« Er hielt den kleinen, fiebernden Körper seines ältesten Kindes fest in den Armen, so fest. »Es wird alles gut.« Dieser Schmerz hatte nie nachgelassen und verhärtete nun Dimitris Brust, als er auf die Fernbedienung drückte, die ihm Zugang zu der weitläufigen Parkgarage unter dem Turm gewährte. Sofort öffnete sich das Tor lautlos und schnell. Der Ferrari schnurrte an seinen üblichen Platz. Wenige Minuten später war er auf dem Weg zum Aufzug, und seine Erinnerungen waren von Mauern umgeben, die noch niemals irgendjemand durchdrungen hatte. Gerade als sich die Türen öffneten, klingelte sein Handy, und die Empfangschefin kündigte ihm Onners Eintreffen an. Eine dunkle Vorfreude vibrierte in ihm, so stark, dass er sie unter keinen Umständen wieder gehen lassen würde, bevor er seinen Hunger gestillt hatte. »Ich werde sie hinauf begleiten,« sagte er. Die Empfangschefin sah ihm entgegen, als er aus dem Aufzug in die Lobby trat. Ihr hübscher Mund war angespannt. »Sir, es ist Dimitri.« Eine elegante, hauchige Frauenstimme. Er drehte sich um und sah, wie sich eine sehr weiblich geformte Blondine von einer Wand abstieß, wo sie offenbar auf ihn gewartet hatte. »Carmen.« Dimitri hatte registriert, dass Honor nur einige Meter entfernt stand. »Hast du geschäftlich im Turm zu tun?« Er gab einem Wachmann mit einem Wink Bescheid, der sich ihm näherte. Der Grund, aus dem sie es bis in die Lobby geschafft hatte, war derselbe, aus dem es Dimitris' Angelegenheit war, mit ihr fertig zu werden. Die umwerfende Menschenfrau mit ihrem zerzausten Haar, das aussah, als wäre sie erst vor einer Sekunde aus dem Bett gestiegen, obwohl ihre Lippen bis zur Perfektion geschminkt und ihre Augen mit Kajal umrandet waren, legte ihm die Hand auf die Brust und strich daran hinunter, um ihre Finger um sein Revers zu falten. »Ich habe mit dir zu tun.« Mit vollendeter Eleganz in ihrer heißblütigen Sinnlichkeit neigte sie den Kopf ein winziges Stück nach links. Die Einladung entging ihm nicht. Er ergriff ihr Handgelenk und zog ihre Hand so sanft weg, dass sie es fälschlicherweise für Zuwendung hielt, bis er sagte, »Wir haben einmal gefögelt, Carmen. Es wird nicht wieder vorkommen.« Ihr Gesicht verfärbte sich. In ihren Augen glitzerte ein Gefühl, das keine Wut war, aber ebenso heiß. »Gott, bist du ein Vieh!« Röte legte sich über die cremefarbenen Ansätze ihrer Brüste, die der tiefe Ausschnitt ihres schlichten Etui-Kleides offenbarte. »Ich tue alles, was du willst.« »Ich weiß.« Es war einer der Gründe, warum er sie nie wieder mit in sein Bett nehmen würde. Sie war von Anfang an zu willig gewesen. Zwar hatte Dimitri nichts gegen Willigkeit einzuwenden. Er mochte es, von seinen Frauen weich und feucht willkommen geheißen zu werden. Doch Carmen wollte mehr als Sex. Dimitri nichts. Nicht mit ihr. Mit keiner Frau. Geh nach Hause, Carmen. Stattdessen drängte sie sich an ihn. Ihre Brustspitzen drückten sich durch den taubengrauen Stoff ihres Kleides und zeigten, dass sie, sexy eleganz hin oder her, keinen BH trug. »Nur noch einmal, Dimitri«, pochender Hunger in ihrem Puls. »Ich will spüren, wie deine Zähne meine Haut durchbohren.« Das Zittern, das sie überlief, war beinahe orgastisch. »Bitte. Nur noch einmal.« »Das kannst du von jedem anderen Vampir haben, Carmen. Das wissen wir beide.« Sie war süchtig nach der Lust, die der Kuss eines Vampirs bereiten konnte, und er hat es erst bemerkt, als er mit ihr im Bett gelandet war. »Ich trinke nicht von der Frau, mit der ich schlafe.« Eine eiserne Regel. Ihre Finger umklammerten das Revers seines Anzugs. »Alles, Dimitri!« »Das solltest du nicht zu mir sagen.« Er gestattete es, dem kaltblütigen, düsteren Raubtier in seinem Inneren an die Oberfläche zu kommen und sich in seinen Augen zu zeigen, als er die Stimme senkte und eine blanke, seidige Drohung hineinlegte. »Ich nehme keine Rücksicht, und ich höre niemals auf, wenn man darum bittet.« Er berührte fast zärtlich ihre Wange. Die Brutalität in ihm drang durch die plötzlich wieder aufkommenden Erinnerungen unbarmherzig wie eine Klinge nach außen. »Willst du, dass ich dir wehtue?« Carmen wurde bleich und wehrte sich nicht, als einer der wache stehenden Vampire auf ein kaum wahrnehmbares Nicken Dimitris hin seine Hand auf ihren Arm legte. Er blickte ihr nach und wandte sich dann zu Onna um. »Nun, von Ihnen«, sagte er halblaut, »von Ihnen möchte ich diese Worte hören.« Angehaltener Atem. »Ich schlafe nicht mit Männern, die darauf abfahren, mich bluten zu lassen.« Beißende Wut lag in diesen Worten, und etwas, das älter war, üppiger, dunkler. Als er bei ihr war, lächelte er und konnte dem Ausdruck ihrer Augen entnehmen, dass er ein bisschen zu viel von sich selbst hatte durchsickern, die Klinge des Kriegers zu tödlich hatte aufblitzen lassen. »Gut,« murmelte er, »das macht es noch süßer, wenn ich sie erst einmal habe.« Flecken zeigten sich auf ihren Wangen, doch er konnte ihr Herzklopfen hören, stotternd und panisch wie das eines kleinen Tierchens, das in der Falle saß. »Ich vögle nicht.« »Sie«, sagte er, und wollte seinen Mund auf ihren Hals pressen und daran saugen. »Würde ich nicht vögeln. Jedenfalls nicht beim ersten Mal.« Trotz der Worte, die er gewählt hatte, war Onna nicht sicher, ob Dimitri in diesem tiefen Schnurren, das sündige Dekadenz und tödliche Warnung zugleich war, überhaupt von Sex sprach. Er hatte Carmen mit einer kalten, berechnenden Drohung verängstigt, wurde von allen anderen Vampiren der Stadt gefürchtet, und doch schaffte sie es, sich gegen ihn zu behaupten. Der Mut dazu kam aus irgendeinem verborgenen Teil ihrer selbst, den sie nicht gänzlich verstand. Vielleicht würde sie zu einem brabbelnden Wrack zusammenklappen, wenn sie allein war, aber sie würde nicht vor diesem Vampir zusammenbrechen, der eine ehemalige Geliebte mit derselben gleichgültigen Distanz betrachtete, wie andere ein Insekt ansahen. »Wenn Sie wissen wollen, was ich herausgefunden habe, dann halten Sie sich verdammt noch mal aus meinem persönlichen Bereich raus.« Er rührte sich nicht von der Stelle. »Zu schade, dass Sie keine von den Bluthunden sind.« »Geruch«, sagte sie, und hielt den Atem an, als sich der zarteste Hauch von schwarzem Pelz und Diamanten um ihre Sinne rankte. Sarah sagte mir, sie könnten mit Geruch verführen. Sie fragte sich, wie viele Jäger er mit nichts als seiner betörenden Gabe nackt und willig in sein Bett gelockt hatte. »Ich bin keine geborene Jägerin«, erklärte sie, obwohl sich gerade erst herausgestellt hatte, dass es in ihrer Blutlinie wahrscheinlich doch eine gab. Und Dimitri wusste das. Seine wunderschönen Lippen verzogen sich zu dem leichtesten aller Lächeln, als er mit dem Kopf in Richtung Aufzüge deutete. »Kommen Sie mit, kleines Kanickel.« Sie biss die Zähne zusammen und zwang sich ihm zu folgen, obwohl ihr das Herz bei dem Gedanken, mit ihm im Aufzug eingeschlossen zu sein, aus der Brust zu springen drohte. Leider war Flucht keine Option. Es gab keinen Ort in dieser Stadt, an dem er sie nicht aufspüren konnte. Und er würde es tun, denn sie hatte etwas, das er brauchte. Die Tatsache, dass er mit ihr schlafen wollte, war nur eine Dreingabe, eine kleine Abwechslung. »Haben Ihre Leute noch irgendetwas an dem Opfer festgestellt?«, fragte sie. Als sie den Aufzug erreichten, hatten sich Schweißperlen auf ihrem Rücken gebildet. Es starb etwa einen Tag, bevor der Kopf gefunden wurde. Dunkle, dunkle Augen folgten jeder Rundung und jedem Schatten in ihrem Gesicht. Sie müssen ihren Puls beruhigen, Honor, sonst werde ich das als Einladung verstehen. Und wir wissen doch beide, wie viel Vergnügen Ihnen meine Reißzähne bereiten würden. Ihr Magen krampfte sich zusammen, geriet in Aufruhr. »Carmen hatte Recht. Sie sind ein Vieh.« In dem Kellerloch hatte einer der Vampire mithilfe seiner Reißzähne etwas in ihr Blut injiziert, das die Sache für den Spender angenehmer machen sollte und sie wieder und wieder gewaltsam zum Orgasmus gebracht hatte. Eine nervenzerrüttende Vergewaltigung ihrer Sinne, gegen die sie sich nicht hatte wehren können. Als er fertig gewesen war, hatte sie sich zu seiner großen Empörung übergeben. Zur Strafe hatte man ihr eimerweise eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen. »Ich würde lieber Nägel essen, als sie an mich ranzulassen.« »Was für ein schmeichelhafter Vergleich. Aber ich muss mein Essen nicht zwingen.« Er wartete mit ausgestrecktem Arm, um zu verhindern, dass sich die Aufzugtüren schlossen. »Wie Sie sehen konnten, kommt es zu mir und fleht mich an.« Der Aufzug fing an zu piepsen, doch er hielt die Tür weiterhin offen. Um nichts in der Welt würde sie ihn gewinnen lassen. Er lächelte, als sie eintrat, und wieder war es das Lächeln eines Raubtiers. Ohne Wärme und ohne jede Spur von Menschlichkeit. Das zitternde Kanickel hat also doch noch ein bisschen Rückgrat. Die Türen schlossen sich zischend. »Wie geht es ihrem Gesicht?«, fragte sie. Es juckte sie, in den Fingern nach ihrem Messer zu greifen. Er drehte den Kopf so, dass sie die Wange sehen konnte, die sie aufgeschlitzt hatte. Der dunkle Honigton seiner Haut war wieder glatt und warm und gesund, eine Haut, die zum Anfassen einlud. Wenn man vergaß, dass er so gefährlich war wie eine Kobra, die ihre Beute beobachtete. »Der tätowierte Vampir«, sagte er, lässig gegen die Wand gelehnt, mit einer Stimme, die wir in langsames Streicheln war. »War gerade erst erschaffen worden, höchstens zwei Monate alt. Er hätte nicht frei herumlaufen dürfen.« Stirnrunzelnd kaute sie auf der Innenseite ihrer Lippe herum. »Jäger kommen normalerweise nicht mit so jungen Vampiren in Kontakt. Ich habe gehört, sie sollen relativ schwach sein.« »Schwach« ist nur ein Wort. Den Blick auf die Türen gerichtet, bedeutete er ihr, mit einem Nicken herauszutreten, als sie sich öffneten. Sie rührte sich nicht von der Stelle. »Nach ihnen.« »Wenn ich ihnen an die Kehle wollte, Anna«, sagte er im gleichen trügerisch-lässigen Tonfall, »hätte ich sie längst an die Wand gedrückt, bevor sie auch nur eine Bewegung gesehen hätten.« »Ja, das wusste sie.« »Es änderte nichts.« »Ich kann den ganzen Tag hier stehen bleiben.« Wieder streckte Dimitri den Arm aus, um zu verhindern, dass sich die Tür schloss. Wer waren sie, bevor sie denen in die Hände gefallen sind? Dass er wusste, wie sie erniedrigt und entwürdigt worden war, weniger wert als ein Tier, traf Anna in ihrem Stolz, an dessen Existenz sie gar nicht mehr geglaubt hatte. Doch sie fand ihre Stimme durch den Zorn, der seit jenem Tag, an dem sie aus dem Kellerloch gestolpert war, in spröder Stille in ihr gewachsen war. »Ich habe ebenfalls eine Frage.« Eine Augenbraue hob sich. »Warum zum Teufel laufen die Schlimmsten von denen noch immer frei herum?« Während sie in diesem Körper gefangen war, der die Wunden und die gebrochenen Knochen nicht vergessen konnte, und vor allem nicht den quälenden Verlust ihrer freien Entscheidung darüber, ob sie berührt werden wollte oder nicht. Ein kaltes, kaltes Etwas schwamm hinter Dimitris dunklem Blick, weil sie noch nicht wissen, dass sie tot sind. Eisige Worte. »Möchten Sie zusehen, wie ich Sie zum Schreien bringe?« Ihr gefrohr das Blut in den Adern. Dimitri lächelte. »Welche Fantasien haben Sie gehabt, kleines Kanickel. Ihnen die Augen auszustechen und sie nachwachsen zu lassen, damit Sie es nochmals tun können.« Ein schreckliches, sinnliches Flüstern. Ihnen mit einem Hammer die Knochen zu brechen, während Sie bei Bewusstsein sind. Ohne eine Antwort abzuwarten trat er aus dem Aufzug. Sie folgte ihm und starrte auf die schwarze Anzugjacke, die so perfekt auf seinen breiten Schultern und den anmutig spielenden Muskeln saß. Alles an Dimitri war äußerst kultiviert, selbst seine Grausamkeit. Und doch war er erschreckend nahe dran gewesen, die teuflischen Träume zu erraten, denen sie nachhing, wenn sie sich vorstellte, ihre Angreifer in ihrer Gewalt zu haben, in einem kalten Raum ohne Licht, wie es bei ihr der Fall gewesen war. »Ich weiß das«, sagte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen, »weil ich einmal jemandem die Zunge herausgeschnitten habe, der mich gefangen gehalten hatte.« Etwas, das in ihr geschlummert hatte, reckte erwachend seine Glieder. Ein wartender, alter Teil von ihr, der nach der Antwort auf diese Frage gierte, die sie nun stellen musste. »Hat es gereicht?« »Nein. Aber es war trotzdem befriedigend.« Er trat durch die Tür seines Büros und ging hinüber zu den Fenstern. »Wer behauptet, Rache fräse einen auf, liegt falsch. Das tut sie nicht. Nicht, wenn man es richtig anstellt.« Er sah sie über die Schulter hinweg an und schenkte ihr ein Rasiermesser scharfes Lächeln, das sie gleichermaßen faszinierte und ängstigte. »Ich werde dafür sorgen, dass Sie dabei sind, wenn ich sie fasse.« »Sie scheinen davon überzeugt zu sein, dass Sie sie fassen werden?« Er antwortete nicht, als wäre es selbstverständlich, dass er seine Beute zur Strecke bringen würde. »Kommen Sie her, Honor!« Ein Befehl, verwoben mit dem schwachen Aroma eines exotischen Gewürzes, das ihre Brüste anschwellen und ihren Atem stocken ließ. Wie gut, dass offenbar nur wenige Tropfen Jägerblut durch ihre Adern flossen. Selbst vor dem Angriff, beim Sprechen bohrten sich ihre Fingernägel in die Handflächen, war ich nicht der Typ Jägerin, der mit Vampiren gespielt hat. Sie hatte zwar nichts gegen ihre Brüder und Schwestern, die sich vampirische Liebhaber nahmen, doch sie kannte sich selbst gut genug, um zu wissen, dass sie eine Art von Bindung brauchte, die ihr die beinahe Unsterblichen nicht geben konnten. Sie lebten zu lange. Liebe war ein Spaß für sie, Treue zu einer Sterblichen lächerlich. »Ich habe es nie reizvoll gefunden, eine Mahlzeit zu sein.« Dimitri drehte sich um und lehnte sich an die Spiegelglas-Scheibe, die einen weiten Blick über Manhattan bot. Seine maskuline Schönheit zeichnete sich scharf vor dem gleißenden Sonnenlicht in seinem Rücken ab. »Oh, aber ich glaube, sie würden einen köstlichen Snack abgeben.« Dimitri sah zu, wie die Jägerin auf der anderen Seite des Zimmers ihre Laptoptasche von der Schulter nahm und sie auf den Schreibtisch legte, bevor sie den flachen Computer herausholte. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Brüste drängten sich gegen ihr Sweatshirt, doch ihre Worte waren auch weiterhin unbeirrbar konzentriert. »Wir können den ganzen Tag Spielchen spielen, oder ich kann Ihnen zeigen, was ich herausgefunden habe.« »Dimitri, hör mit den Spielchen auf!« Worte in einer fernen Sprache, doch für ihn so klar wie das Sonnenlicht. An jenem Tag war sie sauer auf ihn gewesen, seine Ingrid. Und doch hatte er sie schließlich ins Bett gezogen, sie bis auf die Haut ausgezogen und jeden Zentimeter ihres kleinen, üppigen Körpers geküsst. Er liebte es, sich in ihr zu versenken, seine Hände mit ihren Brüsten zu füllen, die Beine zwischen ihre weicheren, üppigeren gezwängt, während er an ihrem Mund und ihrem Hals saugte und leckte. An diesem Tag hatte sie Katharina empfangen. Das jedenfalls hatte Ingrid immer behauptet. »Deshalb ist deine Tochter immer so schlecht gelaunt.« »Dimitri?« Er senkte die Lieder, um eine Erinnerung festzuhalten, die nichts als den Schmerz und das Grauen enthielt, die darauf folgen sollten, doch sie entwischte ihm. »Ich höre Ihnen zu«, sagte er, die Augen auf Honor gerichtet. Ihr Blick ruhte auf ihn und plötzlich befiel ihn ein äußerst befremdliches Gefühl, als hätte er diese Situation schon einmal erlebt. Doch dann blinzelte sie und senkte den Blick, und es ging vorüber. »Die Tätowierung ist nicht in unserer Datenbank. Trotzdem habe ich vorsichtig meine Fühler im internationalen Jägernetzwerk ausgestreckt.« Dimitri hatte sich ebenfalls in einem Netzwerk hochrangiger Vampire umgehört, die entweder an mächtigen Höfen lebten oder mit diesen zusammenarbeiteten. Kooperationen auf dieser Ebene waren weitaus verbreiteter, als die meisten Leute glaubten. Die Dinge wurden erst dann problematisch, wenn Fragen der Gebietshoheit und Macht berührt wurden. Konnten sie die Textzeilen entziffern? Ihre Augen funkelten. Zum ersten Mal sah er ein solches Licht in ihnen. Es faszinierte ihn, dieses plötzliche strahlende Leben in ihr. Das, dachte er, das war sie, bevor man sie gebrochen hatte. Bevor sie gelernt hatte, in jedem ihrer Atemzüge Furcht zu schmecken. Er wusste, wie es war, zerbrochen zu werden. Besser, als sie sich vorstellen konnte. »Sieh zu, Dimitri!« »Nein, nicht!« Er zerrte an seinen Ketten, bis seine Handgelenke bluteten. »Ich werde alles tun, was du willst!« »Ich werde auf Händen und Knien kriechen!« Gelächter, wunderschön und tönisch. »Das wirst du sowieso!« »Nein, nein, bitte!« Die Sprache. Annas Stimme vermischte sich mit einem der schmerzhaftesten Augenblicke seiner jahrhundertelangen Existenz. Ist dem Aramäischen sehr ähnlich, aber nicht damit identisch. Es ist fast, als ob jemand Aramäisch als Grundlage genommen hätte, um daraus seine eigene... Ein Luftzug hob die feinen Haarsträhnen an, die sich aus der Spange in ihrem Nacken gelöst hatten. »Ich würde es für ein Code halten. Die Zeilen sind ein Code.« Als er näher trat, angezogen von ihrer Sanftheit sah er, wie sie sich versteifte. »Können Sie ihn entschlüsseln?« »Es wird schwierig bei so wenig Material,« sagte sie, ohne zurückzuweichen. »Aber ja, ich denke schon. Ich habe schon damit angefangen.« Er wollte sie schon nach den Einzelheiten fragen, als sein Handy klingelte. Mit einem Blick auf das Display erkannte er, dass es Jason war, Raphaels Meisterspion und ein Mitglied der Sieben. »Du hast etwas gefunden?« fragte er den Engel, die Aufmerksamkeit auf Onnas Locken gerichtet. »Gewissermaßen. Ich bin in fünf Minuten da, um darüber zu sprechen.« Dimitri legte auf und ließ seine Blicke über den Himmel schweifen, um nach Jasons unverkennbarer, schwarz geflügelter Gestalt Ausschau zu halten. Er fand die nicht, was kein Wunder war, da Jason die Angewohnheit hatte, hoch über der Wolkendecke zu fliegen, um dann mit atemberaubender Geschwindigkeit hinabzustoßen. Als Dimitri sich wieder zur Honor umwandte, sah er, dass sie ihn anstarrte. »Wenn mich eine Frau so ansieht,« raunte er in bewusster Provokation, »betrachte ich das normalerweise als Aufforderung, mir alles zu nehmen, was ich will.« Ihre Finger krampften sich um den Stift, den sie in der Hand hielt, und sie erhob sich zu ihrer vollen Größe. »Ich habe mir eben überlegt, dass sie wie ein Mann aussehen, der mein Genick mit der gleichen unmenschlichen Ruhe zerbrechen könnte wie ein Handy.« Dimitri steckte die Hände in die Taschen. »Den Verlust meines Handys würde ich mehr bedauern.« Er hatte es gesagt, um sie zu schockieren, doch ein Teil von ihm war nicht sicher, ob es nicht tatsächlich der Wahrheit entsprach. Onners Blick verharrte auf seinem Gesicht. Ihre mitternachtsgrünen Augen lagen voller Geheimnisse, die zu alt waren, um einer Sterblichen zu gehören. Doch diese Sterbliche hatte in den Monaten, in denen sie der Gnade jener ausgeliefert gewesen war, die keine kannten, eine ganze Ewigkeit durchlebt. »Jeder weiß,« sagte sie jetzt, »dass Vampire früher Menschen waren. Bei ihnen bin ich mir da nicht so sicher.« »Ich auch nicht.« Diese Worte waren eine Lüge. Der Beweis waren die erwachenden Erinnerungen, die denselben Zorn, dasselbe Grauen und dieselben Qualen auslösten, die er damals gefühlt hatte. In einer Zeit, die so weit zurücklag, dass sie für die Sterblichen nur noch eine Legende war. Doch Honor hatte kein Recht, das zu wissen. Nur vor Ingrid hätte er seine Seele offenbart, und seine Frau war lange tot. Asche im niemals verzeihenden Wind. Dimitri, wir treffen uns auf dem Balkon, Jason. Obwohl sich ihre Reichweiten und speziellen Fähigkeiten drastisch voneinander unterschieden, konnten alle Mitglieder der Sieben auf mentaler Ebene miteinander kommunizieren, was in manchen Situationen ein unschätzbarer strategischer Vorteil war. »Gehen Sie noch nicht, Honor. Ich möchte nicht nach Ihnen suchen müssen.« Honor beobachtete, wie Dimitri durch die kleine Tür trat, die auf den Balkon hinausführte. Ein Engel, dessen Flügel so schwarz wie das unendliche Herz der Nacht waren, segelte hinab, um im nächsten Augenblick mit geräuschloser Anmut auf dem äußeren Rand zu landen. Honor hielt die Luft an, als sie die Tätowierung sah, die die linke Seite seines Gesichts bedeckte. Verwirbelte Linien und Punkte, die über den Kurven Funken sprühten, schufen ein beeindruckendes Kunstwerk. Wunderschön und unvergesslich passte es zu dem Gesicht, in dem die unwiderstehliche Kraft des Pazifiks lag, vermischt mit anderen Kulturen, die Honor nicht eindeutig identifizieren konnte. Sein Haar, das ihm bis zur Mitte der Schulterblätter reichte, war ordentlich zu einem Zopf zusammengebunden. In seinem makellosen schwarzen Anzug, dem leuchtend blauen Hemd und mit seinen Haaren, die gerade lang genug waren, dass eine Frau mit den Fingern hindurchfahren wollte, war Dimitri ebenso großstädtisch und kultiviert, wie der Engel kantig war. Doch eines war klar. Beide waren geschärfte Klingen, mit allen Wassern gewaschen und skrupellos. Jason warf einen Blick durch das Spiegelglasfenster. »Honor St. Nicholas«, sagte er, »als Neugeborene ausgesetzt und auf der Türschwelle einer kleinen Kirche in North Dakota gefunden, benannt nach der Nonne, die sie fand, und dem Schutzheiligen der Kinder. Keine bekannte Familie.« Jasons Wissen überraschte Dimitri nicht. Der Engel galt nicht umsonst als bester Meisterspion des Kaders. »Ich nehme nicht an, dass du hergekommen bist, um mit mir über Honor zu sprechen.« Der Engel legte seine Flügel enger an den Körper, denn ein kräftiger Wind fegte über den Balkon, der hoch über dem rasenden Puls der Stadt in der Luft hing. »Da ist etwas Irritierendes in deiner Stimme, Dimitri.« Es war eigenartig, wie gut Jason die Feinheiten im Verhalten von Leuten lesen konnte, obwohl der Engel es vorzug, für sich zu bleiben. »Solange du Honor gegenüber keine Absichten hegst,« sagte er, »brauchst du dir darum, keine Gedanken zu machen.« Jason schwieg einen langen Augenblick, und nur der Wind strich flüsternd über seine Flügel. »Weißt du, was ihr angetan wurde?« »Ich kann es mir denken.« Im Gegensatz zu Jason war ihm der Blutrausch, der in den Erschaffenen wohnte, sehr vertraut. Dimitri hatte ihn von Anfang an unter Kontrolle gehabt, vielleicht weil er seinen Zorn darin abreagiert hatte, auf Isis Leiche einzustechen, vielleicht auch, weil er fest entschlossen gewesen war, sich niemals wieder von nichts und niemandem versklaven zu lassen. Doch das hieß nicht, dass er nicht existierte. »Sie ist stärker, als sie scheint.« »Bist du sicher?« »Woher diese plötzliche Besorgnis um eine Jägerin?« Jason sah alles, doch er zog es vor Abstand, zu denen zu halten, die er beobachtete. Jason antwortete nicht darauf. »Ich habe Nachrichten von Nias Territorium.« Die Erzengelfrau von Indien war mächtig und bewegte sich schon seit der Hinrichtung ihrer Tochter am Rande der Zurechnungsfähigkeit. »Etwas, weswegen wir uns Sorgen machen müssten?« »Nein. Es scheint mit nichts anderem in Verbindung zu stehen.« Er folgte einem Hubschrauber mit den Augen, der auf einem Dach außerhalb des Turmbereichs zur Landung ansetzte. »Offenbar ist ein Engel verschwunden, gerade mal seit zwei Jahren aus der Zufluchtsstätte raus.« Dimitri runzelte die Stirn. »Davon kann sie nichts wissen.« So junge Engel wurden gewöhnlich dem Kommando eines höherrangigen Vampirs oder Engels unterstellt. »Nein, der Vampir, Callistos, der für den Engel verantwortlich war, ging davon aus, dass der Jüngere zur Zufluchtsstätte zurückgekehrt sei.« Das war an und für sich nicht weiter verdächtig. Ein ranghoher Vampir am Hof eines Erzengels hatte eine Menge auf seiner Agenda, und es war nicht unüblich, dass ein junger Engel wie der Blitz in die Sicherheit der verborgenen Engelsfestung zurückkehrte, wenn er zum ersten Mal von der echten Welt gekostet hatte. »Hast du die Zufluchtsstätte alarmiert?« Aeon und Galen führen Befragungen durch. Der schwarzgeflügelte Engel sprach von zwei weiteren Mitgliedern der Sieben. Dimitri nickte. Um die Jungen kümmerte man sich immer, unabhängig von den territorialen Grenzen. Ich spreche mit den anderen Stellvertretern im Kader und versuche herauszufinden, ob ich etwas Licht in die Angelegenheit bringen kann. Engel verschwinden nicht einfach. Nein. Aber ich habe mitunter erlebt, wie die Jugendlichen ein bisschen sehr wild wurden, nachdem sie die Zufluchtsstätte zum ersten Mal verlassen hatten. Jason hatte meist mit den Ältesten der Engel zu tun, auch mit Erzengeln, doch Dimitri stand zudem weiter mit den Jüngeren in Kontakt, denn er wollte auf jeden ein Auge haben, der in Raffaels Gebiet kam. »Einmal habe ich einen männlichen Jungengel bis zu einer Partyinsel im Mittelmeerraum verfolgt. Er schüttelte den Kopf über diese Erinnerung. Der Junge hockte da in einem Baum und beobachtete die Nachtschwärmer. Ein solches Ausmaß von Hedonismus hätte er sich niemals vorstellen können.« »Diese Unschuld.« Jason trat ganz dicht an den Rand des Balkons. »Bei Estet,« sagte er, »geht etwas vor. Maya konnte noch keine Einzelheiten dazu herausfinden, aber sie bleibt dran.« Estet war der Erzengel der pazifischen Inseln und jemand, der keine politischen Spielchen zu spielen schien. Ich dachte, sein Verhalten hätte etwas mit Sally Yanes Erwachen zu tun. Es gab immer Begleiterscheinungen, wenn ein Erzengel wieder zu Bewusstsein kam und Raphaels Mutter gehörte zu den Ältesten der Uralten. Vielleicht ist es nichts, die Gerüchte stammten aus einer anderen Quelle. Die Augen auf die im Sonnenlicht schillernde Stadt gerichtet, sagte er, »Du bist älter als ich, Dimitri.« »Nur dreihundert Jahre.« Ein Scherz zwischen den beiden Männern, die schon länger lebten, als sich die meisten anderen auch nur vorstellen konnten. Ich habe Elena gefragt, wie es war, sterblich zu sein. Sie sagte, dass Zeit auf eine Weise wertvoll sei, die ein Unsterblicher niemals begreifen könne. Sie hat recht. Dimitri hatte beides gekannt, und wenn er die Zeit hätte zurückdrehen können, um Isis zu vernichten, bevor sie sich ihm und den Seinen genähert hatte, würde er es ohne Zögern tun, obwohl es bedeuten würde, dass er binnen weniger Jahrzehnte sterben müsste. Als Sterblicher habe ich mehr empfunden als in all den Jahrhunderten danach. »Wirst du mich noch lieben, wenn ich mit unserem Baby fett und schwerfällig bin?« Er legte die Hand auf die Wölbung ihres Bauchs, berührte mit den Lippen ihre Augenlider, ihre Nasenspitze, ihre Lippen. »Ich werde dich auch dann noch lieben, wenn ich Staub im Wind bin.« Ona beobachtete, wie Dimitri zu dem schwarz geflügelten Engel hinaustrat und stieß zischend die Luft aus, als sie sah, wie nah er an der brüstungslosen Kante stand. Im Gegensatz zu dem Engel hatte er keine Flügel, wenn er fiel, und doch zeugte die Sicherheit, mit der er dort stand, davon, dass ihn diese Möglichkeit nicht im Mindesten kümmerte. Eine Bewegung in der Luft hinter ihrem Nacken. Sie fuhr herum und entdeckte in der Tür den Vampir mit der breiten Sonnenbrille. »Dimitri ist draußen!« Ohne ein Wort zu sagen, trat er genau in dem Augenblick auf den Balkon hinaus, als der schwarz geflügelte Engel einen Schritt über die Kante machte. Seine unglaublichen Flügel verschwanden für einen Augenblick, bevor er sich in atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe schwang. An jedem anderen Tag hätte sie seine Flugbahn mit den Augen verfolgt, doch heute war ihre Aufmerksamkeit auf Dimitri fixiert, dessen Gesicht zu Granit wurde, nachdem er gehört hatte, was ihm der andere Vampir mitzuteilen hatte. Er kam herein und sagte, »Hören Sie auf damit, wir müssen aufbrechen!« Ein überheblicher Befehl, doch sie nahm die Spannung in der Luft war und wusste Bescheid. »Hat man den Rest der Leiche gefunden?« Noch während sie sprach, zog sie die Datenkarte aus dem Laptop und steckte sie ein, falls sie nicht direkt würde zurückkehren können, um das Gerät abzuholen. Er. Dimitris Telefon klingelte, als sie den Aufzug betraten, doch der Empfang brach offenbar nicht ab, denn er führte ein kurzes, harsches Gespräch. In der Zwischenzeit drehte sich der andere Vampir um und sah sie an. Er sagte nichts, und seine spiegelnde Sonnenbrille machte es ihr unmöglich, in seinem Gesichtsausdruck zu lesen. Um sich davon abzulenken, dass sie mit zwei tödlichen Raubtieren in einem Stahlkäfig gefangen war, sagte sie, »Sonnenbrillen im Dunkeln als modisches Statement sind schon mindestens so lange out wie die Dauerwelle.« Er zeigte ihr blitzend die Zähne, nicht jedoch die Reißzähne. »Sie würden nicht wissen wollen, was sich hinter den Gläsern verbirgt, Schätzchen.« Das letzte Wort war die höhnische Parodie eines Kuse-Worts, bei der sich jedes Haar an ihrem Körper in einer defensiven Warnung aufrichtete. »Venom«, der Vampir wandte sich wieder der Tür zu, doch seine Mundwinkel zuckten. »Soll ich euch fahren?« »Nein, wir nehmen den Ferrari. Nimm du einen anderen Wagen, damit du dort bleiben kannst.« »Zu Fuß wäre ich vielleicht schneller, und ich hätte die Möglichkeit, die Menge zu beobachten, ohne dass es jemand bemerkt.« »Los!« Nie zuvor hatte sie es als so angenehm empfunden, in das künstliche Licht einer unterirdischen Garage hinauszutreten. Sie war sich ziemlich sicher, dass Venom, wenn Dimitri ihn nicht an der Leine gehalten hätte, ihr seine Reißzähne auf mehr als eine Weise gezeigt hätte. »Jetzt weiß ich, dass sie wichtig sind«, sagte sie, als sich herausstellte, dass der Ferrari mit dem offenen Verdeck auf dem Platz direkt am Aufzug geparkt war. »Wenn Sie dafür so lange gebraucht haben, Honor, sind Sie begriffsstutziger, als Sie aussehen.« Diese Stichelei ärgerte sie nur wenig, zumal Dimitri ganz offensichtlich nicht ganz bei der Sache war. Während sie sich in das butterweiche Leder des Beifahrersitzes sinken ließ, sah sie zu der Stelle hinüber, an der Venom die Garage verlassen hatte. »Was hat es mit der Sonnenbrille auf sich?« »Sie haben noch nichts davon gehört?« »Er ist schon lange genug in der Stadt, um mit zahlreichen Jägern in Kontakt gekommen zu sein.« Ich habe nicht viel hier im Land gearbeitet. Davor, als sie aus der Sicherheitszone des Turms und hinein in die Musik Manhattans fuhren, komplett mit plärrenden Hupen, gebrüllten Beleidigungen und tausend gleichzeitig geführten Handygesprächen, schien es ihr, als atmete sie zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder richtig durch. Wenn ich in der Stadt war, hatte ich keinen Anlass, mit den Mitarbeitern des Turms in Verbindung zu treten. In diesem Fall, ein erheiterter Tonfall, werde ich es Venom überlassen, sie damit zu überraschen. Der Geräuschpegel der Stadt schwoll an, je weiter sie sich vom Turm entfernten. Bei ihrer ersten Ankunft hatte New York sie überwältigt. Damals war sie gerade aus dem Bus aus North Dakota gestiegen. Es war nicht ihr Zuhause. Das war nirgendwo. Aber zumindest war hier die Gilde. Ashwini und Sarah lebten hier. Außerdem die Marco, Ransom und Vivek. Freunde, die mit nicht nachlassender Ausdauer nach ihr gesucht hatten und die für sie sterben würden, wenn es darauf ankäme. Das war etwas. Und es gab ihr einen Ankerpunkt, wenn alles andere außer Kontrolle geriet. Wo wurde die Leiche gefunden? Am Times Square. Auf ihre Ungläubigkeit folgte eine plötzliche gedankliche Verbindung. Der Ort, an dem Raphael den Vampir bestraft hat? Der Vorfall war legendär. Der Erzengel hatte dem Vampir jeden einzelnen Knochen im Leib gebrochen und ihn dann für drei lange Stunden mitten auf dem Times Square liegen gelassen. Kalt, kalkuliert und brutal. Diese Bestrafung würde niemand jemals wieder vergessen. Damals hatte sie Mitleid gehabt. Inzwischen wusste sie genau, wie sadistisch die beinahe Unsterblichen sein konnten. Sie waren fähig, sich die verkommensten, entmenschlichsten Gräuel auszudenken. Jetzt verstand sie, dass Raphaels Bestrafung nichts weiter als eine Warnung gewesen war. Ziemlich genau. Dimitri umfuhr einen Lieferwagen, ignorierte das Fluchen eines Taxifahrers, der seine Schimpftirade mitten im Wort abbrach, und starrte eine Geschäftsfrau im Hosenanzug an, die gerade achtlos über die Straße laufen wollte. Sie verharrte mitten in der Bewegung. Ihr Kaffeepaket fiel unbemerkt auf den Asphalt. Dem Zustand der Leichenteile zufolge wurde er nicht in die Tiefe gestürzt, sagte er, als sie an der Frau vorbeisausten. Also müssen die Stücke hierher gebracht worden sein. Teile. Stücke. Keine große Überraschung, schließlich war der Kopf abgetrennt gewesen. Überwachung? fragte sie, als sie das Wunderland aus blinkenden Werbetafeln und überwältigenden Menschenmassen erreichten, den Times Square. Wurde abgezogen. Er stellte den Wagen rechtswidrig mitten auf einer gesperrten Straße ab, auf der sich die Menschenmenge gegen das Absperrband der Polizei drängte, und stieg aus. Alle Personen in seiner direkten Umgebung wichen vor ihm zurück und blieben in Bewegung, während er sich durch die Menge bewegte. Honor folgte in seinem Windschatten und registrierte, dass die Leute das Messer sahen, das sie um ihr Bein geschnallt trug. Die Anspannung auf den Gesichtern ließ nach und wurde durch vorsichtiges Lächeln ersetzt. Jäger waren in der Bevölkerung im Allgemeinen recht beliebt, weil die Leute wussten, dass die Gilde zu ihrer Rettung antreten würde, wenn alles in die Binsen ging und die Vampire die Straßen mit Blut überfluteten. Selbst die schwächeren Vampire in der Menge nickten ihr freundlich zu, gesetzestreue Bürger hatten von der Gilde nichts zu befürchten. Eine Minute später duckte sie sich unter dem Polizeiabsperrband hindurch und blickte auf eine Szene, die eher in ein Schlachthaus gepasst hätte, als in das chaotische, lebhafte Zentrum einer der bekanntesten Städte der Welt. Tausend verschiedene Gerüche umgaben sie. Der unglaublich süße Geruch nach Zucker von dem Chocolatier auf der anderen Straßenseite. Kaffee, bitter und aromatisch, aus dem Laden an der Ecke. Tabakrauch und Autoabgase vermischt mit dem penetranten, säuerlichen Geruch von menschlichem Schweiß. Aber keiner davon konnte den reifen, stechenden Geruch von verwesendem Fleisch überlagern. Die Polizei hatte die meisten Leichenteile in den großen Sporttaschen belassen, in denen sie gefunden worden waren. Doch schon ein flüchtiger Blick auf die obere Hälfte des Rumpfes, der aus einer Tasche gefallen zu sein schien, vermutlich als jemand neugierig geworden war, zeigte, dass der Vampir auf dieselbe brutale Vorgehensweise in Stücke gehackt worden war, die sie schon am Hals festgestellt hatte. Entweder war da jemand richtig sauer, oder es war ihm einfach scheißegal. Dimitri ging neben dem Oberkörper in die Hocke. Versuchen Sie nicht, hierin menschliche Motive zu erkennen. Die Erinnerungen an Ohrfeigen, bei denen ihr als Kind die Lippe aufgeplatzt war, sorgfältig gezielte Schläge an Stellen, an denen Lehrer und Sozialarbeiter die Blutergüsse nicht sehen würden, den Schnitt eines Messers durch fettes Fleisch, als ich spät in der Nacht die Schlafzimmertür geöffnet hatte. Menschen können bösartig sein. Sie bereute nicht, was sie als Kind getan hatte, um sich und andere zu schützen. Als ein Pflegevater sie zum ersten Mal auf eine Weise angesehen hatte, wie kein Mann ein Kind ansehen sollte, hatte sie den Entschluss gefasst, niemals ein hilfloses Opfer zu sein. Und das war auch nicht geschehen, bis zu den Ereignissen in diesem Keller, dem sanften, höhnischen Gelächter und den eleganten, manikürten Händen, die über ihren nackten Körper strichen. Scheißkerle, dachte sie. Die Wut, die in der vergangenen Nacht in ihr erwacht war, loderte noch heller. Was auch geschehen war, sie würde diesen Bestien nicht die Befriedigung gönnen, zu sehen, wie sie sich in der Ecke zusammenrollte und starb. Ja, sagte Dimitri, während dieser Schwur sich tief in Onna eingrub. Aber das hier trägt die Handschrift eines Unsterblichen. Sein Haar glänzte blau-schwarz im Sonnenlicht. Eine sinnliche Einladung. Bevor sie bemerkte, was sie da tat, hatte sie die Finger danach ausgestreckt. Ihr Gesicht brannte, als sie die Hand zurückzog und zu einer Faust ballte. Was war nun mit ihr los? Mal ganz davon abgesehen, dass sie in einem Ort waren, der öffentlicher kaum hätte sein können, war sie sicher, dass er in der Lage war, ihr Dinge anzutun, neben denen der Keller wie ein Kinderspiel aussehen würde. Und doch wollte sie ihn berühren. So sehr, dass sie sein kühles, seidiges Haar beinahe durch ihre Finger gleiten spürte. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? fragte sie und versetzte sich eine kräftige mentale Ohrfeige, um diesem verführerischen Drang ein Ende zu machen. Zerstückelung ist nichts Neues, sagte er in den kühlen, pragmatischen Ton eines Mannes, der die dunklen Zeiten der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit durchlebt hatte. Aber hier geht es nicht darum, wie der Körper in Stücke gerissen wurde. Das war, wie ich glaube, reine Zweckmäßigkeit. Leichter zu transportieren und an einem derart öffentlichen Platz abzulegen. Es geht also um das Spektakel? Beim Nicken fielen Dimitri einige Haarsträhnen in die Stirn. Das und eine Herausforderung. Warum sonst sollte sich jemand die Umstände machen, die Leiche hier, im Herzen von Raphaels Herrschaftsgebiet abzulegen. Dann erkannte sie es, wie Bruchstücke einer alten Sprache, die sich in ihrem Kopf zu einem perfekten Satz zusammenfügten. Aber Raphael ist zurzeit nicht hier, wie jeder weiß, Dimitri. Sie schon. Er verharrte reglos, wie es für einen Sterblichen schlicht unmöglich gewesen wäre. Es war, als käme jeder einzelne Teil von ihm zur Ruhe. Er atmete nicht, blinzelte nicht einmal. Sehr gut, Onna. Scheint eine gute Idee gewesen zu sein, sie dabei zu haben. Vielleicht war es Spott. Vielleicht war es auch der Hochmut eines beinahe Unsterblichen, der seit Jahrhunderten lebte, der den Aufstieg und Untergang von Imperien gesehen hatte, der auf blutgetränkten Schlachtfeldern gekämpft und mit angesehen hatte, wie eine Million, eine Milliarde Menschenleben vom unerbittlichen Voranschreiten der Zeit ausgelöscht worden war. Der Gedanke war gleichermaßen faszinierend wie beunruhigend. Unsicher, warum diese Vorstellung sie so verstörte, erhob sie sich, um die anderen Leichenteile so gut sie konnte zu untersuchen. Sie war keine Pathologin, doch wie alle Jäger hatte sie eine Grundausbildung absolviert. Die Körperteile fingen bereits an, sich zu zersetzen. In einigen von ihnen krochen Maden herum. Keine Kühlung, aber es sieht so aus, als wäre die Leiche kurz nach dem Tod zerstückelt worden, sagte sie. Wenn es geplant war, sie hierher zu bringen, und das muss es gewesen sein, da es sich um so viele Teile handelt, hätte ich erwartet, dass der oder die Mörder besser auf die Leiche Acht gegeben hätten. Warum? Dimitri stand auf, streifte die Handschuhe ab, die er einem der Polizisten abgenommen hatte, und entsorgte sie. Es ging einzig darum, eine Show abzuziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Maden übersäte Menschenfleischstücke den richtigen Eindruck hinterlassen haben. Er hatte recht. Es war nicht schwer zu erraten, dass der Verwesungsgeruch ein entscheidender Faktor bei der frühen Entdeckung der Überreste gewesen war, und das zeugte nicht von rasendem Wahnsinn, sondern von einer durchtriebenen Intelligenz. Ich möchte wissen, ob der Pathologe noch weitere Zeichen findet. Je mehr Erkenntnisse sie hatte, mit denen sie arbeiten konnte, desto leichter würde die Entschlüsselung. Ich werde mich darum kümmern. Er holte sein Handy hervor. Wollen Sie die Haut oder reichen Ihnen Fotos? So ein schöner Mann und so eine gefühllose Frage. Fotos werden fürs erste Reichen, sagte sie und fragte sich dabei, ob diese Kreatur, die für die Verführung geschaffen und in Blut gestellt worden war, noch fähig war, die rauen Tiefen menschlicher Emotionen zu empfinden. Aber die Haut sollte konserviert werden, wenn das möglich ist. Wird erledigt. Bald darauf fuhr sie zur Akademie. Sie haben Ihr Quartier hier? Sie schüttelte den Kopf. Ich bin heute Morgen ausgezogen. Ein weiterer Schritt hinaus aus dem Kellerloch. Ein weiteres Ihr könnt mich mal an die Ungeheuer, die sie misshandelt hatten. Dimitris Lächeln war träge. Gefährlich. Gut. In ihrem Hinterkopf schrillten die Alarmglocken, während ihr Magen sich in intuitiver, sinnlicher Erkenntnis zusammenzog. Das Gebäude wird bewacht. Er hob eine Augenbraue. Richtig. Sie selbst glaubte auch nicht, dass ihn das aufhalten könnte. Beim Aussteigen nahm sie das Bild in sich auf, das er in seinem Wagen abgab. Ein prachtvolles, erotisches Geschöpf. Die Haut vom Kuss der Sonne perfekt gebräunt. Das Blau seines Hemdes in exotischem Kontrast dazu. Sie sehen aus wie ein reicher Playboy. Wenn besagte Playboys Haie wären. Und? Und Playboys bevorzugen im Bett und in der Öffentlichkeit den Modeltyp aus Hochglanzmagazinen. Das ist ein Gesetz. Wenn Sie in der Bibliothek sind, recherchieren Sie mal das Gemälde »Schlafend« von Gadriel, sagte er und setzte eine Sonnenbrille auf. Das ist meine Vorstellung von einer perfekten Frau. Natürlich war es das Erste, was sie tat, und ein elektrisierender Strom sündiger Hitze versenkte ihr Blut, als sich der Computerbildschirm mit dem Bild eines nackten Paares füllte, das im Bett eingeschlafen war. Der Mann lag auf dem Rücken, die Frau auf ihm, seine Hand war in ihrem fülligen, ebenholzfarbenen Haar vergraben. Es gab jede Menge zerwühlter Laken, doch keines davon bedeckte die honigfarbene Haut der Frau. Ihre schweren Brüste waren gegen die Brust des Mannes gedrückt. Seine andere Hand lag besitzergreifend auf ihrem üppigen Hinterteil. Ihr Körper bestand nur aus weichen Kurven. Hätten nicht die Muskeln gefehlt, mit denen die Figur jedes Jägers ausgestattet war, hätte es ein Bild von Honor sein können. Den Kopf voller Bilder davon, wie Honor anstelle von Gadriels Modell aussehen würde, kehrte Dimitri zum Turm zurück und begab sich in sein Büro. Was hast du herausgefunden? fragte er Venom, als der Vampir von seiner Aufgabe zurückkehrte, die Beseitigung und den Abtransport der Leichenteile zu überwachen. Seine Frage bezog sich jedoch nicht auf den morgendlichen Fund. Die Vampire, die Honor entführt haben, waren klug, antwortete Venom, der seine Sonnenbrille absetzte und Augen offenbarte, wie sie ein Sterblicher niemals, niemals haben konnte. Sie haben schwächere, jüngere Vampire für die schmutzige Arbeit eingesetzt, und das waren auch die Vems, die von den Jägern in die Ecke getrieben wurden, als sie hereinkamen. Dimitri wusste, dass man auf die beiden Überlebenden geschossen und sie auf üble Weise mit dem Messer bearbeitet, sie jedoch am Leben gelassen hatte. Dennoch hatte dem Vampir zufolge, der den Fall bisher geleitet hatte, keiner von ihnen irgendeine verwertbare Information preisgegeben. Der Drahtzieher, der hinter der Entführung steckte, hatte sorgfältig darauf geachtet, dass sie von nichts wussten. Dimitri beschloss, dass er ihnen einen persönlichen Besuch abstatten musste. Jetzt war es seine Jagd. Bleib dran. Direkt nachdem Venom gegangen war, klingelte es auf Dimitris privater Leitung. Es war der Hariel, Estats Stellvertreter. Neuigkeiten von Celiaen? fragte der Engel. Die Frage war nicht ungewöhnlich, da die Älteste unter den Erzengeln, nur Raphael und denjenigen, die er zu den Seinen zählte, gestattete, den Schutzschild der jüngst erwachten Stadt Amarna zu durchqueren. Sie ist damit beschäftigt, ihre Leute beim Übergang vom Schlaf zum Erwachen zu unterstützen. Diese Personen, Sterbliche und, wie sich herausgestellt hatte, auch einer Reihe Unsterblicher, hatten mehr als tausend Jahre lang neben ihrer Göttin in einer steingrauen Stadt geschlafen, die nun im Licht einer fremden Sonne funkelte. Wie Raphael ihm in ihrem letzten Gespräch berichtet hatte, waren die Einwohner von Amarna damit zufrieden, in der Zeit zu leben und sich zu erholen, in der sie sich schlafen gelegt hatten. Die Gärten mit Blüten und die Springbrunnen mit Wasser zu füllen. Sie wollten nichts von modernen Dingen wissen, waren nicht neugierig darauf, das gebirgige neue Heimatland zu erkunden, das weit von dem Ort entfernt war, an dem sie sich zuletzt bewegt hatten. Sie hält sie als Leibeigene, hatte Raphael über seine Mutter gesagt, aber sie erreicht es nicht durch Manipulation. Ihre Hingabe ist echt. Wünscht sie ein größeres Gebiet? fragte der Hariel in einem Ton, den manche gefühllos genannt hätten, den Dimitri jedoch als reinen Pragmatismus erkannte. Nein, Land scheint nie der Grund für Saliens Wahnsinn gewesen zu sein. Der Erzengel hatte die gesamte erwachsene Bevölkerung zweier belebter Städte betört und ins Meer gelockt, um die Welt vor einem Krieg zu bewahren, und hatte eine Stille geschaffen, die so tief war, dass sie in der Ewigkeit wiederhallte. Diese Worte hatte Jessamy in ihrer Geschichte der Herrschaft Saliens niedergeschrieben. Ich habe mit Jessamy gesprochen, sagte der Hariel in einem unheimlichen Echo. Noch nie hat es ein Erwachen wie dieses gegeben. Deshalb kannte keiner die Regeln, nach denen nun vorzugehen war. Wir sind Unsterbliche, der Hariel. Die Zeit ist nicht unser Feind. Lieber abwarten und die Wahrheit über Saliens Geisteszustand herausfinden, anstatt sich auf einen Krieg vorzubereiten, der die Welt mit Blut tränken, die Flüsse rot färben und das Meer in einen stummen Friedhof verwandeln würde. Wie geht es Michaela? Esthets Stellvertreter war der Geliebte des Erzengels Michaela, ein Loyalitätskonflikt, der in Dimitri die Frage aufwarf, wem der Hariel wirklich diente. Manche Frauen, sagte der Hariel in demselben harten Tonfall, der kein Anzeichen von Menschlichkeit trug, drängen unter die Haut eines Mannes, bis man bei dem Versuch, sie herauszuziehen, anfängt zu bluten. Beim Auflegen wunderte sich Dimitri über den brutalen Unterton in der Hariels Äußerung. Dimitri wusste, wie es war, eine Frau zu lieben. Doch er hatte Ingrid nie aus seinem Herzen reißen wollen, ganz gleich, welche Schmerzen damit verbunden waren. Fawashi war gar nicht erst so weit in die Tiefe gedrungen. Und Honor? Ja. Sie ging ihm unter die Haut. Aber dieses Getriebensein würde nachlassen, wenn er ihren nackten, sich windenden Körper erst in seinem Bett gehabt hatte. Doch zuerst würde er sein Versprechen einlösen und ihr die schreienden, blutbefleckten Überreste ihrer Peiniger zu Füßen legen. Wie er ihr gesagt hatte, konnte Vergeltung tatsächlich sehr süß sein. Ich werde dir die Freiheit schenken, werde nie wieder in deine Richtung sehen. Der Versuch, majestätisch zu sein, obwohl ihr Blick auf das Messer in seiner Hand fiel. Unvorstellbare Reichtümer werden dir gehören. Was er wollte, konnte Isis ihm niemals zurückgeben. Das Einzige, was ich wünsche, ist, dich um dein Leben betteln zu hören. Also bettle! Das Messer drang in sie ein. Es war kurz nach acht und die Welt war in Schwaden aus kühler Dunkelheit gehüllt, als er in Jeans, T-Shirt und einem langen schwarzen Mantel, den er schon seit Jahren besaß, auf das Grundstück des Engels Andreas in der Engelsenklave einbog. Andreas war für die Verhöre und Bestrafungen jener Vampire verantwortlich gewesen, die Onnas Befreier am Leben gelassen hatten. Dimitri! Andreas Flügel, dunkler Bernstein, durchzogen von grauen Fäden, breiteten sich hinter ihm aus, als er Dimitri vor seinem Haus aus Glas und spitzen Winkeln begrüßte, das für einen älteren Engel eher ungewöhnlich war. Woher das plötzliche Interesse an den beiden? Weil es jetzt etwas Persönliches war. Wir können uns unterhalten, nachdem ich mit ihnen gesprochen habe. Andreas aristokratische Gesichtszüge nahmen keinen beleidigten Ausdruck an. Der Engel war mächtig, doch Dimitri war mächtiger. Der einzige Grund, aus dem Dimitri nicht selbst über ein Territorium herrschte, war, dass er es vorzog, im Turm zu arbeiten. Und im Verborgenen. Seine Position als Raphaels Stellvertreter war ihm bisher noch nie langweilig geworden. In der Zeit, die er als seine Pubertät bezeichnete, stürmisch und voll von hilflosem Schmerz, war er einst ausgezogen, um für Nia zu arbeiten. Es hatte der Erzengelfrau von Indien nicht gefallen, dass er in dem Augenblick, als die vereinbarte Dienstzeit an seinem Hof abgelaufen war, zu den Anfängen von Raphaels erst im Turm zurückgekehrt war. Doch dann hatte sie gelächelt. So wild, ihr beiden, ein Kopf schütteln. In ihren tiefbraunen Augen lag die Erheiterung eines Erzengels, der Jahrtausende überlebt hatte. Natürlich findest du mein Hof zu vornehm für deinen Geschmack. Geh hin, Dimitri. Aber solltest du den Wunsch nach zivilisierter Gesellschaft verspüren, werden dir die Türen meines Hauses immer offen stehen. Damals war Nia eine gütige Königin gewesen, an ihrer Seite ihr Gemahl Eris und in ihren Augen ein Lachen. In einer Zeit, die sie als ihre wilde Jugend ansah. Inzwischen war Eris seit mehreren Jahrhunderten von niemandem mehr gesehen worden, und die Hinrichtung ihrer Tochter Anushka hatte die Königin der Schlangen und der Gifte in eine kaltblütige Kreatur verwandelt, die große Ähnlichkeit mit ihren Haustieren aufwies. Hier entlang, Andreas schwebte vor ihm her. Während sie das großzügig geschnittene Haus durchquerten, sah Dimitri einen gutaussehenden, wenn auch schmächtigen Mann asiatischer Abstammung, der an einem kleinen Schreibtisch in der Ecke arbeitete. Er verengte die Augen. Ist das Harrison Ling? Andreas blieb stehen. Ja. Kennst du ihn? Er ist Elenas Schwager. Der Dummkopf hatte versucht, seinem Vertrag zu entkommen und war von Elena eigenhändig nach Hause zurückgebracht worden. Dimitri bezweifelte, dass Harrison auch nur eine Ahnung davon hatte, was für einen großen Gefallen sie ihm getan hatte. Andreas war nicht unbedingt für seine Gnade denen gegenüber bekannt, die ihre Verträge brachen. Je länger Harrison vermisst geblieben wäre, umso höher wäre der Preis gewesen, den er dafür hätte zahlen müssen. Harrison, sagte Andreas, in seiner Stimme halte Dunkelheit wieder, hat sehr große Lernfortschritte gemacht, was die Bedeutung von Loyalität angeht. In diesem Augenblick sah der Mann auf und hinter seinen Augen kroch ölig und glitschig schlitternde Angst. Dimitri empfand keine Sympathie für ihn. Im Gegensatz zu Dimitri hatte Harrison sich selbst dafür entschieden, ein Vampir zu werden, und er hatte diese Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, ob die Frau, die er zu lieben vorgab, ihm würde folgen können. Wie sich herausgestellt hatte, war bei Beth, Elenas Schwester und Harrisons Frau, das Gift nicht anwendbar, das Menschen in Vampire wandelte. Sie würde sterben, während Harrison für immer jung blieb. Die Gefangenen, sagte er, indem er den erbärmlichen Mann aus seinen Gedanken entließ. Andreas führte ihn hinaus zu einem kleinen Nadelwäldchen hinter seinem Haus. Die nackten Kreaturen hingen von den Ästen zweier Bäume herab und heulten vor Grauen, sobald sie das Rascheln der Engelsflügel hörten. Holly, Sorrow, zeigte die gleiche primitive Reaktion. Sie konnte Dimitri gegenüber auftrumpfen und versuchen, Machtspielchen zu spielen, die ihr die Illusionen von Beherrschtheit vermittelten. Aber wenn man sie in ein Zimmer mit einem Engel steckte, wurde sie fast katatonisch. Sie weigerte sich darüber zu sprechen, was Uram ihr angetan hatte. Aber Dimitri hatte das Blutbad im Lagerhaus gesehen, die abgerissenen Körperteile und die blutnassen Böden, die klaffenden Münder voller praller, feuchter Organe, die starrenden, blicklosen Augen. »Haben Sie Ihre Zungen noch?« fragte er Andreas, als er feststellte, dass beide Männer zu Eunuchen gemacht worden waren. Ihre Penisse und Hoden waren dem Anschein nach mit stumpfen Klingen abgetrennt worden. Sie waren Vampire. Die Körperteile würden nachwachsen, und dann würde Andreas ihre Entfernung erneut anordnen. Ohne Betäubung. »Ich wollte sie morgen wieder herausschneiden lassen.« Dimitri fühlte sich von der Grausamkeit der dauerhaften Bestrafung nicht abgestoßen, denn er hatte eine konkrete Vorstellung von den Grausamkeiten, die diese Männer Honor zu ihrer sexuellen Befriedigung angetan hatten. »Warte damit noch. Vielleicht muss ich sie noch einmal befragen.« Andreas neigte den Kopf zur Seite. »Möchtest du mit ihnen allein sein?« »Ja.« Er wartete, bis der Engel zwischen den Bäumen verschwunden war, dann schlenderte er zu dem Vampir hinüber, dem am nächsten hing. »So, so«, raunte er. »Dir macht es also Spaß, dir etwas mit Gewalt zu nehmen, was dir nicht gehört.« Das Wehklagen des Mannes verwandelte sich in wilde Panik, als er Dimitris Stimme erkannte. Da er keine Augen mehr hatte, seine Augenhöhlen waren riesige schwarze Löcher, waren Geräusche das einzige, was ihm noch blieb. »Ich weiß nichts. Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich etwas wüsste.« Dimitri glaubte ihm. Der Vampir war schwach, wäre beim ersten Anzeichen von Schmerz eingeknickt. Doch es bestand die Chance, dass er etwas zufällig mitbekommen hatte, ohne es zu wissen. Erzählt mir alles, sagte er zu beiden, vom ersten Augenblick an, als ihr ankamt. Wenn es sich als nützlich erweist, werde ich eure Bestrafung vielleicht nicht selbst in die Hand nehmen. Der Schrecken ließ sie für einige Minuten die Fassung verlieren. Dimitri wartete einfach ab. Kaltherzig hatte ihn Fawashi einmal genannt. Da sie ein Miststück war, das sie nur hatte benutzen wollen, lag keine Macht in ihren Worten. Und doch traf der Vorwurf zu. Nur selten machte ihm sein Gewissen zu schaffen. Doch niemals dann, wenn es darum ging, jene zu bestrafen, die Frauen oder Kindern gegenüber brutal geworden waren. »Es reicht«, fuhr sie an, als sie nicht aufhörten zu schluchzen und zu jammern. Stille, als wären sie an ihrem eigenen Atem erstickt. Fast eine halbe Minute später öffnete der Vampir, den er zuerst angesprochen hatte, den Mund. »Ich habe als privater Wachmann gearbeitet, als ich eines Tages einen Anruf erhielt. Der Mann am anderen Ende sagte, er habe mich auf einer großen Party gesehen und ihm gefalle meine Arbeit. Er fragte, ob ich mir bei einem inoffiziellen Auftrag ein bisschen Geld auf die Hand verdienen wolle.« »Welche Party?« »Das hat er nie erwähnt, aber wir haben meistens bei erstklassigen Veranstaltungen gearbeitet. Reiche Vampire.« Das brachte Dimitri keinerlei neue Informationen, doch er würde jemanden daran setzen, noch einmal die Gästelisten aller Partys durchzugehen, auf denen dieser Mann gearbeitet hatte. »Und?« Er schüttelte sein Bein, als etwas Großes, Schwarzes auf seinem bloßen Fleisch landete und zuckte heftig. »Es war so viel Geld, dass ich ja gesagt habe.« Er schluckte. »Dann fragte ich Reg, ob er dabei sein wolle, weil der Kunde sagte, er brauche zwei Leute.« Reg, ein dünner, blonder Mann, weinte noch immer, allerdings lautlos. »Verdammte Scheiße! Ich wünschte, ich hätte Nein gesagt.« Das tat er jetzt, das wusste Dimitri. Es hatte ihm nichts ausgemacht, als er sich über Onnas Leib hergemacht hatte, als er sie auf eine Weise berührt hatte, wie kein Mann eine Frau ohne ihre Zustimmung berühren durfte. Dimitri ging zu dem Blonden hinüber und schlug ihm mit dem Handrücken so fest ins Gesicht, dass etwas mit einem hörbaren Knacken zerbrach. »Glaubst du wirklich, das interessiert mich einen feuchten Kehricht?« fragte er mit ruhiger, beherrschter Stimme. »Jetzt beantworte meine Frage.« Der Vampir spuckte ein Zahn aus, bevor die nächsten Worte aus ihm hervorsprudelten. »Der Kontakt lief über Leon. Ich habe nur getan, was er gesagt hat.« Leon begann zu sprechen, bevor Dimitri den Vampir daran erinnern konnte, dass es keine gute Idee war, ihn warten zu lassen. »Immer übers Telefon.« »Keuchend.« »Es gab nie einen persönlichen Kontakt. Das Geld wurde auf meinem Konto hinterlegt und ich habe Reg seinen Anteil gegeben.« Dimitri sagte kein Wort. »Der Kunde«, fuhr seine Freundin, und es wäre eine alberne Sexfantasie von ihr, entführt zu werden und...« Hämmernder Herzschlag, zuckende Haut, als wäre ihm eiskalt bewusst, was Dimitri ihm gerne antun würde. »Er sagte, es sei ihre Fantasie.« Dimitri hörte das Zittern unter dem lästigen Gewimmer. »Wann hast du gemerkt, dass es das nicht war?« »Es war Reg, der antwortete.« »Als sie Leon die Nase gebrochen hat.« »Ich hab ihm gesagt, dass etwas nicht stimmt. Aber er war wütend und hat sie bewusstlos geschlagen.« Dimitri streckte die Hand aus, die Finger gekrümmt. »Du bist älter als er, Reg. Warum hast du ihn nicht daran gehindert?« fragte er in einem Ton, so weich wie frisch gefallener Schnee. Reg begann zu würgen. Dimitri schwieg, bis die Krämpfe vorüber waren. Dann ging er zu dem Vampir hinüber, um ihn mit der Hand über das Gesicht zu streichen. »Beantworte meine Frage.« Der Blonde schluckte. Schweiß tropfte von seinen Schläfen. »Das, das Geld. Ich wollte das Geld.« »Gut.« Er tätschelte die Wange des Vampirs und ließ ihn schaudernd zurück, um zu Leon hinüberzugehen. Dieser mühte sich in dem vergeblichen Versuch, zu entkommen ab, seine Hände aus dem Seil zu befreien. Eine zerbrochene Marionette. Dimitri griff in seinen Mantel, holte ein Filetiermesser heraus und drückte das kalte Metall auf die frische, rosa Haut vor ihm. »Erzähl mir den Rest.« Von oben nach unten zog er einen tiefen Schnitt mitten über Leons Brust. Blut sickerte dunkel und rot aus dem Schnitt und der Vampir wimmerte. »Wir, wir sollten sie nicht verletzen, aber ich hatte ihr ein blaues Auge verpasst. Also haben wir sie angebunden, sie dort zurückgelassen, wo man's uns gesagt hatte, und sind abgehauen.« »Aber ihr seid wiedergekommen.« Noch ein Schnitt, diesmal waagerecht und so tief, dass er Leons innere Organe streifte. Doch der andere Vampir sprach weiter, denn er wusste, dass Dimitri zu weit Schlimmerem fähig war. »Sieben Wochen später rief mich der Kunde wieder an, gab mir eine Adresse und sagte, wir hätten vielleicht Lust, den Feierlichkeiten beizuwohnen.« Dimitri drehte die Klinge um und zog sie nach oben. Ein Lungenflügel kollabierte. »Sprich weiter.« Vampire in Leons Alter brauchten nicht zu atmen. Jedenfalls nicht viel. »Als wir dort ankamen«, scharfe, keuchende Versuche, Luft zu bekommen, war bis auf die Jägerin niemand dort. Aber es war offensichtlich, dass mehrere Vampire von ihr getrunken hatten. Der Kunde hatte uns eine Nachricht hinterlassen, dass wir uns vergnügen sollten. Die Notiz habe ich nicht mehr. Ich habe sie weggeworfen. Dimitri zog das Messer heraus. »Und? Habt ihr das? Euch vergnügt?« Es waren rhetorische Fragen. Die beiden waren mehr als eine Woche später bei Onna gefunden worden, ihre Münder mit ihrem Blut beschmiert. »Ihr habt auch eure Freunde eingeladen, nicht wahr?« Die beiden sind. »Wen noch?« »Niemanden«, antwortete Leon. »Ich schwöre es. Nur wir vier.« Sie hatten zu viel Angst, um zu lügen. Deshalb glaubte Dimitri ihm. Gut. Die Schreie hörten auf, als er ihre Kehlköpfe entfernte. Aber er ließ sie am Leben. Raphael hatte ihnen einmal vor langer Zeit etwas gelehrt. Etwas, das seine Mutter Celiaen gesagt hatte. Drei Tage in der Lebenszeit eines Sterblichen können wie drei Jahrzehnte für sie sein. Es mochte sich herausstellen, dass Raphaels Mutter eine wahnsinnige Uralte war, aber in diesem Punkt stimmte Dimitri ihr vollkommen zu. Also würde er dafür sorgen, dass Andreas, Reg und Leon nicht sterben ließ. Was die anderen anging, sie würden sich in den nächsten zweihundert Jahren jede Nacht den Tod wünschen, wenn er sie erst einmal gefunden hatte. Schließlich waren zwei Monate viel länger als drei Tage. Neun Uhr abends und Onna wusste nicht, was sie hier eigentlich sollte. »Entschuldigen Sie, dass ich unsere anderen Termine abgesagt habe. Danke, dass Sie so spät noch gekommen sind.« Anastasia Rubin lächelte. Ihr stahlgraues Haar war zu einem adretten Knoten hochgesteckt. »Ich arbeite seit zwei Jahrzehnten mit Jägern, Onna. Ich weiß, dass es schlimmer ist, zum Therapeuten zu gehen, als sich Zähne ziehen zu lassen.« Sie lachte oder versuchte es zumindest. Heraus kam ein peinliches Raspeln. »Also, wie funktioniert das hier?« »Es gibt hier keinen Druck und keine Regeln«, sagte Dr. Rubin mit freundlichem Blick. »Wenn Sie nur über die letzte Folge von »Die Beute des Jägers« reden möchten, dann werden wir nichts anderes tun.« Onna hatte das Gefühl, dass dieses Beispiel nicht rein hypothetisch war. »Ich bin hier, weil...« Sie schüttelte den Kopf und stand ruckartig auf. Adrenalin raste durch jede Zelle ihres Körpers. »Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe.« Dr. Rubin erhob sich ebenfalls. »Ich bin froh, dass Sie gekommen sind.« Sie griff in ein Regal und zog ein kleines Buch heraus, das mit goldenen und weißen Wirbeln bedeckt war. »Manche Jäger reden nie. Aber ich habe herausgefunden, dass es hilfreich sein kann, die Worte zu Papier zu bringen.« Anna nahm das Notizbuch entgegen. Sie hatte nicht die Absicht, es zu benutzen. »Danke.« »Es ist nur für Sie bestimmt. Verbrennen Sie es anschließend, wenn Sie möchten.« Anna nickte und verließ das kleine Büro, das zwei Blocks vom Hauptsitz der Gilde entfernt war. Erst als sie wieder in ihrer Wohnung war und auf dem Laptop die Datei mit der Tätowierung geöffnet hatte, gestattete sie sich, darüber nachzudenken, warum sie hingegangen war. Vielleicht war es der langsam erwachende Zorn in ihr, ein kaltes, glänzendes Etwas, das aus nichts als Zähnen und schimmernden scharfen Kanten bestand. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch das Wissen, dass sie, mochte es dumm sein oder nicht, die dunkle Sünde von Dimitris Lippen kosten wollte. Oder vielleicht waren es die Albträumer. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich allein und entwurzelt gefühlt. Selbst jetzt, seit sie Treue und starke Freunde hatte, klaffte tief in ihr ein riesiges Loch, als hätte sie auf furchtbare Weise etwas Kostbares verloren. Als Kind hatte sie geglaubt, dass sie ein Zwilling sei, dass ihre Mutter den einen behalten und den anderen weggegeben habe. Als Erwachsene jedoch erkannte sie diesen Verlust als etwas anderes, außerhalb ihrer selbst. Die seltsame, durchdringende Einsamkeit war nie so gegenwärtig wie nach einem Albtraum, ob im Wachen oder im Schlafen. »Es reicht«, murmelte sie, »Zeit zu arbeiten.« Und dann arbeitete sie, bis der Puls der Stadt ruhiger wurde und der Himmel diesen undurchdringlichen Ton zwischen Mitternacht und Morgengrauen annahm. Sie hätte sich dem Schlaf nicht hingeben dürfen, aber sie war müde, ihre Augen von den schlaflosen Nächten wie ausgetrocknet, und das Vergessen holte sie ein, bevor sie es bemerkte. Das Geräusch endloser, rauer Schreie einer Frau weckte sie auf. Sie hatte sich auf dem Sofa zu einer kleinen Kugel zusammengerollt, gepeinigt von trockenen Schluchzern. Das nachhallende Echo der Qualen dieser Frau riss Löcher in ihre Seele. Unfähig, das zu ertragen, stolperte sie ins Bad und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, das von so tief empfundenen Qualen zerfurcht war, wie sie sie noch nie empfunden hatte. Wie war das möglich? Man hatte sie gefoltert und ihren Geist gebrochen. Aber diese Einsamkeit kam von einem anderen Ort, einem Ort, der so unfassbar tief lag, dass er keinen Namen hatte. Sie schluckte das Brennen in ihrer Kehle hinunter, bevor die Traurigkeit sie wieder in ihren schmerzhaften Griff bekommen konnte. Dann zog sie ihre Kleider aus und ging unter die Dusche. Es war zwar erst fünf Uhr morgens, aber die drei Stunden, die sie geschlafen hatte, waren besser als die eine in der Nacht zuvor. Nachdem sie sich den Schweiß abgewaschen hatte, lehnte sie den Kopf gegen die Fliesen und ließ das Wasser einfach über sich hinweg rauschen. Wasser hatte sie immer geliebt. Einer der Gründe, warum es sie nach Manhattan verschlagen hatte, war, dass es von Wasser umgeben war. Es war eine wohlüberlegte Entscheidung gewesen, sich bei der Gilde zu bewerben. Sie wollte alte Sprachen studieren und wusste, dass die Gilde die Studiengebühren übernehmen würde, wenn sie einen Vertrag unterzeichnete, nach ihrem Abschluss noch mindestens vier Jahre lang aktiv auf dem Dienstplan zu stehen. Die Vierjahresmarke war vorübergegangen, doch sie hatte nie mit dem Gedanken gespielt, die Gilde zu verlassen. Zum einen waren die anderen Jäger ihre Familie geworden, und zum anderen war ihr Fachwissen über alte Kulturen und Sprachen ständig gefragt, da sie in einer Welt lebten, die von Unsterblichen regiert wurde. Das lenkte ihre Gedanken wieder auf den Turm und auf den Vampir, der schon immer ihre dunkelste, geheimste Schwäche gewesen war. Während sie die Dusche abstellte und heraustrat, um sich abzutrocknen, zwang sie sich, ihre Gedanken auf die Aufgabe zu konzentrieren, die ihr am Abend zuvor rasende Kopfschmerzen bereitet hatte. Was es auch sein mochte, dass auf das Gesicht des Vampirs und den Fotos zufolge, die sie von dem Pathologen erhalten hatte, auch auf sein rechtes Schulterblatt tätowiert worden war, es war so eigentümlich, dass es sich jeder logischen Erklärung entzog. Und doch wusste sie, dass es eine geben musste. Denn unabhängig davon, wie der Kopf in Dimitris Hände gelangt war, die Leiche war unmissverständlich eine Botschaft. Sie zog sich Jeans und ein schlichtes weißes T-Shirt an und ging in die Küche, die vom Wohnzimmer abging, um sich einen Tee zu kochen. Der Ausblick zeigte auf der gesamten Frontseite der Wohnung dasselbe, den Turm. In hellem Licht erstrahlte er vor dem dunklen Himmel des frühen Morgens und zog ihren Blick auf sich wie ein Leitstern. Mit dem Tee in der Hand ging sie zu diesem Fenster hinüber und beobachtete, wie ein einzelner Engel zur Landung ansetzte. Auf diese Entfernung hin konnte sie nur seine Umrisse erkennen, aber selbst so war seine Anmut außergewöhnlich. Keiner der normalen Engel dachte sie. Dies war jemand wie der schwarz geflügelte Engel, mit dem Dimitri auf dem Balkon vor seinem Büro gesprochen hatte. Das Klopfen an ihrer Tür kam so unerwartet, dass sie nicht aufschreckte, sondern nur erstarrte. Als es erneut ertönte, stellte sie den Tee ab, zog ihre Waffe und ging auf leisen Sohlen zum Spion. Der Vampir auf der anderen Seite war ein geschmeidiges Raubtier, das sie beim ersten Anblick hätte erschießen sollen. Stattdessen öffnete sie die Tür. Dimitri. In schwarzen Jeans, einem T-Shirt in derselben Farbe und einem weichen Ledermantel, der ihm bis zu den Knöcheln reichte, sah er aus wie die sündigste Fantasie, die sie je gehabt hatte. Die Art von Fantasie, die eine Frau feucht und bereit werden ließ. Sie holte tief und zitternd Luft und spürte, wie sich sein Geruch nach opulentem Vergnügen und messerscharfem Sex um sie rankte. Es war nicht der Grund für ihre Reaktion, doch seine grandiose Anziehungskraft machte es mit Sicherheit nicht besser. Wie gut, dass sie keine geborene Jägerin war, denn bei Dimitri war diese Gabe sehr ausgeprägt. Machen Sie Ihre Besuche immer um diese Zeit? Ich war gerade in der Gegend. Er lehnte sich an den Türrahmen und hob das große Briefkuvert hoch, das er in der Hand hielt. Plötzlich sah sie in seinen Augen nur noch eine Gefahr, so sinnlich wie eine zärtliche Berührung in der Dunkelheit und so tödlich wie ein Stilett. Was haben Sie getan? Die Frage entzog sich jeder Filterung durch gesellschaftliche Feinheiten und Konventionen. Nichts, das nicht getan werden musste. Als sie den eisernen Griff löste, mit dem sie den Rand der Tür umklammert hatte und einen Schritt zurückwich, stieß er sich vom Türrahmen ab und betrat ihre Wohnung. Sobald die Tür geschlossen war, nahm sie ihm den Umschlag ab und steckte ihre Waffe weg. Dann gestattete sie sich, seinen gefährlichen, wunderschönen Geruch in sich aufzusaugen. Noch mehr Fotos von den Tattoos des Opfers? Nein. Sie öffnete den Umschlag und zog einige Dokumente heraus, darunter eine Reihe vergrößerter Fotos. Zuerst verstand sie nicht, was sie da sah, und als sie es dann tat, begann ihr Blut zu kochen. Das ist mein ärztlicher Bericht, genau genommen der Bericht der beschämenden Untersuchung nach ihrer Rettung. Der Arzt und die Schwester waren behutsam und freundlich gewesen, aber in diesem Untersuchungszimmer hatte sie keine Möglichkeit mehr gehabt, so zu tun, als wäre es nie passiert. Als hätte man sie nicht zu einem … Sie schluckte den Strom der Erinnerung hinunter und konzentrierte sich auf das Hier und Jetzt, auf den Zorn, der weiß glühend vor ihren Augen bluderte. Woher haben sie das? Ihre Hände zitterten in dem Verlangen, ihn wehzutun, diesem Vampir, der mit ihr spielte, als ob sie ein unterhaltsames Spielzeug wäre. Er ging zum Fenster hinüber, wo sie noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte, und sagte, das ist eigentlich nicht die Frage. Das war es wirklich nicht. Sie scheißal, rief sie, als sie alles auf den Couchtisch schleuderte. Der Hauch von Lust, den seine Gegenwart verbreitet hatte, wurde von der eises Kälte seiner Stimme zunichte gemacht, eine gnadenlose Erinnerung daran, dass er nicht menschlich war und dass er kein Gewissen in dem Sinne hatte, wie sie es verstand. Was gibt Ihnen das Recht, in meine Privatsphäre einzudringen? Ich wollte die Bilder, die sie gemacht haben, sagte er, ohne sich umzudrehen. In ihrem Magen brodelte es. Ich wusste, dass sie auf Schmerzen stehen, aber mir war nicht klar, dass sie bei Folterung einen Orgasmus haben. Ein Blick über die Schulter. Von den Bissspuren, Onna. Ihr Name klang wie die dekadenteste aller Versuchungen, durchzogen von einer Sinnlichkeit, die für den Mann in ihrer Wohnung so selbstverständlich war wie das Atmen. Selbst wenn er von einer eisigen Schicht überzogen war, die, wie sie erst jetzt erkannte, aus Zorn bestand, aus unterdrücktem, tödlichem Zorn. Bissspuren. Die Kälte seines Zorns kühlte ihren eigenen ab. Sie hob den Stapel Papiere und Fotos wieder auf und blätterte ihn durch, bis sie zu den Seiten kam, auf denen die Bisse an ihrem Körper aufgelistet und mit entsprechenden Bildern belegt waren. Daraus können sie keine Informationen gewinnen. Am Ende hatten sie an ihr gezerrt, als wäre sie ein Klumpen Fleisch, hatten ihre Haut zerfetzt und an ihr gerissen. Sie wären überrascht. Er drehte sich auf dem Absatz um, streifte den Mantel ab und warf ihn über die Rückenlehne eines ihrer Sofas, wobei er seine muskulösen Arme entblößte, die keine Waffen trugen. Da war nur die lange, schmale Klinge, die in einer Scheide schräg über seinem Rücken befestigt war. Irgendwie überraschte es sie nicht, dass er ein Messermann war, obwohl sie wusste, dass er auch kein Problem mit moderner Waffentechnik hatte. Sie war sicher, dass er eine Pistole an seinem Knöchel trug. Als er auf sie zukam und sich neben sie stellte, wich sie einen Schritt zurück, obwohl sie die Zähne mit solcher Gewalt zusammenbiss, dass ihr der Schmerz in den Knochen schoss. Keine Angst mehr, schwor sie sich, obwohl sie wusste, dass es so einfach nicht sein konnte. Die Urinstinkte in ihrem Gehirn drängten sie davonzulaufen oder zu kämpfen, zu schießen, zuzustechen und um sich zu treten. Die Hitze seines Körpers legte sich beharrlich auf ihre Haut, als Dimitri auf eine Gruppe von drei kleinen Bisswunden deutete, die sich in gleichmäßigem Abstand befanden. Sie hatten die späteren Gewaltausbrüche aufgrund ihrer Lage überstanden. Der einzige Segen war, dass sie verheilt waren, ohne Narben zu hinterlassen, sodass sie nicht ständig daran erinnert wurde, wie sie zustande gekommen waren. Die Rückseite meines linken Oberschenkels, ein paar Zentimeter über dem Knie, beendete Dimitri den Satz. Kleine, feingliedrige Hände auf ihrem Körper, zierliche Reißzähne, die sich wieder und wieder in dieser eine Stelle hineinsenkten. »Bloody Ruby«, flüsterte sie, »die Vampirin hat immer nach Bloody Ruby gerochen.« Das gerade gängige Parfum hatte sich wie ein opulenter Käfig um ihre Sinne gelegt, und noch immer kam es ihr hoch, wenn sie es roch, an einem Fremden auf der Straße, in einem Geschäft, ganz egal. Wenn ihr auch nur ein Hauch davon in die Nase stach, kroch ihr die Galle den Hals hinauf, und am ganzen Körper brach ihr kalter Schweiß aus. »Ich habe davon geträumt, ihr die Kehle aufzuschneiden und sie vor meinen Füßen zappeln zu sehen, während ich sie in dem Zeug ertränke.« Dimitris' Blick, seine Augen dunkel, so dunkel, fing ihren auf. »Möchten sie ihr einen Besuch abstatten?« Stille, in ihrem Kopf, in ihrer Seele, eine endlose Ruhe. »Du hast sie schon mal beim Trinken gesehen.« Die Worte zerschmetterten die Stille, sie ließ die Dokumente fallen. Mit einer seltsamen, ruhigen Anmut ergossen sie sich über den Boden. »Sie ist 500 Jahre alt. Spezielle Gewohnheiten haben es an, sich die Runde zu machen. Aus der Oberschenkelarterie zu trinken ist nicht unüblich. Eine gefährliche Pause. Bei einem Liebespaar. Fügte er hinzu, und sie fragte sich, ob das seine bevorzugte Art zu trinken war. Aber von der Rückseite? Da sind Muskeln.« »Es tut weh«, sagte Anna, ohne zu wissen, warum sie das zugab. »Deshalb tut sie es. Es tut jedes Mal weh.« Sie blickte hinunter auf ihre Hand, in die irgendwie wieder ihre Waffe gelangt war, und fragte, »Würden sie mich daran hindern, auf sie zu schießen?« »Nein.« »Nicht das leiseste Zögern.« »Aber vielleicht warten sie, bis ich damit fertig bin, sie zu befragen. Es wäre zu dumm, wenn wir warten müssten, bis die Schusswunde verheilt ist.« Ein Teil von ihr war nicht sicher, ob das ein Scherz war, doch sie konnte den grimmigen Zorn in seinem Blick gut erkennen. Sie wusste, es hatte nichts mit ihr zu tun. Nein, was ihn dazu brachte, die brutalste aller Bestrafungen erteilen zu wollen, war die Tatsache, dass ein alter Vampir, dem er vermutlich in Bezug auf die Wahrung der Ordnung vertraut hatte, ein paar sehr üble Spiele gespielt hatte. Seine Beweggründe kümmerten Honor nicht sonderlich, wenn er sie nur in Schussweite einer der Kreaturen brachte, die sie für zwei nicht enden wollende Monate zu ihrem persönlichen Bluthaustier gemacht hatten. Als sie zu den Toren eines Grundstücks in Anglewood Cliffs hinauffuhren, tauchte der Morgen den Himmel gerade in wässriges Pfirsich, rosa und golddurchwirktes Blau. Dimitri hatte ihren Laptop im Kofferraum seines Ferraris verstaut, und das Verdeck heruntergelassen. Im frischen, peitschenden Wind spürte sie eine angenehme Freiheit, während sie die Zeit dazu nutzte, ihre Abwehr aufzubauen und sich gegen den schweren, übelkeiterregenden Geruch von Bloody Ruby zu wappnen. Die hohen Tore, verziert mit Ornamenten und überwuchert von dunkelgrünem Efeu, schwangen sofort mit herrschaftlicher Würde auf, als der Wachmann den Wagen erblickte. Die von Eichen gesäumte Auffahrt war mit Sonnenlicht und Schatten gesprenkelt, und als das Haus in Sichtweite kam, wirkte es wie aus einem anderen Jahrhundert, einem schweren und pompösen. Kein Vampir, der viel davon hält, mit der Zeit zu gehen. Nein. Dimitri brachte den Wagen vor den flachen Stufen, die zum Eingang hinaufführten, zum Stehen. In manchen Zeiten war das üblich, um sein Vieh in Reichweite zu behalten. Valeria hält an dieser Praxis fest, obwohl die meisten ihrer Zeitgenossen es inzwischen als archaisch betrachten. Valeria. Sie wollte nach dem riesigen Jagdmesser greifen, das im Futeral an ihrem Knöchel steckte und durch die Tür stürmen, doch sie zwang sich zu warten, obwohl ihr Puls nur ein einziges Wort hämmerte. Vergeltung. Kam das Vieh freiwillig? Es gibt immer freiwilliger. Er öffnete seine Tür und stand auf, um seinen Mantel auszuziehen. Die weiche, schwarze Baumwolle seines T-Shirts kam zum Vorschein. Sie dachte an Carmen und daran, wie die Blondine sich vor Dimitri so sehr erniedrigt hatte, dass Anna sich für sie geschämt hatte. Sie hatten damit nie Probleme. Dimitri antwortete erst, als sie sich vor dem Wagen trafen. Es gibt verschiedene Arten von Problemen. In diesem Moment erblickte sie etwas Unerwartetes in ihm, ein stilles, dunkles Etwas, das ebenso roh und schmerzhaft war wie das, was in ihr selbst wohnte. Dimitri setzte sie gerade an, als die Tür des Hauses geöffnet wurde und ein Dienstmädchen in einer gestärkten, schwarz-weißen Uniform vor ihnen stand. Es geht los. Bei seinen Worten wurde ihr am ganzen Körper erst heiß und dann kalt. Neben ihm ging sie die drei breiten Stufen hinauf. Das Dienstmädchen trat beiseite, als sie näher kamen. Die Herren ist im Morgenzimmer, Sir. Anna hatte keine Ahnung, was ein Morgenzimmer war, aber Dimitri nickte knapp. Wir werden sie nicht brauchen. Nehmen Sie sich einen Tag frei. Der Turm wird sich morgen mit Ihnen in Verbindung setzen. Das Dienstmädchen erblasste, sagte jedoch nur, Ja, Sir, die Köchin ist ebenfalls hier. Sagen Sie ihr, dass das nicht erforderlich ist. Valerias Vieh? Im Gästehaus. Bringen Sie sie hinaus. Sie haben fünf Minuten. Ja, Sir. Das Dienstmädchen senkte den Kopf, knickste und stürzte dann durch die Eingangshalle davon. In diesem Augenblick sah Anna einen Reißzahn aufblitzen. Sie war ein Vampir. Und doch spürte sie keine Angst, da sie trotz ihres Vampirismus offensichtlich viel schwächer war als sie. Jung, antwortete Dimitri, der die Tür mit einem leisen Klicken schloss. Sie leistet ihren Vertrag ab. Ich würde sagen, erstes Jahrzehnt. Kein Wunder, dass sie so menschlich wirkte. Einige der Schwächeren verlieren diesen menschlichen Kern nie. Mit diesen Worten führte Dimitri sie den Gang entlang. Er war mit einem Teppich in tiefem Burgunderrot ausgelegt. Die Wände waren mit exquisitester, cremefarbener Tapete ausstaffiert, in die raffinierte Motive eingeprägt waren. Durch die beinahe Unsterblichkeit hatten die Gewandelten mehr Zeit, Reichtümer anzuhäufen. Aber Anna hatte Vampire gekannt, die in Hunderten von Jahren kein solches Wohlstandsniveau erreicht hatten. Also war Valeria von Anfang an reich gewesen. Oder sie hatte ihren Reichtum durch eine Kombination aus Macht, Willen und skrupelloser Entschlossenheit erworben. Dimitri trat durch eine Tür zu seiner Rechten. Ein schwarzer Schatten. Dimitri, Schätzchen, erklang eine rauchige Stimme, die Onnas Körper mit kaltem Grauen erfüllte. Dann nahm sie den dunklen, moschusartigen Geruch von Bloody Ruby wahr. Sie erstarrte. Den Rücken an die Wand neben der Tür gepresst, versuchte sie, ihr Zittern zu unterdrücken und die Übelkeit unter Kontrolle zu bekommen, die den Tee, der ihr einziges Frühstück gewesen war, wieder zum Vorschein bringen wollte. Valeria, sagte Dimitri gedehnt, während er Onnas Sinne mit dem Duft von erlesener Schokolade und vollmundigem Likür umrangte. Seine Intensität überlagerte den Moschusgeruch von Valerias Parfum und Onna konnte wieder atmen. Dimitri sprach weiter, bevor die Frau in dem Zimmer antworten konnte. »Habe ich dich aus dem Bett geholt?« Ein lautes, vertrauliches Lachen. »Das darfst du jederzeit.« Noch ein übelkeiterregender Schock. Sie war nicht auf die Idee gekommen, Dimitri zu fragen, ob er mit dieser Vampirin geschlafen hatte. Unmittelbar auf die brodelnde Hässlichkeit dieser Vorstellung folgte Wut. Ein so heftiges, teuflisches Gefühl, dass sie ihm am liebsten ein Messer in seinen muskulösen Rücken gerammt hätte. Die Stärke ihrer Reaktion war wie eine Ohrfeige, die sie wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückholte. Sie wischte sich die Hände an ihrer Jeans ab und zog die Waffe. Dimitri schien zu spüren, dass sie sich in diesem Moment beruhigt hatte, denn er richtete sich auf und sagte, »Ich habe dir Besuch mitgebracht.« »Oh«, eine neugierige Frage. Dimitri machte einen Schritt zur Seite, damit Honor eintreten konnte. Valeria lag ausgestreckt auf einer cremefarbenen Chaiselon, die vor einem Fenster stand. Sie trug einen blutroten Saturn-Morgenmantel, der bis zur Hälfte ihrer Oberschenkel reichte. Der Gürtel um ihre Taille war locker genug gebunden, um die innere Wölbung einer ihrer perfekt geformten Brüste kunstvoll zur Geltung zu bringen. Sie hatte den Kopf so geneigt, dass das Licht des frühen Morgens im richtigen Winkel auf sie fiel und ihre ohnehin atemberaubenden Gesichtszüge noch schöner aussehen ließ. Langes, goldbraunes Haar lockte sich über ihren Schultern und tanzte auf ihren Brustspitzen, die von der Berührung des Satans hart und bereit geworden waren. Die Einladung hätte nicht deutlicher sein können. Bis ihr tiefblauer Blick sich aus der Bewunderung von Dimitris Körper löste und auf Honor fiel. Plötzlich kam Bewegung in Valerias Glieder, Wut und Röte durchfluteten ihr Gesicht, als sie auf die Füße kam. Doch Honor erhaschte einen kurzen Blick auf den teuflischen Hunger, der unter dem Zorn lag. Valeria erinnerte sich daran, wie sie Honor benutzt, sie erniedrigt hatte. Und sie wollte es wieder tun. Oh, Berechnung lag in ihren atemberaubenden Augen, in denen unsterbliche Schönheit lag. Du hast mir einen Snack mitgebracht. Du warst schon immer ein Schatz. Honor sah, wie sich Dimitris Muskeln spannten und streckte, ohne darüber nachzudenken, die Hand aus, um verborgen vor Valerias Blicken seinen Rücken zu berühren. Noch nicht. Dichter Anspannung, straffe Muskeln. Aber das seidige Raubtier, in dessen Augen der Tod lag, schlug nicht zu. Hübsches Zimmer, sagte er stattdessen halblaut in dieser seidigen Stimme, die Honor nie im Leben in der Dunkelheit hören wollte. Ein Zusammenziehen der Augenbrauen verunzierte Valerias glatte Stirn. Was? Kleine Fenster allerdings, fuhr Dimitri fort. Sein Rücken krümmte sich leicht unter Onnas ausgestreckten Fingern. Erschrocken stellte sie fest, dass sie ihn noch immer berührte und ließ ihn los. Das heißt, fügte er hinzu, es gibt nur einen Ausgang. Honor hatte immer gewusst, dass Dimitri unbarmherzig war. Aber erst als sie den matten Schleier aus Angst sah, der sich über Valerias seeblauen Blick legte, begriff sie wirklich, an welcher Stelle in der Nahrungskette er stand. Die Vampirin sah sich um. Mit wildem Blick wandte sie sich ihnen wieder zu. Es war nur ein bisschen Spaß, Dimitri. Du weißt doch, wie das ist. Hm. Erzähl es mir. Valeria schien das bedächtige Schnurren als Aufforderung zu verstehen. Das Leben kann so eintönig sein, nach Jahrhunderten der Exzesse. Es war ein unanständiger, kleiner Nervenkitzel, die Jägerin zu unserer Verfügung zu haben. Sie machte ein paar Schritte auf sie zu. Der blutrote Satin gab kleine, aufreizende Blicke auf ihre glatten Schenkel frei. Sie ignorierte Honor und strich mit der Hand Dimitris Brust hinab, langsam und mit unverhohlenem Wohlgefallen. Onnas Finger krampften sich um die Pistole. Zähneknirschend rang sie sich die Selbstbeherrschung ab, keine Kugel zwischen diese blauen Augen zu schießen, die so groß und verführerisch waren. Dimitri hob nur die Hand und schloss sie um die der Vampiren. Ein faszinierendes Spiel, sagte er mit tieferer Stimme und zog Valeria noch näher an sich, bis seine Lippen beim Sprechen ihr Ohr berührten und ihre Brüste sich an seine Brust drückten. Ich hätte dich gar nicht für so kreativ gehalten. Er vergrub seine freie Hand in den Haaren der Brünetten. Valeria schloss die Augen, ihr Leib erzitterte unter der Berührung seines muskulösen Körpers. Ich würde das Lob ja gerne einheimsen, ein heiseres Flüstern. Aber du würdest mir ja doch auf die Schliche kommen. Bei Dimitris Lachen hätte Onna ihm am liebsten ein Messer in die Eingeweide gerammt und wäre so weit wie Menschen möglich davongelaufen. Doch Valeria lächelte und öffnete die Augen. Ich habe eine Einladung erhalten. Ein gieriger Blick in Onnas Richtung. Sie hatte solche Angst, als ich dort ankam. Aber sie wollte nicht schreien oder flehen. Wochenlang nicht. Dimitri riss Valerias Gesicht mit einer unsanften Bewegung zu sich herum. Du hast die Einladung aufgehoben, nicht wahr? Ja, als Andenken. Ihre Lippen wanderten über seine Wangenknochen. Hast du sie für mich mitgebracht? Kann ich sie ganz für mich haben? Onna berührte wieder Dimitris Rücken, ohne zu wissen, warum sie glaubte, dass es irgendwas bewirken würde. Sie wusste nicht, warum sie diesen Vampir zu verstehen glaubte, der so alt und mächtig war, dass ihre Knochen beim bloßen Gedanken daran schmerzten. Sag mir zuerst, mit wem du sie geteilt hast, flüsterte er und ignorierte dabei die Tatsache, dass sie den Gürtel ihres Morgenmantels gelöst hatte, um ihre cremefarbene, blutrot umrahmte Haut zu entblößen. Ich möchte wissen, wer sonst noch deinen Geschmack hat. Aber ich will sie für mich allein. Gereiztheit Valeria Der Befehl in seiner Stimme, die voller scharfer Klingen und Schreie in der Nacht war, brachte die Frau fast zum Orgasmus. Es heißt, du sorgst dafür, dass es wehtut, Dimitri. Als Antwort nutzte er die Hand in ihren Haaren, um ihren Kopf so heftig zurückzureißen, dass ihr Tränen in die Augen traten. Sie leckte sich die Lippen und machte keine Anstalten, die dunkelrosa Brustspitze zu bedecken, die der Satin bei der Bewegung freigelegt hatte. Tommy. Einmal habe ich Tommy getroffen, als ich für meine Runde bei ihr zu spät dran war. Honor erinnerte sich an diesen Tag, erinnerte sich an die elegante, feminine Stimme, die mit der tieferen Männlichen diskutierte, als Valeria den Mann schmeichelnd dazu überredete, bleiben zu dürfen. Wir spielen alle zusammen. Das Geräusch von Kleidern, die sich aneinander reiben, die Nässe eines langen Kusses. Du weißt, dass dir meine Art zu spielen gefällt. Der Mann, Tommy, hatte schließlich nachgegeben. Zusammen hatten die beiden ... Sie hatten Honor zum Schreien gebracht. Ihre Hand krallte sich fest in Dimitris' T-Shirt und erlegte die Hand, die nicht in Valerias Haar steckte, eng um deren Kehle. Nur Tommy? Es gab noch andere. Aber denen bin ich nie begegnet. Jeder hatte seine Zeiten. Ihre Brüste hoben und senkten sich. Sie öffnete die Lippen. Die Einladung, Valeria. Ein unverblümter Befehl. Erzähl mir von der Einladung. Mit besitzergreifenden Händen, die Honor in tausend Stücke zerfetzen wollte, liebkoste die Brünette die straffen Muskeln von Dimitris' Brust. In meinem Schlafzimmer, in der obersten Schublade des kleinen Tischchens neben meinem Bett. Ihre Finger wanderten nach unten, um sein T-Shirt anzuheben und warme, dunkelgebräunte Haut freizulegen. Ich zeige sie dir, wenn wir nach oben gehen. Wieder schweifte ihr Blick zu Anna. Ich will sie. In diesem Moment lächelte Dimitri und bog Valerias Hals erneut nach hinten und schlitzte ihre Kehle mit ebenso viel Emotion auf, wie man sie von einer Katze erwarten würde, die ihre Beute erlegte. Die schwere Klinge schimmerte glatt und silbern in der Morgensonne. Als die Vampiren nach ihrem Halsgriff packte er sie an der Kehle und spießte sie mit dem Messer, das er in ihren Hals gestoßen hatte, an der Wand fest. Zieh es nicht heraus, befahl er, als Valeria genau das tun wollte. Sonst schneide ich dir die Hände ab. Anna hatte beim ersten Schnitt ihre Waffe hochgerissen, doch jetzt blickte sie Dimitri in die Augen. Er hob eine Braue. Sie schüttelte den Kopf. Ich kann so nicht auf sie schießen. Nicht, wenn die Vampirin wie ein Insekt aufgespießt war, der rote Satin ihres Morgenmantels einen tieferen, feuchteren Farbton angenommen hatte und ihre sahnefarbene Haut blutverschmiert war. Als Dimitri auf Anna zukam, fiel ihr auf, dass er es trotz des arteriellen Blutschfalls geschafft hatte, bis auf die Hand, mit der Valeria an der Kehle gepackt hatte, keinen Tropfen Blut abzubekommen. Was sie zu dem sehr erschreckenden Schluss brachte, dass er das nicht zum ersten Mal getan hatte. Sieh, sagte er und berührte ihr Kinn mit den Fingern seiner sauberen Hand, bevor er die Rosen aus einer Vase riss, um sich die Blutige zu säubern. Sinn zu menschlich. Ja. Ein willkommener Schreck, eine Bestätigung, dass sie sich den Kern ihrer selbst bewahrt hatte, trotz des Grauens in dem dunklen Kellerloch, wo Valeria und Tommy und ihre grotesken Freunde sie benutzt hatten, bis ihr Geist in Stücke gerissen war. Sie ging an Dimitri vorbei, um der brünetten Vampirin gegenüber zu treten, und sagte zu dem Monster mit den großen blauen Augen. Hast du noch etwas über meine Entführung und die Übergriffe zu erzählen? Dimitri setzte sich auf die Chaiselon und angelte sich aus einer Kristallschale auf einem Tisch eine Praline. Als Valeria Honor die Zähne zeigte und sich weigerte, die Frage zu beantworten, schaß er der Frau durch den Oberschenkel, beinahe exakt an der Stelle, von der die Vampiren am liebsten trank. Valeria schrie hoch und schrill. Honor wusste, dass die Bestrafungen für Unsterbliche, deren Körper sich von grausamen Verletzungen erholen konnten, nicht mit denen für Sterbliche vergleichbar waren. Doch sie war noch nie so hautnah und persönlich mit der gnadenlosen Realität konfrontiert worden. Macht es ihnen überhaupt etwas aus? fragte sie Dimitri, als Valerias Schreie zu Schluchzern verebten. Er zuckte die Schultern. Seine Muskeln bewegten sich geschmeidig unter der dünnen Baumwolle seines T-Shirts. Nein. Er legte seine Pistole neben die Kristallschale, bevor er sagte, Valeria sei eine gute Gastgeberin und beantworte Onners Frage. Dann schob er sich eine der Pralinen in den Mund. Mehr weiß ich nicht, schluchzte die Vampiren. Ihre Augen waren vom Weinen rot umrandet. Nur Tommy? Oh, keine Sorge, sagte Honor, die sich daran erinnerte, wie Valeria von ihren Tränen gekostet hatte. Wie sie gekichert hatte, als Honor so laut und so lange geschrien hatte, bis ihre Kehle rau war und ihr die Stimme schwand. Zu Tommy. Kommen wir noch. Sie wusste nicht, was Valeria aus ihrer Stimme herausgehört hatte. Doch plötzlich sah die Vampiren auf eine Weise verängstigt aus, die Honor bei jemandem ihres Alters und ihrer Macht niemals erwartet hätte. Er hat alles getan, erinnerst du dich? sagte Valeria. Sie hob die Hände wieder an ihre Kehle, als die Wunde um das schwere Jagdmesser herum zu heilen begann. Das würde ich nicht tun. Dimitri aß noch eine Praline. Vor Angst zuckend ließ Valeria die Hände sinken, während sie an Honor gewandt weitersprach. Tränen schimmerten in ihren Augen. Er war derjenige, der dir wehgetan hat. Ich wollte nur trinken. Ja. Tommy hatte ihr Schmerzen zugefügt, die nur ein Mann einer Frau zufügen konnte. Aber nur, weil Valeria ihn dazu angestachelt hatte. Davor waren seine physischen Übergriffe in Anbetracht der Umstände eher geringfügig gewesen. Der Mistkerl hatte ihr Blut mehr genossen als alles andere. Valeria allerdings war immer sehr erfindungsreich gewesen, wenn sie mit Honor in der Dunkelheit alleine gewesen war.« »Oh, hat das wehgetan?« Ein flüstersanftes Lachen. »Wie unartig von mir. Aber ein Mädchen muss trinken.« »Dimitri,« sagte Honor, »ich habe meine Meinung geändert.« Und dann schoss sie Valeria in den anderen Oberschenkel. Es machte ihr ein bisschen Sorgen, dass sie nicht gezögert hatte. Aber diese Frau, die jetzt schrie, weil es um ihren eigenen Körper ging, hatte sie gefoltert. Wer in aller Welt wollte ihr vorschreiben, was ihr helfen würde, sich besser zu fühlen. Denn Valeria diese Kugel in den Leib zu jagen, tat es auf jeden Fall verdammt. »Ich bin fertig.« Niemals wieder würde diese erbärmliche Kreatur sie in ihren Albträumen verfolgen. »Sehen Sie nach, ob Sie die Einladung finden.« Dimitri erhob sich. »Valeria und ich müssen uns unter vier Augen unterhalten.« Sie schob ihre Waffe ins Holster und drehte sich zu ihm um. »Bringen Sie sie nicht um!« Es würde zu schnell gehen, wäre nicht genug. Und aus dem, was Valeria ihr angetan hatte, aus ihrer ausgeprägten Sachkenntnis in bestimmten Arten von Schmerzen, schloss Onna, dass sie bei weitem nicht ihr erstes Opfer gewesen war. Ein bedächtiges Lächeln, bei dem sich die Haare in ihrem Nacken aufrichteten. »Vertrauen Sie mir!« Das Seltsame war, dass sie es tat. Vielleicht war sie eine Idiotin, die sich selbst etwas vormachte. Aber das änderte nichts daran. Sie ließ ihn mit der verschreckten Vampirin zurück, die bereits wimmerte und versuchte, schmeichelnd auf jenen Mann einzureden, von dem Onna wusste, dass keine weibliche List ihn je beeinflussen würde, verließ das Zimmer und stieg die Treppe hinauf. Die opulente Eleganz setzte sich in den übrigen Teilen des Hauses fort. Die Kunstwerke an den Wänden waren in vergoldete Rahmen eingefasst, sehr geschmackvoll. Die Läufer waren Hand gearbeitet und in Tönen gehalten, die den Gesamteindruck noch förderten. Ein exquisit gemeißeltes Marmorgeländer begrenzte den gewundenen Treppenaufgang, der ins zweite Stockwerk hinaufführte. Im Schlafzimmer prangte ein riesiges Himmelbett aus dunklem Holz, dessen Vorhänge an den Ecken sorgfältig zusammengenommen waren. Die Laken aus feinster ägyptischer Baumwolle waren noch zerwühlt von Valerias Erwachen an diesem Morgen. Als sie die Nachttischschublade öffnete, hörte sie den ersten Schrei im Haus wieder hallen. So schrill, dass Onna sich nicht vorstellen konnte, was Dimitri Valeria antat. Mitleid rührte sich in ihr, doch sie schob den Unterkiefer vor und machte weiter. Wenn Dimitri hier Gnade zeigte, würden die anderen Vampire schon bald anfangen, ihren dunkelsten Gelüsten nachzugeben, und die Welt würde sich blutrot farben. Da. Die Einladung war eine silberne, in der Mitte gefaltete Karte. Ennui ist so furchtbar öde, nicht wahr, Valeria? Die Worte waren mit schwarzer Tinte in einer anmutigen Handschrift geschrieben, die sowohl von einem Mann als auch von einer Frau stammen konnte. Ich habe ein Amüsement für dich, das selbst deinen übersättigten Appetit befriedigen dürfte. Darunter war eine Adresse angegeben, eine Liste mit drei Datumsangaben und eine Notiz, die lautete, »Wenn du dich diesem Genuss hingeben möchtest, komm in den folgenden Wochen immer an denselben Tagen zur selben Zeit.« Es gab keine Unterschrift, und obwohl Onna die Karte sehr vorsichtig angefasst hatte, wusste sie, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit keine Fingerabdrücke darauf finden würde. Wortlos ging sie, begleitet von einem weiteren schaurigen Schrei, hinunter in die Küche, wo sie eine Plastiktüte fand. Keine mit einem Verschluss, aber sie würde fürs Erste genügen. Sie legte die Karte hinein und ging zurück ins Morgenzimmer. Die Flure waren erfüllt von einer nachklingenden Stille, die nur durch das Geräusch von Valerias Windeln unterbrochen wurde. Sie betrat das Zimmer und fand kein Fleckchen Blut auf Dimitris Körper oder seiner Kleidung. Ihr Blick blieb an seinen gebräunten Armen hängen, als er mit den gemächlichen Bewegungen eines Mannes, der wusste, dass er bei weitem das gefährlichste Wesen in diesem Raum war, seine Waffe wieder in dem Holster an seinem Knöchel verstaute. Valeria hingegen war irgendwie geschrumpft. Ich hab sie, sagte sie. Gut. Er wies mit dem Kopf in Richtung Auffahrt. Ilium wird Valeria bewachen, bis Andreas Männer eintreffen. Valeria gab ein tiefes, flehendes Geräusch von sich, als Onna aus dem Fenster sah, um den erstaunlichen Anblick eines Engels zu erhaschen, der mit seinen von Silber durchzogenen blauen Flügeln auf dem frischen Grün des Rasens zur Landung ansetzte. Er ist … aller Atem wich aus ihren Lungen. Sie hatte Fotos, sogar Fernsehbilder von diesem blau geflügelten Engel gesehen, doch nichts davon war ihm gerecht geworden. Unmöglich. Aus der Nähe war der Eindruck sogar noch erstaunlicher. Als sie am Wagen ankamen, blickte sie den Engel an und sah seine Augen aus venezianischem Gold, sein schwarzes Haar, dessen Spitzen in schimmerndes blau getaucht waren, und sein Gesicht, dessen Schönheit so rein war, dass er eigentlich zu hübsch hätte sein müssen. Doch das war er nicht. Er war einfach nur das schönste männliche Wesen, das sie je in ihrem Leben gesehen hatte. Er fing ihren Blick auf und sagte, »Ich bin Ilium.« Die unverholene Neugier in seinen goldenen Augen hätte sie fast zum Lächeln gebracht. »Ona.« Dimitri, der ein kurzes Gespräch an seinem Handy geführt hatte, öffnete die Fahrertür. »Wenn Valeria irgendetwas unternehmen will,« wies er Ilium an, »schneide ihr die Arme ab.« Der blau geflügelte Engel wirkte bei dieser Anordnung nicht im Mindesten beunruhigt. Zusammen mit Dimitris offensichtlichem Vertrauen in ihn verdeutlichte es Ona, dass Ilium, schön oder nicht, keineswegs nur eine hübsche Dekoration war. Allerdings, dachte sie, als sie in seinen Zügen den scharfen Verstand erkannte, während er mit Dimitri sprach, war er absolut dazu in der Lage, die Wirkung, die er mit seinem Aussehen erzielte, zu seinem Vorteil einzusetzen. »Elena und Raphael sind unterwegs,« sagte er jetzt. »Sie werden gegen sechs Uhr heute Abend landen.« Mit einem knappen Nicken rutschte Dimitri in den Wagen. »Ona, hören Sie auf, mit Ilium zu flirten. Das bestärkt ihn nur in seiner Eitelkeit.« »Er hat recht.« Ilium ging um den Wagen herum, um ihr die Beifahrertür zu öffnen. »Und im Gegensatz zu manch anderen bin ich auch noch ein Gentleman.« Als sie in den Wagen stieg, trafen sich ihre Blicke, und sie fragte sich, wer dieses Geschöpf wohl hinter seiner erstaunlichen Schönheit und dem Charme sein mochte, dieser Ilium mit seinen blauen Flügeln. »Dankeschön.« Seine Antwort war abwägend, beinahe zaghaft. »Sie sind nicht wie die anderen.« »Was?« Dimitri brauste davon, bevor Ilium eine Chance hatte, zu antworten. Sie sah zurück und bemerkte, dass er sie mit einem eindeutig nachdenklichen Gesichtsausdruck betrachtete, die Flügel ausgebreitet, um das Licht der frühen Morgensonne einzufangen. Die silbernen Fäden glitzerten und verwandelten ihn in eine lebendige Luftspiegelung. »Ich hatte gedacht«, sagte sie, als er aus ihrem Blickfeld verschwand, »dass Engel höher in der Nahrungskette stehen als Vampire.« Und dennoch hatte Ilium Befehle von Dimitri entgegengenommen. »Er ist einer der Sieben, Rafaels Elite-Wache«, erklärte ihr Dimitri, während sie durch das Haupttor fuhren. »Ich leite sie.« »Rafaels Stellvertreter.« Der Grund für diesen Titel war ihr plötzlich so viel klarer. »Ich bin noch nie einem Engel wie Ilium begegnet.« Trotz seines umwerfenden Aussehens hatte er menschlicher gewirkt als alle anderen Unsterblichen, denen sie je begegnet war. Ein strenger Seitenblick. »Flirten Sie ruhig mit ihm, wenn Sie möchten, Anna. Aber Sie gehören mir.« Diese unverblümten Worte waren ein Schock. Und zugleich auch wieder nicht. »Ich weiß nicht, was das zwischen uns ist«, sagte sie und gestand damit das dunkle Feuer ein, das von Anfang an zwischen ihnen gebrannt hatte. »Aber ich weiß, dass ich mich meiner geistigen Gesundheit zuliebe von ihnen fernhalten muss.« »Zu schade.« Er sprach die Worte mit der gleichen Emotionslosigkeit aus, mit der er auf Valeria geschossen hatte. Es machte ihr Angst. Eine gesunde Reaktion. Nicht gesund hingegen war, dass sie die Hand ausstrecken und die harte Kante seines Kiefers berühren wollte, um ihn irgendwie weicher zu machen. Unmöglich. »Wenn es darauf ankommt, würde ich eher sterben, als meine Freiheit aufzugeben«, sagte sie. Der Wind peitschte ihr das Haar aus dem Gesicht. »Nie wieder werde ich eine Gefangene sein, weder ihre noch die von irgendjemand sonst.« Diesen Schwur hatte sie abgelegt, als sie wie eine zerbrochene Puppe im Krankenhausbett gelegen hatte, und sie würde dunkelrotes Herzglut vergießen, um ihn einzuhalten. Mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der an Macht gewöhnt ist, wechselte Dimitri den Gang. »Ich habe nicht vor, sie zu zwingen, Honor.« Der schroffe Ton wich schwarzer Seide, sündig und verlockend wie der köstliche Duft von Schokolade, der sich bis in ihr Innerstes schlich. »Ich habe vor, sie zu verführen.« Ein Aufwallen von Hitze tief in ihrem Körper, ein Impuls von Anziehungskraft, die sich nicht den Regeln rationalen Verhaltens unterwarf. Und eine Besessenheit, gegen die sie nicht ankämpfen konnte. »Hat schon jemals eine Frau Nein zu Ihnen gesagt, Dimitri?« »Einmal.« Er nahm die Kurve mit einem Lächeln, bei dem sie sein Gesicht in die Hände nehmen und seine wunderschönen Lippen mit ihren eigenen nachzeichnen wollte. »Ich habe sie geheiratet.« Dimitri wusste nicht genau, warum er es Honor erzählt hatte, da er doch mit niemandem über Ingrid sprach. Nur Raphael wusste Bescheid, und der Erzengel respektierte seinen Wunsch, Stillschweigen über diese Sache zu bewahren. Über diese Wunde, die niemals verheilt war. »Tommy«, sagte er deshalb, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, als Honor gerade den Mund öffnete, um ihn nach der einzigen Frau in seinem langen, langen Leben zu fragen, die jemals sein Herz besessen hatte. »Ist Thomas Beckworth, der Dritte im Bund?« Onnors Blick lag schwer auf ihm, doch sie ließ sich auf den Themenwechsel ein. »Tommy ist ein häufig vorkommender Name.« Valeria hat es bestätigt. Als sie erkannt hatte, dass Betteln und Flehen nicht helfen würde, hatte die Vampiren versucht, mit der Information zu schachern. Es waren nur ein paar gebrochene Knochen nötig gewesen, um dem Ganzen ein Ende zu machen. Dimitri hatte darauf geachtet, dass diese Brüche die halb verheilten Frakturen widerspiegelten, die er auf den Röntgenaufnahmen von Honor nach ihrer Rettung gesehen hatte. »Bitte, Dimitri,« hatte Valeria geheult, »du wirst doch wegen einer Sterblichen nicht zu einem Monster werden!« Das hatte ihm ein aufrichtiges Lächeln entlockt. »Liebe Valeria, ich war schon ein Monster, bevor du geboren wurdest. Er war in dem Moment dazu geworden, als sein Hof verbrannt war und mit ihm der beste Teil von Dimitri selbst.« Während sie im Obergeschoss waren, habe ich Venom mit der Suche beauftragt. Seinen Ermittlungen zufolge, er riss den Blick von dieser Erinnerung los, die ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen würde, scheint Tommy untergetaucht zu sein. Der Duft blühender Wildblumen flüsterte durch die Luft, als Honor ihre Sitzposition änderte. »Er kann nicht wissen, dass wir ihm auf der Spur sind.« Ihr Duft schlang sich um ihn und berührte ihn auf eine Weise, die er keiner Frau gestattete. »Nein,« sagte er, »seine Hand schloss sich fester um das Lenkrad.« »Aber er ist gut genug vernetzt, um mitbekommen zu haben, dass sie für mich arbeiten.« Ona sah die angespannten Linien, die seinen Mund umgaben, und musste die Hände zu Fäusten ballen, damit sie sich nicht zu ihm hinüberbeugte, um die Linien fortzustreicheln. Ihre Verrücktheiten würden sie noch umbringen. »Wir fahren zu Tommy nach Hause,« fuhr er fort, als sie ihn nicht unterbrach, »und werden sehen, was wir herausfinden können.« Dieses Haus stellte sich als ebenso protzig heraus, wie das Valerias elegant gewesen war. Barocke Schnörkel fanden sich an allen Ecken, und die Tapete war so hässlich, dass nur ihr Preis und nicht der geschmackausschlaggebend gewesen sein konnte. Die Möbel waren klobig und mit floral gemustertem Stoff bezogen, der ebenso abscheulich und zweifelsfrei auch so teuer war wie die Tapete. Aber das Schlafzimmer schoss den Vogel ab. »Unglaublich«, sagte Ona, als sie auf das enorme, kreisförmige Bett starrte, das mit rosa Saturnbettwäsche bezogen war und auf dem tausende pralle, von weißem Pelz eingefasste Kissen lagen. »Ich hätte nicht gedacht, dass es solche Betten wirklich gibt, außerhalb von überkandidelten Pornofilmsets.« Sie konnte nicht anders, als den Blick nach oben zu richten. »Eine verspiegelte Decke. Ich bin schockiert.« Dimitri fing an zu lachen, und es war ein wilder, wunderschöner Klang, der plötzlich und schroff abbrach. »Ona, verlassen Sie das Zimmer.« Ein Befehl im Eismantel. Ihr Magen zog sich zusammen. Es wäre einfach gewesen, auf dem Absatz kehrzumachen und zuzulassen, dass er sie beschützte. Denn das versuchte er gerade, dieses gefährliche Geschöpf, das niemals menschlich sein würde. Aber damit würde sie den Bestien, die sie hatten zerstören wollen, den Sieg überlassen. »Kein Davonlaufen mehr!« Mit brutaler Willenskraft hielt sie ihre Stimme ruhig. »Zeigen Sie es mir!« Einen angespannten Moment lang wurde sie von dunklen, so dunklen Augen gemustert. »Ona, manche Kämpfe«, sagte sie sanft und hielt seinem Blickstand, der voller unglaublich alter Geheimnisse war, »muss eine Frau selbst austragen.« Seine Kiefermuskeln malten, als er sagte, »Nach ihnen!« Die vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotografie nahm die ganze Wand gegenüber dem Bett ein. Es war das Bild einer nackten Frau, die an den Handgelenken gefesselt in schweren Ketten hing. Ihre Beine waren gespreizt und an den Boden gekettet. Ihr Kopf hing herab, das Haar fiel ihr über das Gesicht, eine Seite ihrer Brust blutete, wo ein Vampir von ihr getrunken hatte. Es war Onna. Sie ging hinüber zu dem Bild, das sie in diesen Albtraum zurückzukatapultieren drohte, zog ihr Messer und fing an, es langsam und systematisch in Stücke zu schneiden. »Ich hatte ganz vergessen«, sie versuchte, die Wut hinunterzuschlucken, die sie überschwemmen wollte, »dass sie fotografiert haben.« Klick, klick. Das Geräusch hatte sie aufs Neue erniedrigt, als sie geglaubt hatte, gegen alles gewappnet zu sein, was ihre Peiniger ihr antun konnten. Dann brachte er die Videokamera mit. Was bedeutete, dass es irgendwo Aufnahmen von ihr gab? Aufnahmen, die zeigten, wie sie versuchte, nicht zu schreien, als Tommy ihr Schmerzen zufügte. Deshalb hatte sie es vergessen, weil sie die Schande nicht ertragen konnte, zu wissen, dass andere, vielleicht ihre Freunde, sie so gefesselt und hilflos und erniedrigt sehen könnten. Aber natürlich hatte sie es in Wirklichkeit nicht vergessen. Wir werden die Originalbilder und Aufnahmen finden. Dimitri begann mit ruhiger, konzentrierter Wut das Schlafzimmer zu durchsuchen, riss Schubladen heraus und leerte Regale. Er wird sie für sich behalten haben, als sein Geheimnis. Er wusste, dass ich ihm die Kehle aufschlitzen würde, sobald etwas davon nach außen dränge. Das können sie nicht wissen. Ein Schmerz in ihrer Brust, so riesengroß und so schwer. Dimitri kam zu ihr herüber und half ihr, das letzte Stück abzureißen. Schweigend sah er zu, wie sie es in noch kleinere Fetzen zerrupfte. Wie auch immer, sagte er, als die letzten Stückchen auf den Boden zu ihren Füßen segelten, tausend schwarz-weiße Motten. Diese Bilder werden niemals das Tageslicht erblicken. In seinen Augen lag die eiskalte Prophezeiung von Tod. Tommy war nicht der Allerklügste. Sie fanden die Speicherkarten mit den Fotos und Videos im Wandsafe. Schweigend ließ Dimitri zu, dass Anna sich zum Wagen zurückzog und zu ihrem Laptop, um herauszufinden, ob die Fotos vielleicht Hinweise zur Identifizierung der anderen Mitglieder dieser kranken kleinen Gruppe lieferten. Ich werde sie zerstören, sagte sie, als er zu ihr herauskam, nachdem er im Schlafzimmer nichts Brauchbares mehr gefunden hatte. Es waren Beweise, die vorsichtig behandelt werden mussten. Aber es ging um sie. Nackt und gefesselt und entehrt. Ob rational oder nicht, sie wollte, dass diese Bilder verschwanden, damit niemand sonst sie jemals zu sehen bekam. Dimitri ging um den Wagen herum zum Kofferraum und öffnete ihn, um einen kleinen Hammer aus seinem Werkzeugkasten zu holen. Damit zertrümmerte sie die Speicherkarten zu Staub. Dann nahm sie die Kneifzange, die er ihr hinhielt, und zerschnitt die Metallteile in winzig kleine Stückchen. Dimitri sah die ganze Zeit mit kühlem Blick zu, doch diese Kühle änderte sich, als sie mit der Durchsuchung des Hauses fertig waren. Tommy hatte keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hinterlassen. Honor? Dimitri wandte sich zu ihr hin, als er den Ferrari vor der Gilde Zentrale zum Stehen brachte. Er sah ihr in die Augen und streckte die Hand aus, um eine gelockte Haarsträhne zu berühren, die sich aus der Spange in ihrem Nacken gelöst hatte. Er achtete darauf, nichts anderes an ihr zu streifen. So weich, mummelte er, feminin, wunderschön und beinahe unzerstörbar. Der Schmerz in ihrer Brust, dieses furchtbare Ding, ließ nicht nach. Aber in diesem Augenblick hätte sie Dimitri küssen können. Er war kein Mensch, er war nicht einmal gut, aber er hatte ihr gerade ein Stück von ihrem Stolz zurückgegeben, den Tommys Bosheit ihr genommen hatte. Ich werde sie anrufen, sobald ich etwas herausgefunden habe, sagte sie, und es klang beinahe wie ein Versprechen. Als sie das Hauptgebäude der Gilde betrat, ging sie nicht nach oben zu Sarah, sondern hinunter in die Katakomben. Die unterirdischen Verstecke erfüllten einen doppelten Zweck, sie boten Jägern Unterschlupf, wenn die Lage zu heiß wurde, und sie beheimateten die Überwachungs- und Datenerfassungssysteme der Gilde. Der geniale Geist, der sie alle verwaltete, war in einem Körper gefangen, der bei einem Unfall in seiner Kindheit schwer verletzt worden war. Vivek hatte kein Gefühl mehr unterhalb der Schultern. Aber wenn irgendjemand glaubte, das hielt ihn davon ab, der verdammt beste Informationsanalyst, auch Spion genannt, in den weltweiten Aktivitäten der Gilde zu sein, würde er schon bald eine böse Überraschung erleben. Oh na, sagte er, als sie das Sicherheitsprotokoll absolvierte, um den Bunker zu betreten. Hier befanden sich die Computer, von denen aus er die Welt regierte, wenn man den Gerüchten in der Gilde glaubte. Ist Dimitri noch nicht hinter dir her? Erschrocken starrte sie ihn an, unterblickte besorgte Falten auf seiner Stirn. Ich verstecke mich nicht vor Dimitri. Oh gut, aber wenn du ihn wütend genug gemacht hast, versuch nicht, ihn am helllichten Tag zu erschießen. Sarah hat das Elena immer noch nicht verziehen. Anna hatte von dem Vorfall gehört. Sie hatte sogar online die Zeitungsberichte darüber gelesen. Ich schätze, eine Schusswunde würde ihm für eine Weile Schmerzen bereiten, aber ich bin ziemlich sicher, dass er zu alt ist, um daran zu sterben, selbst wenn man ihm das Herz herausbläst. Vivek zuckte zusammen. Oh, das weiß Elena nicht. Mit einem leise gesprochenen Befehl wendete er seinen Stuhl und rollte zu den Hauptcomputerbildschirmen hinüber, um einem blinkenden Alarmsignal nachzugehen. Also bist du wegen meiner vergnüglichen Gesellschaft hergekommen? Eine ironische Frage, aber Anna hatte ihre Kindheit in großer Einsamkeit verbracht. Sie verstand dieses Gefühl besser als die meisten. Entschuldige, dass ich dich nicht besucht habe, sagte sie. Aber um ehrlich zu sein, hätte Sarah mich nicht dazu gezwungen, hätte ich die Akademie wahrscheinlich selbst jetzt noch nicht verlassen. Es schien ihr unglaublich, dass sie diese schwache, geschlagene Kreatur gewesen sein sollte. Aber sie war es gewesen. Und diese Tatsache konnte sie nicht ignorieren. Denn niemals wieder würde sie zulassen, dass es so weit kam. Vivek warf ihr einen durchdringenden Blick zu. Es ist die Sicherheit, nicht wahr? Die Leute verstehen nicht, dass man das braucht. Sie dachte über ihn nach, hier in seinem Bunker, beschützt vor einer Welt, die ihn ausrangiert hatte, als er nicht mehr perfekt gewesen war. Allerdings … Du hast viel mehr Mut, als ich jemals haben werde, Vive. Von seiner Familie in eine Einrichtung abgeschoben, hatte er sich durch die pure, störrische Weigerung aufzugeben, buchstäblich selbst erschaffen. Ich war noch ein Kind, als das geschah, sagte er mit rauer Stimme. Ich hatte jede Menge Zeit, über das Selbstmitleid hinwegzukommen, während ich in diesem Krankenhausbett verfaulte. Also zoll mir keine Anerkennung, die ich nicht verdiene. Ona schüttelte den Kopf, sagte jedoch nichts. Dann äußerte sie ihre Bitte, deretwegen sie zu ihm hinuntergekommen war, obwohl das Grauen sich noch immer tief in ihr bemerkbar machte. Du musst eine Suche für mich durchführen. Wut und Panik und Übelkeit brodelten in ihrem Magen. Nach Bildern oder Videos von mir. In Viveks Augen loderte ein Zorn auf, der so tief war, dass er sie vielleicht erschreckt hätte, wenn sie nicht gewusst hätte, dass er ein geborener Jäger war. An den Rollstuhl gefesselt oder nicht, er hatte dieselben Instinkte wie alle anderen in der Gilde. Jetzt wandte er sich ab, um sich auf seine Computer zu konzentrieren, und gab an die vielen Bildschirme so schnell Befehle ein, dass sie ihm nicht mehr folgen konnte. Ein eisiger Tropfen rann ihr das Rückgrat hinunter, als sie sah, wie die Ergebnisse nacheinander eingingen. Sie schluckte die Galle hinunter, die in ihrer Kehle brannte, und zwang sich zu warten, bis er die Suche beendet hatte. Zeig sie mir. Ein Bild nach dem anderen füllte die Bildschirme aus. Sie ging jede einzelne Seite durch, und Vivek überprüfte sie noch einmal. Ist das alles? Ja, ich hab so tief gegraben, wie es ging, und mehrere weitreichende Suchbegriffe verwendet. Zitternd sank sie auf einen Stuhl. Es sind alles Archivbilder, die bei meinem Verschwinden veröffentlicht wurden, oder Fotos, die nach meiner Rettung unbemerkt aufgenommen wurden. Vivek sprach noch zehn Minuten lang mit seinen Computern, während er alles überprüfte und nochmals prüfte. Das Netz ist sauber, Anna. Was für Fotos die Lumpen auch gemacht haben, sie haben sie nicht hochgeladen. Ein Glanz in seinem Auge. Ich würde sagen, sie haben zu große Angst vor dem Turm. Das sollten sie auch. Sie hätte froh sein sollen. Doch dass sie Valeria gefunden und Tommys Identität ermittelt hatten, hatte nur die Tatsache bekräftigt, dass die anderen, die sie wie ein Stück Fleisch behandelt hatten, da draußen herumliefen und sie verhöhnten und ein Leben frei von Angst und Schrecken lebten. Ich werde nicht aufgeben, sagte sie so leise, dass Vivek es nicht hören konnte und ballte die Hand an ihrem Oberschenkel zur Faust. Und Dimitri auch nicht. Eine Erinnerung daran, dass sie jemanden an ihrer Seite hatte, der unendlich gefährlicher und erbarmungsloser war als alle kranken Freunde von Valeria. Ich habe nicht vor, sie zu zwingen, Anna. Ich habe vor, sie zu verführen. Natürlich wollte auch dieser Mann sein Bissen von ihr haben, und zwar keinen kleinen. Nein, Dimitri würde sich nicht mit weniger als vollkommener fleischlicher Unterwerfung zufriedengeben. Neun Stunden nachdem er Anna das letzte Mal gesehen hatte, legte sich die Nacht wie eine Decke über die Erde. Und Dimitri beendete gerade sein Gespräch mit Galen, das er über die Satellitenverbindung geführt hatte, als Venom ins Zimmer spaziert kam. Sorrow ist ihren Bewachern entwischt. Der Vampir hatte sich ohne Probleme an Hollys neuen Namen gewöhnt. Vielleicht, weil er selbst einmal eine neue Identität angenommen hatte. Vor mindestens einer Stunde. Dimitri fluchte nicht. Ich werde sie finden. Außerdem würde er sich mit den Wächtern unterhalten, denn Sorrow war zwar hochintelligent und nicht mehr ganz menschlich, aber sie war auch noch kein Vierteljahrhundert alt, im Gegensatz zu ihren mehr als 150 Jahren. Venom schüttelte den Kopf, das Haar fiel ihm in die Stirn. Sieh mal, sagte er, indem er es mit einer ungeduldigen Geste wieder zurückstrich. Du hast mit dieser anderen Sache zu tun. Ich werde... Nein, ich bin für sie verantwortlich. Elena hatte sie gefunden, aber er war derjenige gewesen, der sie überredet hatte, aus dieser winzigen Wächterhütte zu kommen, in der sie sich versteckt hatte, ihr ganzer Körper mit Blut verkrustet. Ich weiß, wo ich nach ihr suchen muss. Venom rührte sich nicht. Seine Bereitschaft, sich gegen die übrigen Sieben zu erheben, gehörte zu den Gründen, aus denen er damals in der Gruppe akzeptiert worden war. Du verlierst den Abstand dazu, Dimitri. Wenn... Die schwarzen Pupillen des Vampirs zogen sich zusammen, wurden zu harten Punkten im schneidenden Grün seiner Iris. Wenn sie mehr von Uram in sich hattert von ihrer Menschlichkeit, ist womöglich eine Hinrichtung nötig. Das wäre kein Problem. Schließlich hatte er seinem eigenen Sohn das Genick gebrochen. Es wird alles gut, Misha. Das verspreche ich dir. Er brachte die Lüge mit einem Lächeln hervor, küßte seinen Sohn auf die Stirn, diese zarte, babyweiche Haut, so heiß unter seinen Lippen. Papa wird sich um alles kümmern. Der Ferrari erntete einige begeisterte Zurufe von Jungen, die auf dem Gehweg herumhingen, als er vor einem schäbigen kleinen Gebäude, an dem auf einem Neonschild die Blutbude prangte, in eine Parkverbotszone rollte. Da aus dem Nummernschild klar hervorging, dass der Wagen Dimitri gehörte, machte er sich keine Sorgen um Verkehrshinweise. Jeder, der dumm genug war, seinen Wagen anzufassen, verdiente das, was ihm dann bevorstand. Noch bevor Dimitri die Tür zum Club erreicht hatte, wurde sie ihm von einem Türsteher mit großen Augen geöffnet, der hundert Kilo mehr auf die Waage brachte als Dimitri, und der ihn nicht einmal für eine Sekunde aufhalten konnte, wenn Dimitri ärgerlich wurde. 1,62. Frau asiatischer Abstammung, sagte er zu dem kahlrasierten Mann. Schwarze Haare mit pinkfarbenen Strähnen, braune Augen. Jedenfalls im Moment. Taigige Haut. Zuru mied die Sonne, nicht weil sie ihr wehtat, sondern weil sie sich für eine Kreatur hielt, die in die Dunkelheit gehörte. Als ich Pause hatte, habe ich ein Mädchen gesehen, das mit einem Kerl in einer der Kabinen verschwand, sagte der Türsteher. Könnte sie sein. Dimitri ging zu der Kabine, auf die der Türsteher gezeigt hatte, und zog die Tür auf, um einen Mann in den Zwanzigern vorzufinden, dessen Hose ihm um die Knöchel hing. In der Hand hielt er seinen geschwollenen Schwanz und wichste. In seinen Augen lag ein glasiger Blick. Sorrow, die auf der Bank vor ihm saß, verzog ihre blutrot angemalten Lippen zu einem Lächeln. Bist du gekommen, um dich mit uns zu amüsieren? Eine höhnische Frage, in der nichts Erotisches lag, obwohl das Mädchen ein enges schwarzes Kleid mit Spaghetti-Trägern trug, das nur einen kleinen Teil ihrer Oberschenkel bedeckte. Ihre Beine steckten in Stiefeln aus flüssigem Schwarz. Ohne ein Wort zu sagen, ohrfeigte Dimitri den Mann. Der blinzelte, sah nach unten und wieder nach oben. W- Raus hier! Dimitri hielt ihm die Tür auf. Der Schwanz erschlaffte. Der Mann zog seine Hose hoch und verschwand. Er stolperte über seine eigenen Füße, so eilig hatte er es, den Raum zu verlassen. Dimitri schloss die Tür und lehnte sich dagegen, während er zusah, wie Sorrow etwas hinunterstürzte, das wie ein großer Tequila aussah, bevor sie das Glas mit einem angewiderten Ausdruck auf den Tisch knallte. Hast du gewusst, dass ich nicht mal ordentlich betrunken werden kann? Dein Stoffwechsel hat sich verändert. Wie so viele andere Dinge. Ein bitteres Lachen. Ja, und ich kann machen, dass Männer ihre Schwänze rausholen und vor mir wichsen. Tolle Superkraft, was? Das war's tatsächlich. Zusammen mit diesem Ring aus hypnotischem Grün um ihre Augen und vielleicht einem mörderischen Wahnsinn hatte Sorrow die Fähigkeit ausgebildet, Personen für einen kurzen Zeitraum zu hypnotisieren. Bis jetzt konnte sie sie nur zu Dingen bewegen, für die sie ohnehin empfänglich waren, doch Dimitri glaubte, dass es nicht lange dabei bleiben würde. In der Zeit, seit Uram sie gebissen, sie infiziert hatte, waren die Veränderungen in Sorrow mit phänomenaler Geschwindigkeit vorangeschritten. Er beobachtete, wie sie sich mit der Anmut einer Katze von ihrem Sitz erhob und zu ihm herüberkam, um sich an ihn zu pressen, und bemerkte ihre Enttäuschung darüber, dass er keine Wut zeigte. »Warum hast du nie von mir getrunken oder mich gefickt, Dimitri?« glitzern in ihren Augen harte Worte. »Bin ich nicht gut genug für dich?« »Ich schlafe nicht mit kleinen Mädchen.« Ihr Kopf fuhr zurück, sie sah ihn scharf aus ihren dick geschminkten Augen an. »Ich bin kein Kind!« Dimitri machte sich nicht die Mühe, diesen Punkt zu diskutieren. Stattdessen nahm er sie bei der Hand und öffnete die Tür. Sie weigerte sich. »Ich!« »Es reicht«, sagte er in ruhigem Ton, der die pulsierende Musik durchschnitt, als wäre sie nicht vorhanden. »Ich habe heute ganz präzise kleine Stücke aus einem Vampir herausgeschnitten.« Als Honor zurück ins Zimmer gekommen war, hatte sie nicht bemerkt, dass Valeria unter ihrem Morgenmantel der größte Teil ihres Herzens gefehlt hatte. »Und ich habe vor, einem anderen noch Schlimmeres anzutun. Also leg dich lieber nicht mit mir an.« Sorrow holte Luft, doch sie sagte nichts mehr, bis sie draußen auf der Straße waren. Die Spätfrühlingsluft war noch frisch genug, um ihre Arme mit einer Gänsehaut zu überziehen. »Wie lange hat es gedauert?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Was?« »Bist du nicht mehr menschlich warst?« »Drei Monate nachdem meine Verwandlung abgeschlossen war.« So lange hatte Mischa in den Fesseln vor ihm geschrien und geschluchzt, und so lange hatte Katharinas Asche den Elementen ausgesetzt, neben der ihrer Mutter gelegen. »Es tut mir leid, Ingrid.« Er stand neben den ausgebrannten Resten seines Hofs, wiegte seinen toten Sohn in den Armen, die kostbarste aller Lasten. »Vergib mir.« Mit großen Schritten ging er zu seinem Ferrari hinüber und riss die Beifahrertür auf. »Steig ein.« Sorrow gehorchte. Das Grausame in seiner Stimmung hatte ihren Trotz zertrümmert. Plötzlich sah sie herzzerreißend jung aus, aber Dimitri hatte nicht vor, nachsichtig mit ihr zu sein. Das war er mehr als ein Jahr lang gewesen. »Wenn du ohne Genehmigung vampirische Fähigkeiten bei Sterblichen einsetzt, kannst du unter die Erde verbannt werden.« Bei dieser Strafe wurde man lebendig in einem Sarg begraben und mit gerade genug Blut versorgt, um zu überleben. Ihre Unterlippe zitterte. »Mein Mantel liegt auf der Rückbank.« Sie drehte sich um und legte ihn sich über die Schultern, bevor sie in ihrem Sitz zusammensank. »Willst du mich unter die Erde bringen?« »Nein.« »Diese spezielle Strafe ist aus den Büchern gestrichen worden.« »Raphael hat es für Elena getan, das Geschenk eines Erzengels an seine Gemahlin.« »Ich habe den Auftrag, mir einen Ersatz einfallen zu lassen.« Sorrow steckte seinen Mantel enger um sich herum fest. »Es tut mir leid,« die zögerlichen, verängstigten Worte des Kindes, als dass er sie bezeichnet hatte. Seufzend fuhr er sie über den Harlem River und durchquerte Manhattan, um über die George Washington Bridge zu fahren, bevor er den Wagen auf einer Felskuppe mit Blick über Manhattan zum Stehen brachte. Das Panorama der Stadt wirkte wie eine Ansammlung von Edelsteinen vor dem schwarzen Himmel. Die Engel, die darüber hinwegflogen, zeichneten sich als Silhouetten ab. »Ich nehme dich unter Vertrag, Sorrow.« Es war die einzige Möglichkeit, ihr Selbstbeherrschung beizubringen. »Es spielt keine Rolle, ob deine Verwandlung ohne dein Einverständnis stattgefunden hat. Du wirst erst wieder frei sein, wenn ich beschließe, dass du keine Gefahr mehr bist.« Sie hatte während der Fahrt die Reizverschlüsse ihrer Stiefel geöffnet und sie ausgezogen. Nun zog sie die Beine unter sich. Das war nicht besonders schwierig, so winzig wie sie war. »Wirst du mir beibringen, was ich wissen muss?« Ein Flehen. »Nein. Venom wird sich darum kümmern.« Das Mädchen wurde langsam abhängig von ihm. »Mir ist kalt.« »Ich weiß, Misha. Du bist ein sehr tapferer Junge gewesen.« »Sie haben Mama und Rina wehgetan.« Heldenhafte Versuche, sein Schluchzen zu unterdrücken. »Sie haben Mama und Rina wehgetan, Papa.« Der Klang von Mishas Weinen verfolgte ihn noch immer. Er wollte, konnte, dem keine weitere Stimme hinzufügen. »Venom wird dir auch beibringen, deine Gabe zu steuern.« Sorrow wusste es nicht, aber Venoms Hypnosefähigkeit stellte die ihre in den Schatten. »Ich erwarte von dir, dass du ihm gehorchst.« »Das werde ich.« Dieser ruhigen Zustimmung folgte eine Pause voller ungesagter Dinge. »Was wird aus mir?« fragte sie schließlich. Er hätte sie anlügen können, hätte ihr falsche Hoffnungen machen können, aber das würde sie nur umbringen. Er drehte sich zu ihr hin und streckte die Hand aus, um eine Strähne ihres glatten, rabenschwarzen Haares, durchzogen von einer Farbe, die von der Nacht gestohlen worden war, hinter ihr Ohr zu streichen. Sie zuckte zusammen, und er wusste, dass sie die kalte Klinge seines Zorns spürte. »Das weiß niemand. Aber eines werde ich nicht zulassen. Dass du ein Problem wirst. Hast du mich verstanden?« Ihr Kehlkopf bewegte sich, als sie schluckte. »Ja.« Ein Flüstern. Dann barg sie das Gesicht in der Hand, mit der er immer noch ihre Wange streichelte. »Ich hab Angst, Dimitri.« »Papa, ich hab Angst.« Sorrow war nicht der kleine und wehrlose Mischa, aber sie hätte es sein können. Und deshalb, obwohl er sich geschworen hatte, Distanz zu ihr zu wahren, sagte er ihr nicht, dass sie Grund zur Angst hatte, dass er fast jede ihrer Chancen, diese Sache zu überleben, für mehr als unwahrscheinlich hielt. Stattdessen strich er zärtlich über die dunkle Seide ihres Haares und dachte an die weichen, schwarzen Locken, die er damals unter seiner Hand gefühlt hatte, als er den von Krämpfen gepeinigten Körper seines Sohnes in den Armen gehalten hatte. »Bitte nicht! Aufhören!« Ona schlug die Bettdecke zur Seite und rollte sich aus dem Bett. Ihr Herz hämmerte in dreifachem Tempo. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es knapp drei Stunden her war, seit sie zusammengebrochen war, nachdem sie bis nach Mitternacht an der Tätowierung gearbeitet hatte. Das Dumme war, dass sie sich immer noch daran erinnerte, was Valeria, Tommy und die anderen ihr angetan hatten. Aber dieser Albtraum. Sie hätte schwören können, dass er nichts mit dem Kellerloch zu tun hatte. Vielleicht war es ein Nachhall der nächtlichen Schrecken ihrer Kindheit, der Grund dafür, dass sie nie adoptiert worden war, obwohl ständig Nachfrage nach Kindern bestanden hatte. Offenbar hatte sie geschrien und geschrien und geschrien, bis sie nicht mehr konnte, nur um beim Aufwachen sofort wieder damit anzufangen. Das Schreien ging weiter, bis sie vier oder fünf war. Danach versuchte sie aufzuwachen, sobald die Träume begannen, und verbrachte den Rest der Nacht damit, gegen den Schlaf anzukämpfen. Verlassenheitssymptome hatte es ein Kinderpsychologe genannt. Ona war da nicht so sicher. Was sie empfunden hatte, wenn sie aus diesen Albträumen ihrer Kindheit erwacht war, war zu groß, zu gewaltig gewesen, eine furchtbare Dunkelheit, angefüllt mit äußerster Verzweiflung. Das gleiche etwas, das ihr jetzt den Hals zuschnürte und ihr Herz so dumpf und heftig gegen ihre Rippen hämmern ließ, dass es schmerzte. Sie rieb sich über die Brust, um das Gefühl zu vertreiben. Dann ging sie unter die Dusche. Als sie sich danach frische Kleidung angezogen hatte, nahm sie das Telefon und wählte eine Nummer, von der sie nie geglaubt hätte, dass sie sie um vier Uhr früh an einem kühlen Frühlingsmorgen wählen würde. Draußen wurde das rauchige Schwarz des Himmels vom Streulicht der erleuchteten Büros in den Hochhäusern durchbrochen. Eine tiefe, männliche Stimme erklang und forderte sie auf, eine Nachricht zu hinterlassen. Nachdem sie aufgelegt hatte, rieb sie sich das Gesicht und breitete die vergrößerten Fotos der Tätowierungen auf dem Esstisch am Fenster aus. Kurz bevor sie erschöpft ins Bett gefallen war, hatte sie einen Durchbruch erzielt oder etwas, das sie für einen Durchbruch hielt. Jetzt versuchte sie mit klarem Kopf, trotz der Albträume, ihren Gedankengang nachzuvollziehen. Ja, das war es definitiv. Der Schlüssel oder ein Teil des Schlüssels. Sie wusste nicht, wie lange sie gearbeitet hatte, doch auf ihrem Notizblock waren mehrere Seiten gefüllt, als es an die Tür klopfte. Stirnrunzelnd blickte sie auf die Wanduhr. Halb fünf. Ihr Körper spannte sich in einer seltsamen Heiterkeit, denn es konnte nur eine Person sein. Sie griff nach ihrer Waffe und sah durch den Spion. Sie steckte die Waffe weg, verrückt, wenn man bedachte, wen sie gerade hereinlassen wollte, und öffnete die Tür. Sie haben angerufen? Dimitri trug ein weißes Hemd mit offenem Kragen und schwarzer Anzughosen. Sein Haar war gerade zerzaust genug, um in ihren Gedanken das Bild hervorzurufen, wie er sich mit den Händen hindurchgefahren war. Sie pritt ihre Finger gegen die Handflächen. »Kommen Sie rein!« In ihrem Kopf breitete sich die lebhafte Vorstellung davon aus, wie er wohl aussehen würde, wenn er gesättigt und träge im Bett lag. Obwohl sie wusste, dass Dimitri eher ein Liebhaber war, der auch im Intimsten aller Tänze die totale Kontrolle übernahm, bestand ihr Kopf darauf, ihn entspannt auf dem Rücken liegend vor sich zu sehen, auf seinem Gesicht ein verführerisches Lächeln, so wie ein Mann eine vertraute Geliebte ansah. Die Vorstellung war so verlockend, dass sie sich zwingen musste, sie beiseite zu schieben und sich die Wahrheit über ihn ins Gedächtnis zu rufen. Er war ein anspruchsvoller Vampir, der schon jede Sünde gekostet hatte, und der nicht länger bei einer Frau bleiben würde, als bis er seine Neugierde gestillt hatte. »Ich habe sie geheiratet.« Eine Frau zumindest hatte mehr in ihm geweckt als eine flüchtige sexuelle Anziehung. Anna befiel das unstillbare Verlangen, alles über diese Frau zu erfahren. Hunderttausend Fragen wollte sie ihm stellen. Auf eine Frage jedoch brauchte sie keine Antwort. Es war offenkundig, dass Dimitri sein Ehegelöbnis vor langer, langer Zeit abgelegt hatte. Jenen Mann gab es nicht mehr. Wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten nicht mehr. »Ich muss Ihnen etwas zeigen«, sagte sie. In ihrem Inneren spürte sie einen seltsamen Schmerz, den sie nicht verstand. Er folgte ihr zu ihren Aufzeichnungen und hörte ihr schweigend zu. »Ich bin beinahe sicher«, sagte sie, nachdem sie ihm das Verfahren beschrieben hatte, das sie zu diesem Schluss geführt hatte, »dass dies hier ein Name ist.« Sie legte den Finger auf eine bestimmte Gruppe von Zeichen. »Der Ausschnitt, mit dem ich arbeiten muss, ist so klein, dass ich mich auch vollkommen irren kann, aber ich glaube, dass es so etwas wie Asis oder Isis heißt.« Dimitri wurde sehr, sehr ruhig. Eine knöcherne Hand griff nach ihrer Kehle und drückte zu. »Erzählen Sie mir von ihr«. Als sie nach dieser Aufforderung den Blick hob, schien Dimitris Gesicht aus nichts als harten Linien zu bestehen. Sein Blick wirkte so weit entfernt, dass sie das Nichts und die Ewigkeit darin sah. Dimitri. Irgendwie war ihre Hand auf seinem Unterarm gelandet, seine Haut fühlte sich unter dem feinen Leinen des Hemdes heiß an, seine Sehnen hart gespannt. Sein Gesicht jedoch gab nichts preis. »Sie sollten mich jetzt lieber nicht anfassen, Ona.« Sie nahm ihre Hand weg, doch die Angst, die sie spürte, hatte nichts mit ihm zu tun. Sie steckte tief in ihren Knochen, zum Leben erweckt durch einen Namen, der ihr nichts bedeutete, und dennoch nicht nur Furcht auslöste, sondern einen reißenden Zorn, der über Wut weit hinausging. »Erzähle es mir«. Dimitris Stimme blieb auf seltsame Weise flach, als er sagte, »Aisis war der Engel, der mich erschaffen hat. Ich habe ihr dafür ein Messer ins Herz gerammt und sie in Stücke geschnitten.« Freude, teuflisch und wild verwoben mit einer quälenden Verzweiflung durchfuhr sie. Erschrocken ließ sie den Stift fallen, mit dem sie ihre Beweisführung verdeutlicht hatte, und wich stolpernd von dem Tisch zurück. Dimitri ließ Ona nicht aus den Augen, als sie sich mit den Händen in die Haare fuhr, sie aus dem unordentlichen Knoten in ihrem Nacken löste und mit ruckartigen Schritten in die Küche ging. Damals habe ich diesen Code gesehen, auf Isis' Schreibtisch, am Anfang, als sie ihn mit in ihre Gemächer genommen hatte. Sie nannte es ihr kleines Geheimnis. Aber ihre Höflinge und Freunde müssen es gekannt haben, denn sie hat Mitteilungen an sie in diesen Code verfasst. Zu viele Unsterbliche, um einen Namen herauszugreifen, aber er würde Untersuchungen in diese Richtung veranlassen. Jetzt jedoch galt seine Aufmerksamkeit Ona. Unter seinen Blicken bereitete sie Tee zu, mit den systematischen Bewegungen einer Frau, die schon oft dieselbe Aufgabe ausgeführt hatte und jetzt dennoch bei jedem einzelnen Schritt sehr sorgfältig vorging. So wie Ingrid vorgegangen war, wenn sie sich beruhigen musste. Er lehnte sich gegen den Tresen, der die Küche von Wohn- und Essbereich abtrennte, und fragte halblaut, »Was wissen Sie über Isis?« Die Küche war zu beiden Seiten offen, also konnte er ihr nicht den Weg abschneiden, doch so nervös Ona auch war, sie schien nicht vor ihm davonlaufen zu wollen. In diesem Augenblick, als sie kochendes Wasser in eine gläserne Teekanne goss, während sich die Knochen weiß unter ihrer Haut abzeichneten, schien sie nur mit sich selbst zu kämpfen. »Nichts«, sagte sie, und stellte die Kanne mit heißem Wasser ab, bevor sie den blass rot-orangen Tee zum Ziehen hineingab. »Und trotzdem möchte ich auf ihrem Grab tanzen.« Die blanke Emotion in ihrer Stimme fand in ihm wieder Hall. »Es gibt kein Grab«, sagte er, den Blick auf ihre tiefen Augen gerichtet, die voller Geheimnisse waren. »Wir haben dafür gesorgt, dass nichts von ihr übrig blieb.« Doch jetzt sah es so aus, als hätte etwas von ihr überlebt. Irgendein verdorbener Teil, der jetzt versuchte, Wurzeln zu fassen. »Wir?« Er sah nichts Schlimmes darin, die Wahrheit preiszugeben. Es war nie ein Geheimnis gewesen. Raphael war da. Wir haben Isis gemeinsam getötet. Nichts würde jemals das Band zerreißen können, das in diesem schmerzdurchtränkten Raum unter dem Bergfried und mit Isis Blut und Eingeweiden geschmiedet worden war. Onna stützte sich mit der Hand auf dem Tresen ab, und dann begegnete sie seinem Blick, den Augen, die einem Unsterblichen gehörten, und stellte eine Frage, die er der verängstigten Frau, die damals in sein Büro gekommen war, niemals zugetraut hätte. »Wer sind Sie vor Isis gewesen, Dimitri?« »Ich habe es kaputt gemacht«, ein untröstliches Flüstern. »Zeig mal her.« »Wirst du's Mama sagen?« »Es bleibt unser Geheimnis.« »Hier.« »Es ist wieder ganz.« »Dimitri!« »Mischa!« »Was treibt ihr da?« »Geheime Sachen, Mama!« Lachen, süß und feminin und vertraut, gefolgt von Ingrids leisen Schritten, hochschwanger. Sie küsste erst ihren kichernden Sohn, dann ihren lächelnden Ehemann. »Ich war ein anderer«, sagte er. Die heftige Anziehung, die er Onna gegenüber empfand, machte ihn nervös, auch wenn er ein Leben voller Ausschweifungen geführt hatte, nachdem seine Welt zur Asche verbrannt war, als er seine Seele geschwärzt und sich jedem Laster hingegeben hatte, um den Schmerz zu betäuben. Er hatte Ingrid niemals in dem Punkt betrogen, auf den es ankam. Sein Herz war unangetastet geblieben, eingeschlossen in Stein. »Ich werde dich auch dann noch lieben, wenn ich Staub im Wind bin.« Diese Jägerin, die in ihrem tiefsten Inneren zerbrochen war, würde ihn wahrscheinlich nicht in Versuchung führen, dieses Versprechen zu brechen. Aber es ließ sich nicht leugnen, dass es verborgene Tiefen in ihr gab. Tiefen, die er unbedingt ergründen musste. »Sie sind eine ausgezeichnete Schützin,« sagte er, ein Schulterzucken. »Ich trainiere, und Valeria war nicht gerade ein bewegliches Ziel.« Falten hatten sich auf ihrer Stirn gebildet. »Ich müsste mich eigentlich schlecht fühlen, weil ich es ausgenutzt habe, dass sie wie ein Schmetterling an die Wand gespießt war, aber ich tue es nicht. Was sagt das über mich aus?« »Dass sie ein Mensch sind. Mit Fehlern.« »Komisch, dass es mir dadurch tatsächlich besser geht.« Sie hob den Arm, um einen Hängeschrank zu öffnen. Bei der Bewegung zog sich das graue Sweatshirt über ihren vollen Brüsten ein wenig zusammen, doch nicht annähernd genug, um ihre Figur zu betonen, die nach Dimitris Ansicht unbedingt betont werden sollte. Er drehte sich auf dem Absatz um und fing an, in ihrer Wohnung umherzugehen. Als er sich dem Zimmer näherte, das er für ihr Schlafzimmer hielt, sagte sie, »Das ist privat, Dimitri.« Er ignorierte sie, hörte eine endlose schimpft, Tirada. Aber er war schon an ihrem Schrank, als sie um die Ecke gerannt kam. »Was tun sie da?« »Nachsehen, wer sie vor Valeria und Tommy waren.« Er zog ein kurzes, scharlachrotes Kleid mit tiefem Ausschnitt und freiem Rücken hervor. »Das gefällt mir.« Anna, deren Wangen so rot waren wie das Kleid, riss ihm den Bügel aus der Hand. »Nur damit Sie's wissen. Ich habe es nie getragen. Es war ein Geschenk.« Sein Enthusiasmus kühlte sich ab. »Das ist die Art von Kleid, die Männer kaufen.« »Oder eine Freundin, die Spaß daran hat, mich zu ärgern,« murmelte sie und stopfte das Kleid wieder in den Schrank. »Jetzt raus hier!« Stattdessen griff er wieder in den Schrank, zog einige Kleidungsstücke heraus und warf sie aufs Bett. Das meiste waren Hemd, Blusen und einfache Tops, aber alle figurbetont. Nicht vergleichbar mit den formlosen T-Shirts und Sweatshirts, die sie jetzt trug. Er warf die Sachen aufs Bett und sagte, »Ziehen Sie sich was Vernünftiges an, und ich zeige Ihnen etwas, das Sie nie zuvor gesehen haben.« Sie starrte ihn wütend an und begann, die Kleidung wieder einzuräumen. »Zufällig muss ich arbeiten. Der Rest der Schrift wird sich nicht von allein entschlüsseln.« Bei dem Gedanken an Isis durchfloss kalt brennender Zorn seiner Adern. Bewusst vorsichtig schloss er die Schranktüren. »Soweit ich sehen konnte,« sagte er mit gemäßigter Stimme. »Bewegen Sie sich im Kreis.« Luft wurde ausgestoßen. »Ich hab es fast. Es liegt mir auf der Zunge.« Eine Pause wird Ihnen helfen. Während sie sich umzog, würde er einige Telefonate führen, unter anderem mit Jason. Wenn jemand versuchte, Isis in irgendeiner Form wiederzubeleben oder zu verehren, wollte er es wissen. Damit er alle Unstimmigkeiten ausräumen konnte. Eine Bewegung. Anna ging zur Schminkkommode hinüber und nahm eine Bürste in die Hand. »Wohin gehen wir?« »Das werden Sie erfahren, wenn wir dort sind.« Zusammengekniffene Augen. »Gehen Sie raus, damit ich mich umziehen kann.« »Machen Sie nicht zu lange.« Unter ihrem wütenden Blick verließ er das Zimmer und fing an zu telefonieren. Jason hatte nicht den leisesten Ton von etwas vernommen, das mit einem Engel namens Isis zu tun hatte. Doch er versprach, sein Netzwerk zu alarmieren. Dimitri setzte sich außerdem mit Illium in Verbindung und wies ihn an, den Rest der Sieben zu informieren. Sein letzter Anruf galt Raphael. Die Antwort des Erzengels war schlicht. »Bist du sicher?« »Ja«, sagte er, denn er verstand die Frage. »Ich kann damit umgehen.« Isis war sein Albtraum. Er legte auf und starrte hinaus auf Manhattan, das noch vom ergrauenden Kuss der Nachtumfang war, die Skyline dominiert von dem Turm, als der Duft nach Wildblumen stärker wurde. Er rührte an lange vergrabene Emotionen in ihm, dieser Duft, weckte die Erinnerung an den Sterblichen, der vor so langer Zeit gewesen war, dass er seither ganze Zivilisationen hatte aufsteigen und untergehen sehen. »Gehen wir.« Er drehte sich um und sah Anna in schlecht sitzenden Jeans und einem schlapprigen weißen T-Shirt. Ich sagte, vernünftig angezogen. Er war sich vollkommen darüber im Klaren, was sie mit dieser unförmigen Kleidung bezweckte, und es ließ ihn erbarmungslos werden. Nur weil die Raubtiere nichts von ihnen zu sehen kriegen, heißt das nicht, dass sie sie nicht für Frischfleisch halten. Wut verteilte rote Flecken auf ihren Wangenknochen. »Du kannst mich mal, Dimitri!« »Jetzt sofort?« Er sah sie mit einem bewusst spöttischen Lächeln an. »Dann komm her, mein Schatz.« Er sah ihre Hand zucken und wusste, dass sie gegen den Drang ankämpfte, ihre Waffe zu ziehen und ihm eine Kugel ins Herz zu jagen. »Wissen Sie was?« sagte sie. »Ich glaube, ich ziehe meine eigene Gesellschaft vor.« »Raus!« Armselig, Anna. Er wusste genau, welche schmerzhaften Knöpfe er gerade drückte. »Wenn Valeria noch ihre Zunge hätte, was ich bezweifle, würde sie sich darüber freuen, was sie aus ihnen gemacht hat.« Anna verharrte regungslos. »Ich glaube, ich fange an, sie zu hassen!« »Das macht mir nichts.« Im Hass lag Stärke. Aus diesem Grund hatte er das Verlies überlebt. »Das macht es nur noch süßer, wenn sie nackt und feucht vor mir liegen.« Ohne eine Antwort stapfte sie zurück ins Schlafzimmer. Zehn lange Minuten später kam sie wieder heraus. Dieses Mal hatte sie die Haare zu einem straffen Pferdeschwanz hochgebunden und eine hautenge Jeans an, die bis zu den Knien in schwarzen Stiefeln steckte. Darüber trug sie ein eng anliegendes schwarzes T-Shirt unter einer hüftlangen Lederjacke in derselben Farbe. Er hatte recht gehabt. Ihre Brüste waren üppig, ihre Figur sagenhaft. Er ging zu ihr hinüber, blieb nur wenige Zentimeter vor ihrer sehr femininen Figur stehen, die vor Zorn beinahe vibrierte, und streckte die Hand aus, um sie anzufassen. Das Verlangen war nicht zu leugnen. Ein verschwommener Wirbel aus Bewegung, ein Ellbogen vor seiner Brust, die Beine wurden ihm unter dem Körper weggetreten, und plötzlich krachte er auf den Boden und blickte zu einer Onna hinauf, die kein Opfer war. Dimitri lachte. Onna wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber sicher nicht dieses Lachen, so tief und männlich und so erregend real. Als er ihr die Hand entgegenstreckte, ignorierte sie sie, obwohl sie es besorgniserregend fand, wie sehr sie diesen herrlichen Körper besteigen und sich hinunterbeugen wollte, um diese sinnlichen lachenden Lippen zu küssen. Als hätte er nicht gerade seine Stimme wie ein erbarmungsloses Messer eingesetzt, um sie zu verletzen. Sein Lachen veräppte zu einem Lächeln, das sehr, sehr männlich war. Kommen Sie her. Stattdessen ging sie zur Tür, aber sie war sich nicht mehr so sicher, dass sie in Bezug auf diesen Wahnsinn in ihrem Inneren, diesen Wahnsinn, der Dimitris Namen trug, als Siegerin hervorgehen würde. Onna erstarrte, als Dimitri den Wagen hinter einem alleinstehenden schwarzen Gebäude in Soho zum Stehen brachte. Sie scheuserl, sagte sie. Ihre Stimme war so schwach, dass sie beinahe nicht zu hören war. Das Erotic war der Club der Wahl für höherrangige Vampire. Die Animierherren und Damen, meistens Menschen, aber ab und dann war auch ein neuer Vampir darunter, waren für den Umgang mit den Älteren der beinahe Unsterblichen ausgebildet. Manche bezeichneten die Tänzerinnen und Tänzer hinter diesen exklusiven Mauern als die Geishas des Westens. Dimitri legte den Arm um die Rückenlehne ihres Sitzes und sah Onna mit einem Gesichtsausdruck an, in dem dunkles Amüsement zu liegen schien, solange man ihm nicht in die Augen blickte, die kalt und brutal waren. Die Chancen stehen gut, sein Tonfall strich wie schwarzer Satin über ihre Brüste, dass zumindest ein paar der Vampire, denen sie heute Abend begegnen werden, schon von ihnen gekostet haben. Komm schon, Jägerin, schrei noch ein bisschen mehr, dann schmeckt dein Blut besser. Flecken vor ihren Augen, der Atem in ihrer Brust erstickt. Sie hielt ihre Waffe in der Hand und richtete sie auf Dimitris Kopf, noch bevor sie überhaupt merkte, dass sie sie aus dem Schulterholster gezogen hatte. Ich gehe! Dimitri bewegte sich schnell wie der Blitz, und plötzlich hatte er ihre Waffe in der Hand, sein sinnliches Gesicht nur Zentimeter von ihrem entfernt. Verhöhnen Sie sie damit, dass Sie überlebt haben, Onna. Oder laufen Sie davon wie ein verängstigtes Kanickel. Sie haben die Wahl. Die Gewalt in ihrem Inneren brauchte ein Ventil. Sie wollte Dimitri schlagen, bis er blutete. Warum interessiert Sie das? Ich bin doch nur ein neuer Zeitvertreib für Sie. Stimmt. Er berührte ihre Wange mit dem Lauf ihrer Pistole. Aber es macht mir keinen Spaß, mit jemandem zu spielen, der schon halbtot ist. Er legte ihr die Waffe in den Schoß, stieß seine Tür auf und stieg aus. Seltsam, murmelte er, wie sie mich manchmal an sie erinnern. Und doch haben sie nicht einen Funken von ihrem Mut. Sie starrte seiner kleiner werdenden Gestalt hinterher, als er zum Hintereingang des Clubs ging und sie in diesem Panther von einem Auto zurück ließ. Ihre Pistole wog schwer in ihrem Holster, als sie wieder darin steckte. Seine Worte waren kalkuliert, um eine Reaktion auszulösen, doch sie trafen sie trotzdem. Hart. Es macht keinen Spaß mehr mit dir, Jägerin. Ich hatte bei diesem Spiel mehr Widerstand von dir erwartet. Sie schwang sich aus dem Wagen und lief hinter Dimitri her. Er warf einen Blick über die Schulter und wartete, bis sie ihn eingeholt hatte. Versuchen sie, niemanden zu erschießen. Ein tiefes Schnurren, das ihre Sinne mit einer Intimität streichelte, die so üppig war wie der vielschichtige Duft von Mitternachtsrosen. Die Leute sollen reden. Dann hatten sie die Tür erreicht, eine Tür, die der Türsteher bereits für sie aufhielt. Sir, sagte er, wobei er sorgsam darauf achtete, Honor nicht anzusehen. Er sah überrascht aus, sagte sie, nachdem sie den Flur des Hintereingangs betreten hatten. Normalerweise nicht ihr Einsatzgebiet? Nein. Er neigte den Kopf in ihre Richtung, als sie dem kehligen Klang einer Jazzsängerin folgend nach links abbogen und sagte, man wird davon ausgehen, dass wir etwas miteinander haben. Als sie näher kamen, verwob sich die Stimme der Sängerin mit der Melodie leiser Gespräche. Die Stimmen waren elegant, kultiviert, genau wie diejenigen, die sie im Keller gehört hatte. Ich weiß, sagte sie, fest entschlossen, sich davon nicht zurück in die Dunkelheit reißen zu lassen. Aber da sie in dem Ruf stehen, Freude an Schmerzen zu haben, wird man sicher nicht überrascht sein, wenn ich dem Bedürfnis nachgebe, sie abzustechen. Der Schimmer eines Lachens lag in seinen dunklen, alten Augen. Doch er schwieg, als sie durch die Tür in eine sehr vornehme Bar traten, die sogar mit einer Barsängerin in einem grün glänzenden Kleid auf einer kleinen Bühne an der Seite aufwartete. Die Beleuchtung war gedämpft, die Tische standen in diskreten Abständen, das Publikum trug makellose, formelle Kleidung. Ein bisschen früh für Cocktails. Oder sehr spät, gab Dimitri zurück. Zeit hat hier nicht viel Bedeutung. Alle Männer und Frauen in ihrem Blickfeld waren alt genug, dass der Vampirismus seinen Zauber bereits gewirkt und ihr Aussehen auf eine Stufe der Schönheit gehoben hatte, die nur die kaum Sterblichen erreichten. Ich hatte gedacht. In Wahrheit hatte sie sich noch nie viele Gedanken über das Erotik gemacht, aber das, was sie gehört hatte, drehte sich hauptsächlich um einen Aspekt, der hier fehlte. Und wo wird getanzt? In einem anderen Raum, erklärte ihr Dimitri. Unter uns gibt es noch eine ganze Etage und eine Reihe weiterer, intimerer Bereiche wie diesen hier. Dimitri! Eine atemberaubend schöne Frau in einem eng anliegenden schwarzen Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte und ihre Vorzüge mit sinnlicher Eleganz zur Schau stellte, durchquerte mit schnellen Schritten den Raum und kam auf sie zu. Ich wusste nicht, dass sie kommen würden, sonst hätte ich einen privaten Raum für sie und ihren Gast vorbereitet. Wir hätten gerne diesen Ecktisch, Dulce. Seine Stimme war die eines Mannes, der sofortigen Gehorsam erwartete. Champagner und suchen sie Ilium. Auf Dulces perfekt geformten Zügen flackerte leise etwas auf, das ebenso schnell verschwand, wie es gekommen war. Ja, selbstverständlich. Anna bemerkte, dass das Paar, das bereits an dem Ecktisch saß, sich bereitwillig umsetzte, als die Tischdame mit den beiden gesprochen hatte. Es lag mehr als nur ein wenig Angst in ihren Bewegungen. Da sie wusste, dass Vampire ab einem gewissen Alter über ein übernatürlich gutes Gehör verfügten, beugte sie sich zu Dimitri hinüber, um direkt in sein Ohr sprechen zu können. Bei jedem anderen Mann, jedem anderen Vampir, wäre sie jetzt kurz davor gewesen, sich zu übergeben. Aber welche unerklärliche Alchemie auch zwischen ihr und Dimitri existieren mochte, sie ermöglichte es ihr, seinen Geruch einzuatmen, als sie sagte »Versetzen Sie sie absichtlich in Angst?« Seine Hand strich flüchtig über ihren Rücken. »Dadurch muss ich weniger von ihnen hinrichten.« Sie sagte nichts mehr, bis sie am Tisch saßen und Dulce sich nach dem Servieren des Champagnes formvollendet zurückgezogen hatte. »Dulce ist kein Mensch.« Ihre Augen hatten sie verraten. Ein intensives, tiefes Violett, strahlend wie ein Edelstein, zu rabenschwarzem Haar. Kein Mensch hatte eine solche Augenfarbe, und Kontaktlinsen, die dieser Art jenseitiger Schönheit imitieren konnten, waren noch nicht erfunden. Nein, sie leitet das Erotik schon seit zehn Jahren. Eine erhobene Augenbraue. Sie haben nicht erwartet, dass ich von jemand Geringerem als der Managerin begrüßt werden würde, nicht wahr, oder? Sie schluckte den Köder nicht. »Warum sind wir hier?« Schauen sie in die Ecke schräg gegenüber. Seinem Blick folgend sah sie einen großen, rotblonden Vampir mit einer kurvenreichen Brünetten auf seinem Schoß. Keiner von beiden hatte Dimitris Eintreffen bemerkt, und der Grund war deutlich zu erkennen. Die blasse Hand des Vampirs lag auf dem glänzenden Silberstoff des knöchellangen Kleides der Frau, gefährlich nahe an den fülligen Kurven ihrer Brüste. Seine Lippen rieb er an der langen Kontur ihrer Kehle. Im nächsten Augenblick verharrten beide bewegungslos, und dann trank der Vampir. Seine Halsmuskeln bewegten sich, und die Brünette warf in einem stummen Orgasmus den Kopf zurück. Ona umklammerte ihr Champagnerglas. Als sie sich umsah, stellte sie fest, dass mehr als ein Vampir trank. Und nicht alle waren männlich. Eine auf ätherische Weise liebreizende Frau mit lateinamerikanischen Zügen strich durch die Haare eines schlanken Blonden. Die kristallblaue Schärfe ihrer Fingernägel hob sich dramatisch von seiner Haut ab, als sie ihn nach unten zog, um direkt über den Puls in seinem Hals zu trinken. Ich hatte gedacht, sagte sie mit trockener Kehle, das hier sei ein Club, kein Blutgelager. Dimitris' Lachen wandte sich wie ein Band aus Pelz um ihre Sinne. So unschuldig, Ona. Er nippte an seinem Champagner. Manche Vampire kommen her, weil sie wissen, dass sie hier einen willigen Partner finden, wenn sie einen brauchen. Einen Partner, der weiß, was ihn erwartet. Aber die meisten anderen sind Liebespaare, die sich ein wenig einem harmlosen Exhibitionismus hingeben. Als er ihren Blick zu der Vampirin folgte, sagte er, das ist Amelia. Sie mag sie jung, aber er ist erwachsen genug, um selbst zu entscheiden. In dieser Aussage lag etwas, das alt und begraben und sehr wütend war. Sie beobachten den Vampir mit der attraktiven Brünetten, sagte sie. Selbst wenn Dimitris sie ins Bett bekommen sollte, das wusste sie, würde es nur um eines gehen. Um Sex. Erotischen, sündigen, gefährlichen Sex, aber nichts, was über eine körperliche Paarung hinausging. Sie würden keine Geheimnisse teilen, und keine gemeinsamen Pläne schmieden. Warum? Das ist Everett Marksen, Tommys bester Freund. Ihr Kopf fuhr hoch. Sie wussten, dass er hier sein würde. Everett hat die ziemlich geschmacklose Angewohnheit, regelmäßig im Erotic zu trinken. Es war schwer, Marksen nicht anzustarren, aber sie hielt ihre Aufmerksamkeit auf Dimitri gerichtet. Sie haben mir gerade erklärt, dass Vampire zum Trinken hierher kommen. Nur hin und wieder, wenn sie keinen festen Partner oder Spender haben. Vielleicht, wenn sie von außerhalb zu Besuch sind. Er stellte sein Champagnerglas auf dem Tisch ab. Der Grund, warum Everett im Erotic trinken muss, ist, dass er seinen Liebhaberinnen derartige Schmerzen zufügt, dass nicht einmal das abgewrackteste Groupie sich ihm noch nähern würde. Die Animierdamen hier dulden ihn nur unter der Bedingung, dass er in der Öffentlichkeit trinkt, wo er überwacht werden kann. Das Herz schlug Onna bis zum Hals, als sie wieder zu der Brünetten in Marksens Armen blickte und etwas bemerkte, das ihr vorher entgangen war. Die flachen Atemzüge und die weißen Linien, von denen die vollen, fest zusammengepressten Lippen umgeben waren. Sie hat keinen Orgasmus, nicht wahr? Der Drang, aufzustehen und den Vampir von der Frau fortzureißen, ließ sie jeden Muskel in ihrem Körper bis zum Zerreißen anspannen. Er sorgt dafür, dass es wehtut. Dimitri? Sie ließ den zarten Stiel ihres Glases los, um ihn nicht zu zerbrechen. Wenn er Tommys bester Freund ist, dann … Ja, genau. Sein Blick schweifte zur Tür. Glockenblümchen ist hier. In den silbernen Fäden von Iliums Flügeln fing sich das Licht, als er zu ihnen herüberkam. Die Frauen im Raum und mehr als nur ein paar Männer verharrten reglos und sahen ihn mit Augen voller Staunen und Begehren an. Obwohl in ihrem Blut noch blanke, scharfe Wut ihr durchdringendes Lied sang, sagte sie »Hallo, Ilium«, als er sich einen Stuhl von einem anderen Tisch nahm und ihn so drehte, dass er beim Sitzen die Arme um die Rückenlehne legen und seine atemberaubenden Flügel auf den Boden herabhängen lassen konnte. »Hallo, Honor St. Nicholas«. Seine Augen, diese wunderschönen goldenen Augen, unter den unmöglichsten Wimpern fixierten sie. Sie sehen aus, als würden sie am liebsten jemandem ihr Messer in den Leib rammen und zusehen, wie das Blut über sein Haupt perlt. »Stimmt«, gab sie zu. »Aber das wird warten müssen.« Ilium entwendete ihr den Champagner, nippte und schauderte. »Uch, hab das Zeug noch nie gemocht.« Er stellte das Glas wieder ab und wandte sich an Dimitri. »Es heißt, Tommy sei untergetaucht, weil er vor jemandem Angst habe. Das war, bevor Honor den Auftrag vom Turm erhielt, also bist es nicht du.« Dimitri ließ Everett Marksen nicht aus den Augen. »Tu mir einen Gefallen. Flieg zu Everett nach Hause und sieh nach, ob du irgendetwas Interessantes findest.« Der blau geflügelte Engel brach ohne weitere Worte auf. Neben ihr lächelte Dimitri ein kaltes, sehr kaltes Lächeln. Sie wusste, wen er im Blick hatte, noch bevor sie den Kopf wandte und Everett erblickte. Unter zwanghaften Schluckbewegungen schob er die Brünette achtlos von seinem Schoß. Sein Blick jagte zwischen Dimitri und Honor hin und her. Das Erkennen in seinen Augen war die klare Bestätigung, dass Tommy seinen besten Freund mit ins Spiel gebracht hatte. Als Dimitri nichts tat, um den Vampir am Aufbrechen zu hindern, erhob sie sich. Er hielt sie am Handgelenk fest. »Lassen Sie ihn in seiner Angst schmoren, Honor.« Dimitris Raunen strich wie Seide über ihre Sinne. »Er wird es nicht so clever wie Tommy. Ich weiß, wo er hingeht.« Es war schwer, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie sie einen der Männer, die sie gequält hatten, aus den Augen verlor. »Sie könnten sich irren.« Ein Daumen strich über ihre Hand. »Tue ich nicht.« Sie senkte den Blick und stellte erschrocken fest, dass er sie anfasste, und sie nicht den Drang verspürte, die Hand abzuschütteln. »Machen Sie nur die Sache mit dem Duft, Dimitri?«, fragte sie, als sich eine wohlige Wärme in ihrem Blut ausbreitete. »Oder haben Sie noch weitere Nötigungsmittel zu Ihrer Verfügung?« »Das herauszufinden, überlasse ich Ihnen.« Er streichelte sie ein letztes Mal und stand auf. »Kommen Sie mit. Spielen wir mit unserer Beute.« Honor hielt ihre Worte zurück, bis sie unter dem neblig-grauen Himmel der Grenze zur Nacht hindurchfuhren. Der Wind war frisch und trug die Ankündigung von Regen in sich. »Ich möchte nicht so alt werden,«, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren würde. »Ich möchte kein Gefallen an den Schmerzen anderer finden.« Dimitri schaltete mit lässiger Brutalität und fuhr auf die Manhattan Bridge zu. »Manchmal hat man keine Wahl.« Die uralte Dunkelheit in seinen Worten legte sich um sie. Sie hatte sich bereits gesagt, dass er ein Mann war, der seine Geheimnisse niemals teilen würde. Aber sie konnte nicht nicht fragen, konnte nicht versuchen, nicht unter die tödliche, kultivierte Oberfläche zu blicken, wenn es um Dimitri ging. Was hat Isis ihnen angetan? Ihr Instinkt, uralt und tief in ihrem Inneren, sagte ihr, dass dies die Entstehung dessen war, was aus ihm geworden war. Ein Raubtier, das nur sehr wenige moralische Grenzen kannte, die es nicht überschreiten würde. Das Haar wurde ihm aus dem Gesicht geweht, als sie auf die Brücke fuhren, der Wagen schnurrte geschmeidig und gefährlich über die Fahrbahn, die sich über den Fluss spannte. »Ich bin nicht so schön wie Ilium, aber ich bin ein Mann, den Frauen in ihrem Bett haben wollen.« »Stimmt«, dachte sie. Dimitri anzusehen hieß, an Sex zu denken. Satte, dunkle Augen, schwarzes Haar, Haut in einem verführerisch warmen Ton zwischen Honig und Braun, Lippen, die Freuden und Schmerzen versprachen. Sein Körper bewegte sich mit einer tödlichen Anmut, die erotische Fantasien darüber aufkommen ließ, wie er sich mit, in, einer Frau bewegen würde. Aber sie sind kein Mann, den man besitzen kann. Das zu versuchen wäre dumm und gefährlich. Sie suchen sich ihre Liebhaberinnen selbst aus. Isis sah das anders. Seine Miene blieb unverändert. Damals war ich sterblich und schwach. Sie wollte mich, und als ich Nein sagte, hat sie mich genommen. »Wer es auch war, der dich gefangen genommen hat, Jägerin. Ein langes, langsames Lecken an der Innenseite ihres Oberschenkels. Ich bin ihm zu Dank verpflichtet.« Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Sie tat ihm Gewalt an. Keine Antwort. Etwa zwanzig Minuten später brachte er den Wagen lautlos zum Stehen. Sie hielten ein paar Häuser entfernt von einem modernen zweistöckigen Haus, das hinter einer niedrigen grünen Hecke stand. Es war, offenbar weil es elegant wirken sollte, schwarz gestrichen. Die Fensterrahmen und das Dach hoben sich in einem tiefen Rot davon ab, das selbst in den monochromen Farben vor Morgengrauen auffiel. »Das kann nicht Everts Haus sein.« Er hatte eine Platinuhr getragen, einen italienischen Anzug. Nicht der Typ Mann, der sich mit einem kleinen, wenn auch modischen Haus zufrieden gab. »Es gehört seiner früheren Geliebten,« antwortete Dimitri, nachdem sie aus dem Wagen gestiegen waren und auf das Haus zugingen. Edward glaubt, dass Shay noch immer eine Schwäche für ihn hat. Er zauberte einen Schlüssel hervor. Da irrte er sich. Er schloss die Tür auf und trat auf leisen Sohlen ein. Anna folgte ihm und zog die Tür hinter sich mit einem Klicken wieder zu. Bis auf das gedämpfte Leuchten einer kleinen Wandlampe im Treppenhaus gab es kein Licht im Flur, aber das Haus war nicht so ruhig, wie es zu dieser Zeit am Morgen hätte sein sollen. Sie zog ihre Pistole und hielt sie schussbereit in der Hand, während sie die Treppen hinaufstiegen. Dimitri mit der Anmut eines Panthers, sie mit den Schritten einer Sterblichen. »Da bin ich sicher«, eine beschwichtigende weibliche Stimme. »Setz dich jetzt, Edward Schatz.« »Er hat mich direkt angestarrt«, keuchender abgehackte Worte. »Und die Jägerin war bei ihm.« Diese Stimme. Jetzt erkannte Onne ihn, erinnerte sich genau an das, was er getan hatte, wie er sein frilles Lachen gelacht hatte, dass er zu einem Teenie gepasst hätte. »Welche Jägerin?« »Tommy hatte versprochen, sie sei am Ende reif für den Müll. Sie weiß nichts«, hat er gesagt. »Das Schwein hat mich angelogen.« »Das kann nicht wahr sein. Er ist dein bester Freund«, raschende Geräusche, als wäre Shay aufgestanden. »Warum rufst du ihr nicht an?« »Glaubst du, ich hätte das nicht versucht?« Ein kratzendes Geräusch, gefolgt vom unmissverständlichen Klatschen von Fleisch auf Fleisch. Zorn, rot wie Blut, verschleierte Onners Blick. Shay wirkte jedoch nicht eingeschüchtert, als sie sagte. »Ich bin sicher, es ist ein Missverständnis. Wenn Dimitri dir etwas hätte antun wollen, hätte ihn der öffentliche Ort nicht davon abgehalten.« »Ja, ja, ja, du hast leicht.« Erleichterung, ein Schwall mädchenhaften Gelächters. »Vielleicht vögelt er die Schlampe nur. Sie ist ein scharfer Fick.« Ona entsicherte ihre Waffe. Ihr gegenüber schüttelte Dimitri den Kopf, und ihr fiel wieder ein, dass sie trotz seines Alters keine Spur wahrer Macht in Edward Marksen gespürt hatte. Ein Schuss ins Herz würde ihn umbringen, und er musste reden. Sie zwang sich, einen Schritt zurückzutreten, so befriedigend es auch wäre, das Herz dieses Dreckskerls in Fleischfetzen zu verwandeln, und folgte Dimitri lautlos, als dieser die Tür zum Schlafzimmer öffnete und hineinging. Mit nichts weiter als einem rosa Spitzenhöschen und einem winzigen weißen T-Shirt bekleidet, stand eine kleine Frau mit dem Gesicht zur Tür. Ihre Haut hatte die Farbe von Milchkaffee. Ihre Haare waren ein Wirbel aus kleinen Löckchen. Sobald sie Ona und Dimitri sah, rannte sie in ihr Badezimmer und schloss die Tür, womit sie Edward um seine Geisel brachte. Der Vampir fuhr kreischend herum und stürzte sich auf Dimitri, die Hände wie Klauen ausgestreckt. Ona schoss ihm in die Knie. Dimitri warf ihr einen Blick zu, als der gespenstisch bleiche Vampir in einer Fontäne aus Blut- und Knochenstücken zu Boden ging. Ich hätte die Hilfe nicht gebraucht, Schätzchen. Ein sanfter Hinweis. Ich weiß. Marksen hatte sie auf eine Weise verwundet, die innere Verletzungen verursacht hatte. Die Ärzte hatten Monate gebraucht, um sie zu heilen. Ihn Schreien zu sehen, reichte nicht aus, um die Erinnerungen auszulöschen. Aber es war immerhin etwas. Und er hatte versucht, Dimitri anzugreifen. Das würde Ona nicht zulassen. Nicht Dimitri. Wahrscheinlich haben es die Nachbarn gehört. Nein, haben sie nicht. Edward hat dieses Haus schalldicht machen lassen. Nicht wahr, Edward? Ich weiß von nichts. Ich schwöre … geschluchzte Worte. Rotz lief ihm aus der Nase. Dimitri lächelte so sanft, wie ein Dolch zwischen die Rippen gleitet. Und Edward knickte ein. Er hat diese rustikale Waldhütte im Norden, in den Catskill Mountains. Niemand kommt auf die Idee, ihn an einem solchen Ort zu suchen. Er wischte sich die Tränen weg und setzte sich mühsam auf, wobei er sich gegen das Bett lehnte. Seine Wunden fingen bereits an zu heilen. Aber er geht nicht in sein Telefon. Nummer. Edward ratterte sie herunter. Der Blick aus seinen nussbraunen Augen, die zu unschuldig wirkten, um dieser Kreatur zu gehören, sprang erst zu Ona, dann zurück zu Dimitri. Ich dachte, sie seien mit von der Partie, flüsterte er und rieb sich mit dem Ärmel seiner Anzugjacke die Nase. Ich dachte, sie hätten es genehmigt. Selbst bevor Ona erfahren hatte, was Isis Dimitri angetan hatte, hätte sie diese Möglichkeit niemals, nicht für einen Augenblick, in Betracht gezogen. Und tat es auch jetzt nicht. Denn wenn sie eines immer gewusst hatte, dann das, dass Dimitri nichts teilte, was ihm gehörte. Warum? fragte sie stattdessen. Wie um alles in der Welt bist du bloß darauf gekommen? Als Tommy mich eingeladen hat, sagte Edward, sein Atem ging nicht mehr abgehackt und seine Augen waren Tränen überströmt. Sagte er, es sei ein neues Spiel, das alle hochrangigen Vampire spielen. Wenn du geglaubt hast, ich sei mit von der Partie gewesen, fragte Dimitri in einem seitigen Flüstern. Warum bist du denn aus dem Club geflohen? Augen sprangen hin und her, Tränen vermischten sich mit dem Schweiß, der ihm übers Gesicht lief. Keine Worte mehr, keine Lügen. Plötzlich war es Onner egal, was mit ihm geschah. Er war zu erbärmlich. Tun Sie, was Sie tun müssen, sagte sie zu Dimitri. Dann trat sie so nah an ihn heran, dass er sich zu ihr hinabbeugen musste, damit sie in sein Ohr flüstern konnte. Seine männliche Hitze und die primitive Sündhaftigkeit, die von ihm ausging, stahlen sich in ihre Lungen, um von dort in ihr Blut vorzudringen. Aber er ist kein Stück ihrer Seele wert. Geben Sie ihm das nicht. Sein Atem wisperte über ihre Wange, seine Worte, ein tiefes Flüstern, das sie in lustvolle Intimität einhüllte, wodurch sie sich merkwürdig beschützt fühlte. Sicher. Sind Sie sicher, dass ich eine Seele habe? Sie ist vielleicht angeschlagen und zerschrammt, aber sie ist da. Viele würden sie für dumm halten, weil sie das glaubte, aber wenn es um Dimitri ging, gab es nichts Vernünftiges mehr in ihr. Nur noch Instinkt, primitiv und unbeugsam. Also verschwenden Sie sie nicht an diesen Arschtrinker. Sie zog sich zurück, ging zur Badezimmertür und klopfte. Everts Ex-Geliebte öffnete sofort. Sie hatte sich einen weißen Frottee-Bademantel übergezogen und folgte Honor die Treppe hinunter, wo sie ihr dann voranging, um sie in einen kleinen, gepflasterten Hinterhof zu führen. Ich bin Shay. Honor. Everett hat mir mal den Kiefer gebrochen. Die hübsche Frau setzte sich auf einen der Gartenstühle, die um einen rechteckigen Holztisch standen. Zum Spaß. Honor nahm sich den Stuhl gegenüber und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den hässlich gesprengelten Abdruck, der sich auf Shays ansonsten makellose Haut abzeichnete. Warum sind Sie bei ihm geblieben? Ein Schulterzucken. Ich war erst siebzehn, als ich ihn kennenlernte. Als sie bemerkte, dass Shay so zierlich und mit diesen verwundeten menschlichen Augen ein Vampir war, spürte Honor ein Ziehen in ihrem Rückgrat. Schneidiger älterer Mann, stimmt's? sagte sie, wobei sie sich zwang, ruhig zu bleiben. Shay war keine Bedrohung. Ihre Macht war so gedämpft, dass man sie getrost ignorieren konnte. Der Grund, warum ihr Körper die Verletzung, die durch Everts brutalen Schlag hervorgerufen worden war, noch nicht geheilt hatte. Ja. Die andere Frau schüttelte den Kopf. Ihre Locken verfingen sich in ihrem Frottee-Bademantel. Das war dumm, aber wir alle sind manchmal dumm, nicht wahr? Ein durchdringender Blick. Dimitri, ha? Nichts für ungut, aber da wir gerade von Dummheiten reden … Ja, das war es. Vielleicht der schlimmste Fehler ihres Lebens. Aber ihm aus dem Weg zu gehen war keine Alternative. Nicht mehr. Wenn es je eine gewesen war … Sie scheinen sich sehr sicher zu sein, dass wir ein Verhältnis haben … Oh, bitte! Shay fuhr sich durch die Haare. Entweder war sie von den Ereignissen dieses Morgens aufgeregt, oder sie war von Natur aus nicht in der Lage, stillzusitzen. So jung, dachte Honor. So verwundbar. Und es war ein kurioser Gedanke in Bezug auf eine Frau, die über ein halbes Jahrhundert alt war. Aber andererseits war Zeit nicht alles. Dimitri war schon kurz nach seiner Verwandlung eine Macht gewesen, mit der man rechnen musste. Shay würde immer die Beute sein, nie die Jägerin. Die Ewigkeit, dachte Honor, war eine lange Zeit, wenn man sie als Opfer verbrachte. Was wissen Sie über Tommy? Einer von Everts bescheuerten Freunden. Er ist 400 Jahre alt und hat noch immer diesen kriecherischen, verschwitzten Ausdruck, der dir sagt, dass ein Mann dich nackt sehen will und nicht auf die nette Tour. Die Vampirin zog ihren Bademantel enger um sich. Everts hat nicht gelogen, was die Hütte angeht. Sie haben mich mal mit dorthin genommen. Die Last der Geheimnisse war ihrer Stimme anzuhören, sie waren zu schrecklich, um sie auszusprechen. Längere Zeit lang sagte keiner von ihnen etwas, nur das Zwitschern der Vögel war zu hören, die einander auszuschimpfen schienen. Ihr Tag hatte längst begonnen. Ich hab solche Angst, sagte Shay, als die Vögel in einen fröhlichen Chor ausbrachen und davonflogen. Dass ich mit dem Alter auch so werde, so verkommen, dass ich nur noch Freude daran habe, andere zu erniedrigen und leiden zu lassen. Ein Ausdruck unverhohlener Besorgnis. Selbst Dimitri, er ist fast nicht mehr auf dieser Seite der Grenze. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja. Er war kein Unschuldiger, würde nie einer sein. Erzählen Sie mir mehr über Tommy. Er kann gut mit Geld umgehen, daher hat er finanzielle Macht, aber ansonsten ist er schwach. Ihre Finger spielten mit dem Aufschlag ihres Morgenmantels, um dann mit den Enden des Gürtels zu spielen, der um ihre Taille gebunden war. Sie gaben gern vor, große Männer zu sein, aber sie waren Schafe, sie beide, er und Everett. Ja. Dimitris tiefe Stimme erklang hinter Anna, als er durch die Küche hinaustrat. Sie waren verhältnismäßig kleine Bauern. Zum ersten Mal, seit sie ihm begegnet war, drehte sie sich nicht so, dass sie ihn im Blick behalten konnte. Stattdessen ließ sie zu, dass er sich ihr von hinten näherte, seine Hand auf die Rückenlehne des hölzernen Stuhls legte, auf dem sie saß, und mit dem Daumen über ihren Nacken strich. Schrecken, tief in ihrem Innersten. Das Herz trommelte ihr gegen die Rippen. Sie biss die Zähne zusammen und hielt ihre Stellung, eine kleine Rebellion, ein winziges Zurückerobern der Person, die sie vor dem Kellerloch gewesen war. Keine Schreie, sagte sie mit heiserer Stimme. Ich hatte meine Anweisungen. Während er weiter mit dem Daumen über ihre vor Angst feuchte Haut strich, sprach er die Vampiren an. Everett wird dich nicht wieder belästigen. In etwa zwanzig Minuten wird ihn jemand abholen. Shay zitterte. Ich blei … Ihre Augen blieben an Honor hängen, nicht an Dimitri. Bleiben sie hier, falls er aufwacht? Ja. Sie war sich der Ironie dessen bewusst, dass Shay Sicherheit bei einer Frau suchte, die gerade damit kämpfte, nicht am ranzigen Gestank ihres eigenen Grauens zu ersticken. Dimitri zupfte an einer kleinen Locke in ihrem Nacken. Sehen Sie nach oben, Honor. Ilium war ein atemberaubender Anblick vor dem heller werdenden Himmel. Seine Flügel glitten mit einer Anmut durch die Luft, die ihn wie einen halbvergessenen Traum aussehen ließ. Als er im Hof landete und sich seine Flügel für einen kurzen Augenblick entfalteten, war er plötzlich ausgesprochen männlich, körperlich und erotisch, eine unerreichbare Fantasie. Sie konnte sich nicht vorstellen, einem so schönen Mann zu verfallen. Nein, es hatte den Anschein, als wäre ihr Geschmack etwas düsterer, gröber, scharfkantiger. Aber sie konnte ihn bewundern. Und sie konnte sich über die Schatten hinter dem Gold wundern. Schatten, die an etwas rührten, das tief in ihr verborgen war. »Glockenblümchen«, sagte sie, da sie es aus dem Erotic noch wusste. »Hübscher Name.« »Ich nenne Dimitri dunkler Herr und Meister.« »She«, sagte Dimitri, und die Vampirin erhob sich sofort, um ins Innere des Hauses zu gehen.« »Nun, hübsches Glockenblümchen«, noch ein lässiges Streicheln über ihre Haut. »Sag dem Herrn und Meister, was du entdeckt hast.« Grinsend setzte sich Illium auf den Holztisch, einer seiner Flügel nur zwei Zentimeter von Honor entfernt. »Ich hab das hier gefunden«, erreichte ihnen einen cremefarbenen Umschlag aus strukturiertem Papier. »Er lag auf dem Nachttisch. Das Zimmermädchen hatte ihn dorthin gelegt. Er kam heute Nacht.« Anna streckte die Hand aus, um den Umschlag vor Dimitri in die Hände zu bekommen, ließ den Finger in die Lasche gleiten und öffnete ihn. Darin lag ein Blatt schweres Papier, auf dem eine schlichte Nachricht stand. »Bald beginnt die zweite Jagd. Ich hoffe, sie finden diese Beute ebenso delikat wie die erste. Die Gilde hat die appetitlichsten Mitarbeiter.« Anna legte den Brief auf den Tisch. Illium und Dimitri wechselten einige Worte über seinen Inhalt, doch ihre Stimmen wurden von dem lärmenden Donner in ihrem Kopf übertönt. »Nicht noch jemanden«, flüsterte sie, und es war ein Schwur. »Diese Bestien dürfen nicht noch jemanden bekommen.« Dimitris Antwort war schlicht. »Das werden sie nicht.« Seine Hand legte sich um ihren Nacken, und sie zuckte nicht zurück. Zehn Minuten später, als er gerade sein Gespräch mit einem seiner Männer in der Nähe der Catskill Mountains beendet hatte, erhielt Dimitri einen Anruf von Sorrow. »Ich glaube, ich habe etwas getan, Dimitri.« Bei dem vor Angst dünnen Klang ihrer Stimme wollten in ihm Instinkte wieder erwachen, die lange geruht hatten. Er unterdrückte sie. Er konnte es sich nicht leisten, auf die gleiche Weise an diese junge Frau zu denken, wie er an Misha und Katharina gedacht hatte. »Wo bist du?« »In dem Park, in der Nähe meines Hauses, bei dem großen Vogelbad.« Zittrige Worte, ein Verstand, der kurz vor dem Zerbrechen stand. »Es tut mir leid, dass ich mich rausgeschlichen habe. Ich wollte nur spazieren gehen, mehr nicht.« »Bleib, wo du bist«, sagte er. Wieder wollten diese alten, begrabenen Instinkte an die Oberfläche dringen, schroff und rau von den Jahrhunderten, in denen sie nicht benutzt worden waren. »Ilium wird zu dir fliegen. Er wird nicht landen,« fügte er hinzu, weil er ihre Panik durch die Telefonleitung spüren konnte. Und was für ein Mistkerl er sonst auch sein mochte. Er war nicht Mistkerl genug, sie auf diese Weise in Angst zu versetzen. »Ich werde direkt hinter ihm sein.« Sobald Dimitri ihn informiert hatte, erhob sich Illium in die Luft. Dann rief Dimitri Soros' Wachposten an, um ihnen zu sagen, wo sie sie finden konnten. »Kommt ihr nicht zu nah.« »Shay,« sagte Onna, als er auflegte, »hat große Angst.« Er sah Mitleid in ihren mitternachts waldfarbenen Augen und war gerührt von ihrer Fähigkeit, dieses zarte Gefühl zu empfinden. Aber er war nicht wie sie. Alles Gute in ihm war in Flammen aufgegangen, als die winzige Leiche seines Sohnes in den Überresten des Hofs verbrannte, den er für seine Braut erbaut hatte. So schnell war Mischa verschwunden, so unglaublich schnell. Das Knistern des Feuers, das Pfeifen des Windes, nichts davon hatte den Widerhall der letzten Worte übertönen können, die sein Sohn zu ihm gesagt hatte. »Lass mich nicht los, Papa.« »Gut«, sagte er, indem er die Erinnerungen in die stählerne Kiste zurücktat, die sie nicht mehr bewahren konnte. »Angst wird sie davon abhalten, dumm zu sein.« Mit großen Schritten betrat er das Wohnzimmer, wo Shade zusammengekauert saß. Er fasste sie am Kinn. »Wenn du ein Wort von dem verrätst, was du heute Abend hier erfahren hast, wirst du Everett als Andreas Gastgesellschaft leisten.« Die Vampirin wurde weiß wie die Wand. »Das werde ich nicht, niemals.« »Dimitri?« Er ließ Shade los, da sie ihn verstanden hatte, und ging zur Tür hinaus, gerade als der Abholtrupp vorfuhr, neben ihm eine wütende Anna. »Es war nicht nötig, ihr solche Angst einzujagen.« Er ließ sich auf dem Fahrersitz des Ferraris nieder. Der Duft von Wildblumen traf ihn hart und schabte an der offenen Wunde, der Erinnerung an Mishas Scheiterhaufen. »Sie ist ein Opfer!« Anna knallte ihre Tür zu. Er war in grimmiger Stimmung und machte sich nicht die Mühe, seine Meinung schön zu färben, als er den Wagen vom Bordstein weglenkte. »Sie ist schwach, ein Parasit. Ein Jahr, vielleicht sogar weniger, und sie wird einen anderen Everett gefunden haben, den sie schöpfen kann.« »Sie sprechen von einer Frau, die alle Anzeichen von Missbrauch zeigt,« widersprach Anna, in ihrer Überzeugung so hartnäckig wie eine andere Frau, die einst mit wilder Leidenschaft in der Stimme mit ihm gestritten hatte. »Sie wird Zeit brauchen, um den Kreis zu durchbrechen.« Er hörte auch, was sie nicht sagte, dass sie monatelang gebraucht hatte, um aus diesem dunklen Kellerloch zu kriechen, in das sie geworfen worden war. »Shay«, sagte er und rammte einen höheren Gang rein, hatte die Lebensspanne einer sterblichen langen Zeit, sich behaupten zu lernen. »Sie hat es nicht geschafft, und sie wird es auch nicht.« Anna sog hörbar die Luft ein. »Das ist grausam.« »Das bringt das Territorium mit sich.« Vor nicht allzu langer Zeit hatte er über der Leiche eines Schulmädchens gestanden, hatte sein kleines, unschuldiges Gesicht zugedeckt. Vampire, die keine Konsequenzen fürchten, richten ein Blutbart an. »Ich weiß. Ich bin nicht von gestern.« Sie hob die Arme, um ihren Pferdeschwanz zu richten. Er wollte die Hand in ihrem üppigen, ebenholzschwarzen Haar vergraben und ihr den Zorn einfach aus dem Leib küssen. Die einzige Frau, bei der er je versucht gewesen war, das zu tun, hatte ihm fest auf die Lippe gebissen und ihm erklärt, dass er es verdient habe. Später, nachdem sich ihr Ärger gelegt hatte, war sie zu ihm ins Bett gekommen und hatte ihn geküsst, zögernd und süß, seine frisch angetraute Frau, die zu schüchtern war, um den ersten Schritt zu tun. Die zarte Berührung von Wildblumen, Vergangenheit und Gegenwart prallten aufeinander, wie sie es viel zu oft taten, seit Honor in sein Leben getreten war. Aber diese Erinnerungen gehörten zu den Guten. »Erzählen Sie mir davon«, sagte er, denn er hatte aus ihrer Stimme eine Geschichte herausgehört und er verspürte das drängende Bedürfnis, so viel wie möglich über Honor St. Nicholas herauszufinden. Eine lange, kühle Stille. Überrascht stellte er fest, dass sich seine Mundwinkel hoben. Ilium hat sie gewarnt, dass ich kein Gentleman bin. Ein weibliches Schnauben, aber sie begann zu sprechen. Einer meiner ersten Jagdaufträge war ein älterer Vampir. Er stand nicht unter Vertrag, darum ging es also nicht. Dimitris Interesse war geweckt, denn Verstöße von Vampiren, die ihren Vertrag abgeleistet hatten, galten als interne Angelegenheiten. Was hat er getan? Etwas von seinem Engel gestohlen. Ein antikes Artefakt. Sie steckte sich eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Die Bewegung war Dimitri so vertraut, dass er das Gefühl hatte, ihr schon tausendmal dabei zugesehen zu haben. Der Engel hatte keine eigenen Leute in der Nähe des kleinen Dorfes, von dem er wusste, dass sich der Vampir dort versteckt hielt. Aber ich war nicht allzu weit weg, deshalb bat mich die Gilde, ein Auge auf ihn zu haben, bis die Leute des Engels eintrafen. Sie verstummte, und auch Dimitri sagte nichts. Es war beinahe so, als könnte er die schwere Schwärze anfassen, die ihren Tonfall färbte, und in krassem Kontrast zu dem leuchtenden Blau- und Weißgold des Morgens stand. Der Anflug von Regen hatte sich hinaus auf den Atlantik verzogen. Einer seiner Freunde, sagte sie, hatte ihn vorher angerufen, um ihn zu warnen, dass er gejagt werde. Er ließ seinen Zorn an den Dorfbewohnern aus. Als ich ankam, klebte der Boden vor Blut, und die Luft war so voller Eisen, dass ich kaum atmen konnte. Er hatte alle abgeschlachtet. Männer, Frauen, Kinder, Babys. Ein Kopfschütteln. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass Vampire keine Menschen mehr sind, auch wenn sie als solche ihr Leben begonnen haben. Dimitri erinnerte sich an den Fall. Er hatte nicht in Raphaels Gebiet stattgefunden, sondern in Elias, des Erzengels, der über Südamerika herrschte. Als dieser Vampir gefunden wurde, hatte man ihn mehrmals durchs Herz geschossen, und er war mit Messern in den Boden gespießt worden. Er war mächtig gewesen, der zweite Mann an einem der Höfe, die Elias unterstellt waren. Ich hatte keinen Kontrollchip, Anna sprach von der Waffe, die Vampire bewegungsunfähig machte. Und er war auf dem Weg ins nächste Dorf, als ich ihn aufspürte. Die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, war, sein Herz zu zerfetzen, und dann, als er am Boden lag, so viele Messer in ihn zu rammen, dass er sie nicht alle herausziehen konnte, bevor mir jemand zur Hilfe kam. Sie rieb sich das Gesicht. Ich habe fünf Ladestreifen verbraucht. Erst kam er immer wieder zu sich, bis ich genug Messer in ihn versenkt hatte, und dann, später, befürchtete ich, er würde die Klingen wieder herausziehen. Wunderschön und tödlich, murmelte er, als er den Wagen vor dem Park zum Stehen brachte, in dem Sorrow wartete. Für mich eine berauschende Kombination. Anna stieg aus und ging neben ihm her, als er den Park betrat. Jeder andere Mann, dem ich nach dem Angriff begegnet bin, ist zusammengezuckt, wenn er irgendetwas gesagt hatte, das man als Anspielung verstehen könnte. Und sie sagen ständig solche Sachen. Manche Leute überleben, andere nicht. Sie haben überlebt. Das wusste er, weil er wusste, wie es an einem Ort jenseits der Trostlosigkeit war. Wildes Blau flackerte in diesem Moment in dem Blättergeflecht vor ihnen, und Dimitris Prioritäten verlagerten sich. Er betrat die kleine Lichtung und nahm mit einem einzigen Blick alles auf. Außerhalb von Soros Blickfeld setzte Ilium zur Landung an. Die junge Frau selbst saß auf einem alten Baumstumpf, die Arme eng um ihren Körper geschlungen, den Blick von dem Leichnam abgewandt, der vor ihr im Gras lag. Der Hosenschlitz des Mannes war geöffnet, und seine Genitalien guckten heraus. Sein Kopf war auf eine Weise abgewinkelt, die Dimitri klarmachte, dass das Genick mit Gewalt gebrochen worden war, während sein Mund in einer Mine gefangen war, die an einen Kugelfisch erinnerte. Was ist passiert? fragte er Sorrow, während Honor neben der Leiche in die Hocke ging. Ich bin spazieren gegangen. Schnell, staccatoartig, als hätte sie die Worte angesammelt. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich hier stehe und sehe, wie die Leiche auf dem Boden aufschlägt. Ihre Augen, aus denen der Mann, das Monster, sprach, der sie erschaffen hatte, blickten in seine. Ich werde wie er, ein Schlechter. Der scharfe Geruch ihrer Angst war unmissverständlich, doch die Frau, die zu Sorrow geworden war, hielt seinem Blick stand. Du musst es tun, Dimitri, ein Flüstern. Mach mir ein Ende. Noch nicht. Sein Blick wanderte zum entblößten Penis des Mannes, der im Tod erschlafft und schrumpelig geworden war. Ein normaler Mann lief nicht mit raushängendem Schwanz durch die Gegend. Aber Soros Gedächtnis war vollkommen leer, und so gab es keine Möglichkeit herauszufinden, ob sie den Menschen angelockt oder hypnotisiert hatte, damit er ihr nahe genug kam, dass sie ihn umbringen konnte. Oder ob sie in Notwehr gehandelt hatte. In diesem Moment stand Onna auf, ein grimmiges Lächeln auf ihrem Gesicht. Ich wusste doch, dass ich ihn wiedererkannt habe. Sie reichte Dimitri ihr Smartphone. Er nahm es entgegen und blickte auf den Zeitungsartikel, den sie aufgetrieben hatte. Er handelte von Rick Hernandez, einem Vergewaltiger auf Bewährung. Sein Fahndungsfoto war abgedruckt worden, weil die Zeitung die Bürger vor Gewalttätern in ihrer Mitte warnen wollte. Aus dem Artikel ging hervor, dass die beiden Frauen, deren Vergewaltigung er überführt worden war, beide zierlich und asiatischer Abstammung gewesen waren. Er reichte Soros das Handy und sah, dass sie anfing zu zittern. Ich werde mich darum kümmern. Er legte ihr seine Hand auf den Kopf und spürte, wie in ihm etwas Wesentliches zerbrach und sich neu formte. Venom wird dich nach Hause fahren. Venom ist nicht hier, sagte Onna. Ich schon. Geben Sie mir Ihre Autoschlüssel. Zorro ist kein Mensch. Dass sie einem Mann das Genick gebrochen hat, der doppelt so groß ist wie sie, hat mir einen Anhaltspunkt gegeben. Verschränkte Arme. Doch es lag keine Aggression in diesen geheimnisvollen Augen. Stattdessen sah er eine ruhige Stärke und eine unerklärliche Zartheit, die sich um sein Herz rangte. Stacheldraht, der ihn zum Bluten brachte. Ich bin bewaffnet und sie ist noch jung. Bleiben Sie bei ihr, bis Venom eintrifft. Dimitri warf ihr die Schlüssel zu. Anstatt auf der anderen Seite um Soros toten Angreifer herumzugehen, trat Onna so dicht an Dimitri heran, dass sich ihre Handrücken streiften. Es war das erste Mal, dass sie bewusst versuchte, ihn hautnah zu berühren. Sein Körper brannte. Die Fahrt zu Soros Haus dauerte nicht lange. Kommen Sie, sagte sie zu der jungen Frau, die still und erschüttert dasaß, eine Marionette mit durchtrennten Fäden. Onna erkannte sich selbst in ihr wieder, wie sie vor Saras Anruf gewesen war, vor Dimitri. Die stürmische Hitze seiner Haut lag noch auf ihrer, und sie fragte sich, was es für sie bedeutete, dass ihr Verlangen, zu ihm durchzudringen, stärker war als die Narben, die ihre Entführung hinterlassen hatten. Gehen wir rein und trinken eine Tasse Tee. Ich habe keinen da. Eine Pause. Der stumpfe, glasige Blick hob sich ein winziges Stück, als ränge sie darum, sich von dem Schock zu befreien. Ich habe Kaffee. Der tut's auch. Soros Bewegungen waren noch immer abgehackt und unkoordiniert, als sie ins Haus gingen, wo diese nicht ganz menschliche Frau mit schnellen, schroffen Handgriffen anfing, Kaffee zu kochen. Uram, sagte sie ohne Vorwarnung. Ich war eines seiner Opfer. Gemahlene Bohnen in die Kaffeemaschine, den Wassertank füllen. Er hat uns geschnappt, als wir auf dem Weg ins Kino waren. Den Medien zufolge war Uram in New York eingedrungen, um Raphaels Herrschaftsgebiet zu übernehmen. Aber wenn Honor sich recht erinnerte, hatte es leise Spekulationen gegeben, dass er etwas mit einer Reihe von Personen zu tun gehabt haben solle, die etwa zur gleichen Zeit in der Stadt verschwunden waren. Diese Spekulationen waren jedoch verstummt, als man eine glaubwürdigere Begründung gefunden hatte. Niemand wollte glauben, dass ein solcher Wahnsinn bei einem Erzengel möglich war. Sie waren die einzige Überlebende, vermutete sie. Ja. Ein Auflachen, so bitter wie der Kaffee, der in die Glaskanne auf der Anrichte tropfte. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob man das Überleben nennen kann, ich war nicht immer Sorrow. Die Kaffeemaschine schaltete bei dieser quälenden Anmerkung aus. Sorrow goss eine Tasse ein und schob sie Honor hinüber, bevor sie sich selbst eine einschenkte. Ich habe noch nie zuvor jemanden getötet. Anna nippte an dem heißen Getränk, bevor sie antwortete. Sie fühlte sich um Äonen älter als dieses Mädchen, obwohl der tatsächliche Altersunterschied zwischen ihnen vermutlich eher sechs oder sieben Jahre betrug. Es nimmt einem etwas, sagte sie, weil Sorrow keine Lügen brauchen konnte. Etwas, das man nie wieder zurückbekommt. Die erste Person, die Anna niedergestochen hatte, war nicht gestorben, aber das Gefühl, wie ihr Messer durch Fett und Fleisch schnitt, der scharfe Geruch von Eisen in der Luft, war etwas gewesen, das sie niemals vergessen würde. Aber, fuhr sie fort, manche Leute müssen getötet werden. Dieser Mann hatte ihr wehtun wollen. Sie hatte es in seinem halben Lächeln gesehen, als der Sozialarbeiter gegangen war. Er hatte die Nerven gehabt, danach die Polizei zu rufen, hatte geschrien, dass man sie einsperren sollte. Allerdings hatte sich der kettenrauchende Detective darauf eingeschossen, dass das Opfer um drei Uhr morgens im Schlafzimmer eines Mädchens niedergestochen worden war. Manchmal funktionierte das System. Ein flüchtiges Klopfen an der Tür. Dann betraten feste Schritte das Haus. Der Vampir, den sie nie ohne seine Sonnenbrille gesehen hatte, wieder in einen eleganten schwarzen Anzug gekleidet, zu dem er diesmal ein Hemd in metallischem Blau-Grau trug. Da sind sie also, Sorrow. Eine beinahe sanfte Bemerkung mit einem leisen, rasiermesserscharfen Hauch von Spott. Sieht aus, als müsste ich sie besser im Auge behalten. Ona ließ ihre Waffe wieder in ihr Schulterholster zurückgleiten und beobachtete, wie er die Sonnenbrille abnahm. Seine leuchtend grünen Augen mit schlitzförmigen Pupillen waren die einer Viper. Okay, sagte sie, ohne gegen den Drang anzukämpfen, ihn anzustarren. Damit hatte ich nicht gerechnet. Sie mussten echt sein, der Grund für seine Sonnenbrille. Doch obwohl sie das wusste, hatte ihr Hirn Schwierigkeiten, den Anblick zu verarbeiten. So fremdartig war er. Ein bedächtiges Lächeln. Die Wärme seiner Haut, so dunkel wie Zimt, stand in merkwürdigem Kontrast zu den Augen einer Kreatur, deren Blut eiskalt war. Die Worte, die er an Sorrow richtete, waren jedoch gnadenlos. Wenn sie das nächste Mal ihren Wachen entkommen, finde ich eine hübsche, komfortable Unterkunft in einer Zelle für sie. Oder vielleicht würde ein Käfig bessere Dienste leisten. Der Mund der jungen Frau spannte sich. Dann warf sie dem Vampir ihre halbvolle Kaffeetasse an den Kopf. Du kannst mich mal, Venom! Mit einer reptilienhaft schnellen Bewegung wich der Vampir dem Geschoss aus. Er fauchte, als die Tasse an der Wand zerbrach und sich ein Schwall Kaffee auf seinen feinen Anzug ergoss. In diesem Moment war nichts Menschliches mehr in ihm, nur noch ein Raubtier auf der Jagd. Noch bevor er sich aus der gedubten Haltung erhoben hatte, in der er nach dem Ausweichmanöver vor der Tasse gelandet war, hatte Honor ihre Waffe auf ihn gerichtet. Es reicht, sagte sie und meinte damit alle beide. Sorrow, räumen Sie das Chaos auf. Venom, Sie gehen raus. Der Vampir feigste. Strähnen seines schwarzen Haares fielen ihm ins Gesicht, das in seiner unheimlichen Andersartigkeit erschreckend attraktiv war. Eine Spielzeugpistole wird Ihnen nichts nützen. Plötzlich stand er vor ihr. Lange, starke Finger schlossen sich um ihren Oberkörper, obwohl sie ihn nicht einmal hatte mit den Wimpern zucken sehen. Es war zu viel. Sie betätigte den Abzug. Der Krach war gewaltig in diesem geschlossenen Raum. Sorrows Schrei halte als Echo wieder. Venom ging zu Boden und hielt sich das Bein. Honor steckte ihre Waffe ins Holster zurück und griff wieder nach ihrer Kaffeetasse, überrascht von ihrer eigenen Ruhe. Nicht anfassen. Nie. Der Vampir zog eine Grimasse und setzte sich auf, den Rücken an die Wand gestützt. Er presste die Hand auf seinen Schenkel, aus denen das Blut mit einer Geschwindigkeit gepumpt wurde, die für einen Sterblichen den Tod bedeutet hätte. Haben Sie eine Ahnung, wie scheißteuer dieser Anzug war? Auf der anderen Seite der Anrichte lehnte sich Sorrow gegen die Spüler. Wilde Farbe verdunkelte ihre Wangen. Ich möchte lernen, wie das geht. Sie starrte Honor an. Sich zu verteidigen. Der Vampir, der bereits anfing zu heilen, gab ein Schnauben von sich. Ach, so viel ich gehört habe, haben Sie heute einen mächtig guten Job in Sachen Selbstverteidigung gemacht, Kätzchen. Sorrows Fauchen erfüllte die Luft. Sie hätten ihm die Eier abreißen sollen, bevor Sie ihn getötet haben, wissen Sie? sagte Venom in nachdenklichen Tonfall. Das hätte saumäßig wehgetan. Onnas Lippen zuckten. Guter Tipp. Sie stellte ihren Kaffee ab und sah zu, wie Sorrow die Schweinerei, die sie angerichtet hatte, beseitigte und Venom wütend anstarrte, als er eine Scherbe aufhob, um sie ihr zu geben. Das war nicht bewusst, sagte die junge Frau nach einiger Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es getan habe. Ich bin nur ein dummes Kind, das auf sich allein gestellt ist. Keine Frau sollte jemals hilflos sein. Der Gedanke kam tief, tief aus ihrem Inneren. Ich werde es dir beibringen. Und es war eine Entscheidung, die keiner Überlegung bedurfte. Venom arbeitete sich langsam hoch, belastete jedoch weiterhin ein Bein stärker. Sind Sie sicher, dass Sie die Zeit investieren möchten? Unsere Sorrow könnte eine sehr kurze Lebensspanne haben. Sorrow warf die aufgesammelten Scherben in den Müll und bedachte Venom mit einem Blick, der auf ganz eigene Weise gespenstisch war. Ein schmaler, grüner Kreis leuchtete um ihre dunkelbraune Iris. Eines Tages, sagte sie so ruhig wie ein Hochgebirgsee, werde ich Ihnen das Genick brechen. Und dann werde ich Ihren Kopf mit einer Metallsäge absägen, damit ich mir Zeit lassen kann. Venoms Grinsen legte seine Wangen in Falten. Ich wusste, dass Sie es in sich haben, Kätzchen. Dimitri hatte sich um das Hernandez-Problem gekümmert und war in seinem Büro, als Onna den Ferrari ins Parkhaus des Turms fuhr. Als sie den Raum betrat, voll weiblicher Energie und faszinierender Stärke, sah er nichts mehr von der vor Angst verkrüppelten Frau in ihr, die er kennengelernt hatte. Und doch lebte diese Furcht noch in ihr. Er hatte ihre Hässlichkeit in der Luft geschmeckt, als er an diesem Morgen mit dem Daumen über ihrer Haut gestrichen war. Wie geht's, Sorrow? Besser, als ich erwartet hätte. Ein schneidender Blick. Venom ist sehr intelligent. Er ist nicht ohne Grund einer der sieben. Er breitete eine Reihe von farbigen Ausdrucken auf dem Tisch aus und winkte sie zu sich herüber. Ich habe gerade eine E-Mail von dem Mann erhalten, den ich losgeschickt hatte, um Tommys Hütte zu durchsuchen. Die Bilder waren selbsterklärend. Onnas Körper streifte seinen, als sie sich neben ihn stellte. Er fragte sich, ob sie es wagen würde, ihm so nahe zu bleiben, wenn sie wüsste, wie viel Selbstbeherrschung es ihm abverlangte, nicht den Kopf zu beugen und die zarte Haut ihres Nackens zu küssen. Sie würde nach Salz und Wildblumen schmecken, vermischt mit einer erdigen Weiblichkeit, deren Sirenen-Gesang den Mann unter seiner zivilisierten Oberfläche betürte. Seine Angreifer, sagte sie, die Aufmerksamkeit auf das Foto von Tommys Kopf gerichtet, der wie eine Jagdtrophäe an die Eingangstür genagelt war, wollten ihn wirklich zum Schweigen bringen. Buchstäblich. Er begnügte sich mit dem Gedanken, dass er sie bekommen würde, löste den Blick von der verwundbaren Haut, die so dicht neben ihm war, und zeigte mit dem Finger auf das Bild. Sie haben ihm die Zunge herausgeschnitten. Ihr Körper drückte sich ein winziges bisschen gegen seinen, als sie sich vorbeugte, um ein anderes Foto anzusehen. Der Ort ist ein Blutbad. Einen Kranz aus Sünde, um sie zu weben, vollmundig wie Brandy und ebenso berauschend, war für ihn so selbstverständlich wie das Atmen. Ich habe ein Team darauf angesetzt, das zu untersuchen. Dimitri? Heiserer Tadel, aber keine Wut. Ich werde mich auf den Weg. Sie sind erschöpft. Er sah die schwarzen Ringe unter ihren Augen, sah ihre Blässe und spürte das Eis erbarmungsloser Wut. Wenn sie heute einem von denen über den Weg laufen sollten, wären sie am Ende nur wieder ihr Bluthaustier. Farbige Streifen zogen sich über ihre Wangen. Sie können ihre Leute herumkommandieren, aber mit mir sollten sie es nicht einmal versuchen. Manche Männer mochten Frauen, die wussten, wie man sich unterwarf. Andere mochten Frauen, die sich zur Wehr setzten. Dimitri hatte da keinerlei Vorlieben. Denn das hieße, dass er sich über eine flüchtige sexuelle Verbindung hinaus für eine Frau interessieren würde. Aber wenn es um Honor ging, wollte er sie in mehr als einer Hinsicht enthüllen. Wollte das Geheimnis entschlüsseln, wer sie für ihn war. Nur ein Anruf, murmelte er, den Blick bewusst provozierend auf die vollen Rundungen ihrer Lippen gerichtet. Und Sarah erklärt sie den heutigen Tag für arbeitsunfähig. Ihre Lippen bebten. Sie glauben, dass mich das aufhalten würde? Das nicht. Aber die Tatsache, dass sie keine Ahnung haben, wo Tommys Hütte ist. Seine Mundwinkel hoben sich, als er den berechnenden Ausdruck in ihren Zügen bemerkte. Honor hatte ein solch ausdrucksstarkes Gesicht, dass sie niemals etwas vor einem Mann würde verbergen können, der wusste, wie er sie zu lesen hatte. Kommen Sie nicht auf die Idee, Vivek zu bitten, es für Sie herauszufinden. Es sei denn, Sie wollen, dass er ein Dauergast im Turm wird. Drohen Sie mir jetzt, Dimitri? Irgendwie klang es intim, seinen Namen mit so perfektem Akzent ausgesprochen, dass es wie eine Liebkosung klang. Sie haben immer gewusst, dass ich kein netter Kerl bin, sagte er. Er wollte diese Stimme im Bett hören, in der warmen Stille einer lustdurchtränkten Nacht. Gehen Sie nach Hause. Schlafen Sie. Seien Sie ein braves Mädchen. Er beugte sich so nah zu ihr hinüber, dass sich sein Atem mit ihrem vermischte. Nah genug, dass er nur den Kopf hätte neigen müssen, um sie zu küssen. Und ich lasse sie morgen mit einem Helikopter abholen. Wenn das, was Sie mir über Isis erzählt haben, nicht totaler Müll war, sagte Onna, in deren Stimme die Brutalität ihrer Emotionen vibrierte, dann wissen Sie genau, wie ich mich jetzt fühle. Sie wissen es. Dimitris Antwort war erbarmungslos. Ich weiß aber auch, wenn Ihnen die Bestien durch die Lappen gehen, weil sie zu schwach sind, wird die Reue sie schlimmer bluten lassen als jede Wunde. Mit verschränkten Armen ging Onna zum Fenster hinüber. Hätten Sie schlafen können? Es ging nicht um Rationalität, um nichts wirklich Vernünftiges. Ich habe nicht geschlafen, sagte er, als er sich hinter sie stellte. Gefährlich, muskulös, unbeweglich. Aber ich war auch nicht sterblich. Keine Emotion in seiner Stimme. Isis hatte ihm weit Schlimmeres angetan, dachte sie, als ihn zur Verwandlung und in ihr Bett zu zwingen. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, sagte sie mit erbarmungslosem Zorn, der nichts mit ihrem Streit zu tun hatte, sondern mit einem lange verstorbenen Engel, dass ich auf dem Rückweg von Zorro die Tätowierung entschlüsselt habe. Sie wandte sich um und blickte in dieses sinnliche Gesicht, das sie verfolgte, seit sie es zum ersten Mal gesehen hatte. Sie wusste, dass es keine Möglichkeit gab, ihn davor zu bewahren. Warum sie den verzweifelten Drang verspürte, es dennoch zu versuchen, so sehr, dass es zu einer reißenden Qual in ihrem Inneren wurde, wusste sie nicht. Da steht Zu Isis Gedächtnis. Ein Geschenk der Gnade. Zu Isis Vergeltung. Ein Rausch des Blutes. Da draußen gibt es jemanden, der den Tod eines Monsters rächen will. Ona ging nicht zu ihrer Wohnung hinauf, als sie an dem Gebäude angelangt war. Ihre Gefühle waren ein Kaleidoskop aus zerborstenen Teilen. Wut, Schmerz, Ärger, diese merkwürdige durchdringende Verzweiflung und ein Verlangen, das immer stärker zu werden schien. Ihr fiel ein, dass Eschwini noch in der Stadt sein könnte, und so klopfte sie an die Tür der Jägerin und erhielt eine Einladung zu einem Eis und einem Film. Happen, sagte Eschwini, als sie sich auf den Viertelliter Minzschokoladeneis stürzte, das sie bis auf den Tod mit ihrem Löffel zu verteidigen drohte, wenn Ona auch nur den Blick darauf richtete. Klassisch. In ihr wogte die Enttäuschung darüber, dass sie zum Warten gezwungen war, bevor sie die Jagd fortsetzen konnte. Doch obwohl es sie ärgerte, hatte Dimitri recht. Nach den Nächten voller Albträume waren ihre Knochen müde und ihr Geist getrübt. Also durchwühlte sie Eschs Gefrierfach auf der Suche nach Butter-Pekanus-Eis, ihrer persönlichen Lieblingssorte. Anschließend machte sie es sich, nachdem sie die Stiefel an der Tür abgestellt hatte, in dem lächerlich-gemütlichen Sessel bequem, den ihre Freundin schon so lange besaß, wie Ona sie kannte. Den haben wir schon mal gesehen. Ich mag ihn. Warum hast du einen Schlafanzug an? Eschwini trug ein altes graues T-Shirt und eine ausgewaschene Fleecehose mit tanzenden Schafen darauf. Es ist zwei Uhr nachmittags. Ich hab heut frei. Nichts war zu hören, bis auf Eiscreme, die entschlossen verspeist wurde, und den Schlagabtausch auf dem Bildschirm. Viele Leute wären überrascht gewesen, hätten sie gewusst, wie ruhig ein Zusammensein mit Eschwini sein konnte. Die meisten hatten sie nie ohne ihre kratzbürstige emotionale Abwehr erlebt, die Ona sofort bemerkt hatte, als sie sich in der Gildekneipe an der Elfenbeinküste kennengelernt hatten. Und die meisten wussten nicht, dass sie eine der herzlichsten Personen war, die Ona kannte. Fehler, Narben. Nichts davon ängstigte sie. Während sie sich eine weitere Portion Schokominzeis auftat, sagte Esch, »Du wirst nicht glauben, was Jean Vier diesmal getan hat.« »So schlimm kann es nicht sein. Schließlich lädst du mich nicht zu seiner Beerdigung ein.« Eschwini und der zweihundert irgendetwas Jahre alte Vampir pflegten eine komplizierte Beziehung. Eschwini streckte den Arm aus, nahm eine kleine Schachtel von einem Beistelltisch und reichte sie Honor. Sie enthielt einen überwältigenden, quadratischen Saphir-Anhänger, eingefasst in Platin. Die Einfassung war ein klein wenig uneben, ein winziges Stück verrutscht, als hätte die Person, die es in Auftrag gegeben hatte, gewusst, dass nichts zu Glattes, zu Perfektes zu Esch gepasst hätte. Punkt für dich, Ketchen. Wirst du es tragen? Das würde ihn nur ermutigen. Aha, also ist es in Ordnung, wenn ich mit ihm ausgehe? stichelte sie. Er ist verflucht sexy, Cherie. Witzig. Eschwini stach mit dem Löffel nach ihr. Erzähl mir von Dimitri. Natürlich hatte ihre beste Freundin es mitbekommen. Ich komme mir vor wie eine Motte, die von einer Flamme angezogen wird. Die Berührung würde schmerzhaft, vielleicht sogar tödlich sein, und doch konnte sie sich nicht davon fernhalten. Ob es Besessenheit oder eine Zwangsvorstellung war, wusste sie nicht. Aber sie wusste, dass sie in Dimitris Bett landen würde, bevor diese Sache vorbei war. Oder einer von ihnen würde tiefrotes Blut vergießen. Dimitri schlang üppige und verführerische Ranken aus Whisky und nachtblühenden Rosen um Elena, als die Gildenjägerin die Bibliothek des Hauses in der Engelsenklave betrat, das sie gemeinsam mit Raphael bewohnte. Die weißgoldenen Spitzen ihrer Flügel streiften über den Teppich. Ihre Wangenmuskeln spannten sich an, die blassen Augen zogen sich zusammen. Schwacher Versuch, Dimitri. Das war es wirklich. Seine Aufmerksamkeit galt einer anderen Frau. Ich war nur höflich. Elena war empfänglicher für seine Fähigkeit als jede andere Frau, der er begegnet war. Wahrscheinlich lag das an dem entsetzlichen Massaker, das ihre Kindheit beendet hatte. Das Kind, das sie damals gewesen war, hätte Dimitri beschützt und geschont. Aber bei der Erwachsenen konnte und wollte er kein Erbarmen zeigen. Denn er war nicht der einzige Vampir, der mit seinem Duft verführen konnte. Die anderen Mitglieder des Kaders würden nicht zögern, Elenas Verwundbarkeit dieser heimtückischsten aller Waffen gegenüber gegen sie zu verwenden. Und Elena war Raphaels Herz. Ich habe das von Hall, von Sorrow gehört, ernste Miene, ruhige Worte. Wie geht es ihr? Schwer zu sagen. Die Zukunft der jungen Frau blieb ein zerbrechliches Etwas, das durch eine einzige brutale Handlung zerstört werden konnte. Heute hat sie in Notwehr gehandelt, aber sie scheint nicht in der Lage zu sein, ihre Gewalttätigkeit bewusst zu nutzen oder zu kanalisieren. Elena wandte den Kopf zur Tür, einen Augenblick bevor Dimitri spürte, dass Raphael sich näherte. Ihre Flügel aus Mitternacht und Morgengrauen ausgebreitet, ging sie zu ihm, legte ihm die Hand auf die Brust. Zwischen dem Erzengel und seiner Gemahlin fand ein stummer, machtvoller Austausch statt. Es blieb Dimitri unbegreiflich, wie Elena, ein Engel mit einem schwachen, sterblichen Herzen, eine solche Verbindung zu Raphael hatte aufbauen können. Aber er hatte einen Eid geleistet und würde diese Verbindung bis zu seinem letzten Atemzug verteidigen. Sire, sagte er, als die beiden sich voneinander lösten. Ich muss mit ihnen sprechen. Es geht um Isis. Er wusste nicht, wie viel der Erzengel seiner Gemahlin erzählt hatte. Verstehe. Der Blick aus seinen intensiven, unendlich blauen Augen traf Dimitris, bevor er zu Elena schweifte. Du entschuldigst uns? Elena sah mit einfühlsamen Blick zwischen ihnen hin und her. Ich muss Evelyn anrufen, sagte sie. Evelyn war ihre jüngste Schwester. Ich werde es vom Wintergarten auserledigen. Warten Sie. Dimitri und Elena mochten in wenigen Dingen einer Meinung sein, aber ihre Loyalität ihren Angehörigen gegenüber hatte er nie in Frage gestellt. Vielleicht könnten sie auch mit Beth sprechen. Es sieht so aus, als sei Harrison gezwungen, sich eine alternative Unterbringung zu suchen. Andreas hatte es während ihrer Besprechung erwähnt, nachdem er mit Leon und Reg gesprochen hatte. Jetzt spannten sich Elenas Züge an. Gut für Beth, wenn sie ihn rausgeschmissen hat. Eine Pause. Danke. Dimitri schwieg, bis sie gegangen war. Sie weiß nichts davon. Es überraschte ihn nicht im Mindesten. Raphael befand sich mitten im zweiten Jahrtausend seiner Lebenszeit. Ein Wesen, das so uralt war, hatte viele Erinnerungen. Sie wird es erfahren, bevor diese Nacht vorüber ist. Ich will nicht, dass sie angreifbar ist. Der Erzengel ging mit ihm hinaus auf den ausgedehnten Rasen, der zur Klippe führte. Sie hörten das stetige Rauschen des Hudson, der von der untergehenden Sonne in Rot und Gold getaucht wurde. Ich werde nicht sagen, was du ihr erzählen solltest. Ich weiß. Er stimmte Raphaels Entscheidung zu, Elena zu informieren, denn obwohl er die Schwachstelle, die sie für Raphaels Abwehr bedeutete, nicht akzeptieren konnte, wusste er, dass es die Aufgabe eines Mannes war, die Frau, die er erwählt hatte, zu beschützen. Dimitri hatte in dieser Aufgabe versagt, hatte bei seiner Ingrid versagt, und dieses Versagen würde er sich niemals verzeihen. Hat sie ihnen im Kampf gegen Lijuan wirklich das Leben gerettet? fragte er, um seine Gedanken von dem quälenden Schmerz der Vergangenheit loszureißen, von der Erinnerung an eine Frau mit schräg stehenden braunen Augen, die darauf vertraut hatte, dass er sie beschützte. Du hörst dich ziemlich gereizt an, Dimitri. Es kommt mir nur so unmöglich vor. Und doch war es die Wahrheit. Deshalb würde er es dem hinzufügen, was er über Elena wusste. Isis, es sieht so aus, als hätten wir einen Stein vergessen umzudrehen. Er berichtete dem Erzengel in allen Einzelheiten von der zerstückelten Leiche des Vampirs und der Tätowierung. Dreist und dumm. Seine golddurchwirkten weißen Flügel breiteten sich ein winziges Stück aus. Dimitri trat einen Schritt zurück und betrachtete die Federn eingehend. Ihre Flügel. Das Gold breitet sich aus. Seine Handschwingen waren schon fast ganz metallisch, die Fasern warfen das Sonnenlicht in glitzernden Funken zurück. Ja, sagte Raphael. Der Wind des frühen Abends wehte ihm einige Haarsträhnen aus dem Gesicht. Es begann in der Nacht, nachdem ich mich gegen Lijuan gestellt hatte. Elena glaubt, ich mache irgendeine Art von Entwicklung durch. Wir werden sehen. Als das letzte Mal ein Erzengel eine Weiterentwicklung durchlebt hatte, hatte er danach die Toten auferweckt. Aber Raphael hatte nie solche Gräueltaten verübt, wie sie Lijuans Hände befleckten, und er war der Sohn zweier Erzengel. Seine Entwicklung war nicht vorhersehbar. Ich habe eine Liste all derer zusammengestellt, die Isis bis zum Schluss treu ergeben waren, sagte Dimitri, während er gleichzeitig abwog, welche taktischen Vorteile es haben könnte, den wahren Grund für die farbliche Veränderung von Raphaels Flügeln geheim zu halten. Jason macht ihre Aufenthaltsorte aus, finde ich. Man hatte keinen von ihnen das Land betreten sehen, aber das hatte nichts zu sagen. Ich werde mit ihm reden. Gewisse Leute habe ich über die Jahrhunderte hinweg diskret im Auge behalten. Ein Blick aus diesen unmenschlich blauen Augen. Ebenso wie du, Dimitri. Von denen wäre niemand hierzu in der Lage gewesen. Dessen hatte er sich bereits versichert. Aber Spiele, sagte er, wie bösartig sie auch sein mögen, sind etwas, womit ich mit Leichtigkeit fertig werde. Sogar die Spiele, die den Geist eines Engels zu erwecken versuchten, der den schnellen Tod, mit dem sie ihn abgefertigt hatten, nicht verdient hatte. Das zweite Problem ist bedenklicher geworden. Raphael hörte schweigend zu, während Dimitri ihm die Fakten über die Jagd auf Sterbliche darlegte. Diese Honor, sagte der Erzengel in verwuteisigem Tonfall, nachdem Dimitri geendet hatte. Ist sie kompetent? Ja. Blitzgescheiter Verstand, menschliches Herz, uralte Augen. Elena ist die bessere Fährtensucherin. Dagegen gab es nichts einzuwenden, da Elena eine geborene Jägerin war, ein Bluthund für Vampire. Diese Fähigkeit ist im Augenblick nicht erforderlich. Und es war Onnas Jagd, so wie Isis Dimitris gewesen war. Wir jagen die Schlangen nicht, sondern graben sie aus. Ein treffender Vergleich. Seine Flügel raschelten, als er sie eng am Rücken zusammenlegte und sich umdrehte, um Dimitri direkt in die Augen zu sehen. Viele glauben, dass solche Verderbtheit genau das ist, was dir schmecken würde. Dimitri wusste das und war sich vollkommen darüber im Klaren, wie nah er daran war, eine Grenze zu überschreiten, hinter der es kein Zurück mehr gab. Wie es aussieht, bin selbst ich noch nicht so degeneriert. Du würdest einer Frau niemals so etwas antun, Dimitri. Die Stimme des Erzengels in seinem Kopf, ihre Reinheit beinahe schmerzhaft. Wir beide wissen das. Deshalb gestatte ich dir, Elena auf eine Art zu bedrängen, für die ich jeden anderen töten würde. Manche würden sagen, sie vertrauen mir zu sehr, Sire. Und andere würden sagen, du verschwendest deine Zeit als Stellvertreter, während du über ein eigenes Gebiet herrschen könntest. Anscheinend kümmert die Meinung anderer keinen von uns beiden sonderlich. Gemeinsam gingen sie zurück in die Bibliothek und den Korridor hinunter, der zum Haupteingang führte. Venom wird die Stadt bald verlassen müssen, sagte Raphael. Galen ist stark, aber er sollte in der Zufluchtsstätte noch jemanden aus den Sieben an seiner Seite haben. Nasir muss in armer Naht bleiben. Dimitri stieß die Luft aus. Ist es Aeon ernst damit, nach New York zu kommen? Ja. Er wird ein Chaos auslösen. Mit seinen Augen aus zerbrochenem Glas und Flügeln, die wie Diamanten glänzten, hob sich Aeon selbst unter den Unsterblichen hervor. Er kann so hochfliegen, dass die Sterblichen nur einen Schatten sehen werden, an dem das Licht zersplittert. Dimitri nickte. Aeon hatte eine Abneigung gegen Berührungen, eine, die Dimitri gut verstand. Er war in der Krankenabteilung gewesen, als der Engel vor zweihundert Jahren dorthin gebracht worden war. Raphael hatte Aeons ausgemergelten und dreckverkrusteten Körper auf seinen Armen getragen, hatte ihn mit größtmöglicher Vorsicht abgelegt, um seine Flügel nicht zu zerquetschen, von denen kaum mehr als ein paar Stückchen Sehnen an seinen Knochen hingen. Das war das letzte Mal gewesen, dachte Dimitri, dass jemand Aeon in irgendeiner, wie auch immer gearteten Weise geschützt hatte. Ich kümmere mich um den Transfer. Er rieb sich das Kinn. Ich brauche jemanden für Sorrow. Und Aeon wäre nicht geeignet. Jean V? Ja. Der glattsüngige Kedgen war zwar nicht mehr unter Vertrag, aber er hatte Raphael die Treue geschworen, eine Treue, die bis tief ins Herz reichte. Ich setze mich mit ihm in Verbindung, wenn der Transport bevorsteht. Dimitri? Sire? Geht es dir gut? Dimitri wusste, wonach der Erzengel fragte. Isis ist tot und begraben, und dieser Kriecher ist nichts weiter als ein Ärgernis. Die Geister, die ihn verfolgten, waren weitaus sanfter und schnitten so tief, dass er innerlich unaufhörlich blutete. Es war kein Albtraum. Diese Tatsache erschreckte Onna so sehr, dass sie beinahe aufgewacht wäre, aber die Lust, oh, die Lust war zu groß, um ihr zu widerstehen. Ein starker männlicher Körper über ihrem, eine raue Hand an ihrer Kehle. Er küsste sie mit ausgiebiger Geduld, von der sie wusste, dass sie ohne Vorwarnung fordernd werden konnte. Doch heute, heute wollte er spielen, und sie war sein williges Spielzeug. Aufmachen, raunte er, und sie öffnete die Lippen und ließ seine Zunge zwischen sie gleiten. Es war sündhaft und dekadent, etwas, das sie ihm schon früh in seinem Werben um sie gestattet hatte, denn ihr Widerstand ihm gegenüber war so schwach wie Rauch gewesen. Die Belohnung für diese Sünde war eine Lust, die er den Atem geraubt hatte, sein Geschmack wie eine Sucht. Jetzt erkundete sein schöner Mund den ihren, in unverhohlener Besessenheit, während er sein Bein zwischen ihre Schenkel schob und es dann anhob, um es an ihrer zartesten Stelle zu reiben. Sie schrie auf, als sie die Haare an seinem Bein spürte, die harte Anspannung der Muskeln. Sie war nackt bis auf die Haut. Er hatte sie dazu gebracht, sich für ihn auszuziehen. Ganz langsam, während er sie mit den Augen verschlang, den einzigen Augen, die sie jemals so gesehen hatten. Und nichts an ihr war vor der Hitze seiner Berührungen sicher. Er ließ die Hand von ihrem Hals bis hinunter zu ihrer Brust gleiten, die im letzten Frühjahr noch schwerer und voller geworden war, und drückte zu. Nicht zu fest für das empfindsame Fleisch. Nur gerade fest genug. Bitte, flüsterte sie. Sie wusste, dass er heute Nacht kein Erbarmen mit haben würde. Ein heiseres Kichern, das in ihrem Körper vibrierte. Wir haben gerade erst angefangen. Er zupfte an ihrer Brustspitze und drehte sie ein wenig. Sie drängte sich ihm entgegen. Seine Haut war glatt und feucht, wo er sich an sie presste. Er ließ den Arm sinken und schob eine Hand zwischen seinen Oberschenkel und ihr geschwollenes Fleisch. Ist das das, was du willst? Ein Stups auf den heißen Kern am Scheitelpunkt ihrer Schenkel. Oh! Ein enttäuschter Aufschrei, als er seine Finger wieder zurückzog, nachdem er sie durch die sensiblen Hautfalten hatte gleiten lassen. Mehr! Er lächelte sie in der moschusgetränkten Dunkelheit an, hob die Finger stattdessen an seine Lippen und sog sie tief ein. Ihr Unterleib zog sich zusammen, denn wenn ihm danach war, leckte er mit diesem sündigen Mund an ihrem intimsten Körperteil. Heute Nacht schien es ihm allerdings zu genügen, sie auf ihr einfaches Bett hinabzudrücken und sie mit seinen rauen Händen, die jedes ihrer Geheimnisse, jede ihrer Fantasien kannten, bis zum Fieber zu reizen. Im letzten Winter, als die Welt um sie herum still dargelegen hatte, hatte er sie überredet, sie ihm ins Ohr zu flüstern. Und dann hatte er ihr seine verraten. Als er seinen Mund auf die steife Spitze ihrer Brust herabsenkte, schluchzte sie beinahe vor Erleichterung. Er drehte ihre Brustwarze in seinem Mund bis ein klein wenig hinein, um sie daran zu erinnern, dass er führte, bevor er so fest daran lutschte, dass sie sich in rasender Begierde an seinem Schenkel rieb. Sie war ihm gegenüber nicht mehr schüchtern, jetzt nicht mehr. Als sie beinahe hinüber gewesen wäre, an jenem geheimen Ort, den er ihr in einem sonnenvergoldeten Feld vor drei Sommern gezeigt hatte, zog er den Schenkel weg. Sie erschauerte. Biest! Er war an jenem Tag so vorsichtig mit ihr umgegangen, so sanft, als er das bravste aller Mädchen dazu verführt hatte, sich mit ihm ins Gras zu legen, als seine Hand sie unter ihrem Kleid gestreichelt und berührt hatte, wie es niemand sonst je getan hatte. Sie war erschrocken, welche ungezügelte Lust er ihr mit seinen rauen Händen entlocken konnte. Hände, gezeichnet von einem Leben, das er der Erde abtrotzte, die Haut von der Sonne gebräunt. Er hatte ihre Tränen getrunken, hatte sie gestreichelt, bis das Zittern verging, und dann hatte er ihr das Kleid hochgestreift und sie enthüllt, vor der Sonne und der Berührung seiner Blicke, seines Mundes. Ja, er war ein Biest. Ihr Biest. Noch immer lächelnd senkte er jetzt den Kopf auf die andere Brust und schob gleichzeitig seinen kräftigen, muskulösen Schenkel nach oben, um ihr zartes Fleisch auf köstlichste Weise zu reiben. Oh ja! Sie grub die Hände in sein seidig-schwarzes Haar, drängte sich seinem Mund entgegen, als ihr Körper erzitterte und in einem Ausbruch flüssiger Hitze zerbarst. So, flüsterte er in ihrem Mund, als sie wieder sehen und hören konnte, auch wenn sich ihre Brust noch immer schwer hob und senkte. Jetzt wirst du dich benehmen, nicht wahr? Sie streichelte sein stoppeliges Kinn mit einer Hand und zog ihn zu sich herunter. »Küss mich, mein Gemahl!« »Gemahl!« Ona erwachte mit diesem Wort auf den Lippen, die Bilder aus dem Traum noch so lebendig wie die kleinen Zuckungen in ihren unteren Körperregionen. Sie stöhnte auf, als sie feststellte, dass sie einen Orgasmus gehabt hatte, die Schenkel fest um ein Kissen gedrückt. Aber anstatt es wegzuziehen, rieb sie sich daran und versuchte, sich an den Überresten des Traumes festzuhalten, der erotischer gewesen war als jede Erfahrung ihres realen Lebens. Ein Traum, der ihr eine Art von sexuellem Vergnügen zurückbrachte, von der sie geglaubt hatte, dass man sie ihr für immer genommen hatte. »So, jetzt wirst du dich benehmen, nicht wahr?« Ihre Brustwarzen versteiften sich zu beinahe schmerzhaften Spitzen, Nachbeben zitterten zwischen ihren Beinen. »Oh Gott!« Das Seltsame war, dass sie sich im Bett nie zu dominanten Männern hingezogen gefühlt hatte und nie erwartet hätte, dass sie diesen Traum so unglaublich sexy finden würde, ganz besonders nach dem Überfall. Wenn sie tatsächlich wieder Sex haben sollte, hätte sie erwartet, dass es mit einem Mann sein würde, der sanft und geduldig mit ihren Ängsten umging. Ein schonungslos schönes Gesicht und dunkle Augen, in denen ein Hauch von Gefahr lag. Es stimmte. Dimitri konnte man beim besten Willen nicht als sanft bezeichnen. Aber es gab keinen Zweifel an der sexuellen Spannung zwischen ihnen. Er war, das musste sie zugeben, höchstwahrscheinlich die Inspiration für den gesichtslosen Geliebten in ihrem Traum. Bei der sinnlichen Erinnerung an das Gewicht ihres Liebhabers auf ihrem Körper, so schwer und grob, an seine schwierige Hand, die ihre Brust knetete, die geschickte Verruchtheit seines Mundes und die ziemlich große Erektion, die sich an sie presste, krallte sie die Finger ins Laken. Die Muskeln in ihrem Inneren zogen sich zusammen, wollten ihn dick und heiß in sich spüren. Zeit für eine kalte Dusche, murmelte sie und schlug die Decke zurück, um festzustellen, dass sie nackt war. Panik wallte in ihr auf, sie griff nach der Waffe unter ihrem Kissen, bis sie sah, dass ihre Kleider auf dem Boden verstreut lagen, als hätte sie sie in der Nacht ausgezogen und weggeworfen. Lachend sagte sie, was für ein Traum. Ein Traum, bei dem sie nichts gegen eine Wiederholung einzuwenden hätte, wenn sie ehrlich war. Von einem Mann zum Orgasmus gequält zu werden, dem ihr Traum ich eindeutig vertraute. Ja, das war viel besser, als sich an dieses schwarze Kellerloch zu erinnern, das nur mit Schmerzen angefüllt war. Die Uhr zeigte, dass sie tatsächlich ziemlich lange geschlafen hatte. Es war halb sechs morgens, und am Abend zuvor war sie um sechs ins Bett gefallen. Sie duschte, zog sich an, inklusive Waffen, und wollte gerade Dimitri anrufen, als ihr Handy klingelte. Sie nahm ab, am anderen Ende war Saras Vertreter Abel. Wir haben ein Problem in Little Italy, sagte er. Kannst du das überprüfen? Jede Faser in ihr verlangte danach, in die Catskill Mountains zu kommen, aber sie war eine Jägerin, und das bedeutete ihr etwas. Ich werde im Aufzug keinen Empfang haben, sagte sie. Ich ruf dich zurück, wenn ich im Erdgeschoss bin. Dort angekommen, tat sie auf die Straße hinaus. Also, Details. Tja, nicht allzu viel, sagte Abel. Die Polizei ist vor Ort, keiner weiß genau, was los ist. Aber wenn du meinst, dass es was für uns ist, ruf mich zurück. Dann beauftrage ich jemanden damit. Dein Vertrag mit dem Turm hat Priorität. Hielt die Adresse. Er las sie vor. Hab ich, sagte sie, hielt ein Taxi an und stieg ein. Ich melde mich, wenn ich den Tatort besichtigt habe. Der Taxifahrer fuhr los. Auf der Jagd? Sie nickte und nannte ihm die Adresse. Es fühlte sich merkwürdig tröstlich an, als Jägerin erkannt zu werden, denn nach ihrer Entführung war das monatelang nicht der Fall gewesen. So schnell sie können. Der Blick des Taxifahrers fuhr in den Rückspiegel, senkte sich und hob sich wieder. Hey, sind Sie nicht die Jägerin, die vermisst war? Ihre Eingeweide verknoteten sich. Ja. Dieses Mal lag in den Augen im Spiegel reißerische Spekulation. Ich hab gehört, sie sind über und über mit Vampirbissen bedeckt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Gilde hatte alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Gerüchte nach ihrer Rückkehr zu ersticken. Aber bei dem an ihrer Wiederherstellung beteiligten Personal, das nicht zur Gilde gehörte, hatten sie nichts ausrichten können. Wenn man die zahlreichen Tests dazu rechnete, denen sie sich hatte unterziehen müssen, um herauszufinden, ob die Dreckskerle, die sie entführt hatten, ihr noch etwas anderes als blaue Flecken, Bisswunden, einen fast verhungerten Körper, mehrere Knochenbrüche und eine Reihe innerer Verletzungen hinterlassen hatten, dann war sie in ihren schwächsten Momenten von Dutzenden von Leuten gesehen worden. Die meisten waren gut und freundlich gewesen, andere so wie dieser Taxifahrer. Dessen leuchtender Augen und sein halb geöffneter Mund drohten sie wieder in dieses Kellerloch zurückzustoßen, zu diesen hässlichen, tastenden Händen, die sie schändeten, bis nichts mehr von ihr übrig war. Noch vor einem Monat hätte sie sich in sich zusammengerollt und wäre verstummt. Vor einem Monat hatte sie noch nicht zweien ihrer Angreifer Kugeln in den Leib gejagt. Vampirzungen, sagte sie, während sie den Finger vorsichtig über die Klinge gleiten ließ, die sie aus der Scheide an ihrem Oberschenkel gezogen hatte. Wachsen nach, wenn man sie abschneidet. Menschen haben diese Fähigkeit leider nicht. Er fiebte und ließ den Kopf sinken. Als sie ihr Ziel erreichten, lief Schweiß an seinen Schläfen hinunter und er brachte nicht einmal die Worte heraus, um den Fahrpreis zu nennen. Sie hielt ihm ihre Kreditkarte hin, zahlte und stieg aus. Niemals wieder würde sie jemand in die Dunkelheit zerren. Nikolas! Als sie ihren Namen hörte, sah sie auf und erblickte einen großen, schwarzen Polizisten mit unverwechselbaren, grau-melierten Bartstoppeln, die offenbar zu seiner Dauerausstattung gehörten. Hallo Santiago, sagte sie. Vor einigen Jahren hatte sie mit ihm zusammen an einem Fall gearbeitet, einer ihrer wenigen Einsätze in Manhattan. Was gibt es denn? Das hier. Er duckte sich unter dem Absperrband hindurch und hockte sich neben eine Leiche, die halb auf, halb neben dem Gehweg lag. Er hob die Plane an, mit der das Opfer zugedeckt war, und bedeutete, Onna mit einem Nicken es sich anzusehen. Sieht aus, als wäre er von einem Hund angefallen worden. Der Hals des jungen Mannes war zerfetzt, als hätte jemand oder etwas darauf herumgekaut. Santiago grunzte. Stimmt. Aber es sind nur zwei Stellen zerkaut worden, am Hals und an der Innenseite des Oberschenkels. Die Halsschlagader und die Oberschenkelarterie. Sie beugte sich dicht darüber und sah sich die Wunden genauer an. Die Hose des Opfers hing ihm auf den Knöcheln, aber die Unterhose hatte es noch an. Bei dem Angriff war es also um Blut gegangen, obwohl aus dem, was um die Leiche herumzusehen war, hervorging, dass der Angreifer eine ganze Menge davon vergeudet hatte. Ich bin kein Pathologe, aber für mich sieht's so aus, als wären die Wunden zu übel zugerichtet, um festzustellen, ob es ein Vampir war. Die Bissspuren waren in dem zerfetzten Fleisch nicht mehr zu erkennen. Einer der geborenen Jäger könnte den Geruch der Haut analysieren, sagte sie. Vielleicht können sie ein Vampirgeruch feststellen. Ransom ist in der Stadt. Bei Elena bin ich mir nicht sicher. Ich werde die Gilde anrufen und fragen, ob einer von ihnen vorbeischauen kann. Alles an diesem Tatort war ein wenig ungewöhnlich. Die Meinung eines anderen Jägers wäre ihr willkommen. Anhand der Blutspuren ist klar, dass er hier umgebracht wurde, murmelte sie, nachdem sie die Anfrage gestellt hatte. Ein ziemlich öffentlicher Ort bei Nacht. Stimmt, aber in dieser Straße sind die meisten Geschäfte nur tagsüber geöffnet. Es gibt keine Restaurants, nur eine winzige Bar, sagte Santiago. Die grau bestäubten Augenbrauen hingen schwer über seinen blassbraunen Augen. Dem Manager der Bar zufolge, den ich gerade aufgeweckt hab, waren die Mitarbeiter um halb vier mit dem Aufräumen fertig und sind nach Hause gegangen. Wenn man den Zeitpunkt berücksichtigt, an dem der anonyme Tippgeber die Leiche telefonisch gemeldet hat, würde ich wetten, dass das hier zwischen vier und fünf passiert ist. Bevor es hell wurde, Anna nickte. Ansonsten gab es vermutlich einige, die auf dem Weg zur U-Bahn vorbeikamen. Genau. Ich lasse meine Leute morgen früh die Gegend abklappern und sehen, ob wir ein paar der Leute erwischen, die hier regelmäßig zu Fuß vorbeikommen. Er hob den Blick, als ein Schatten über sie fiel. Im nächsten Augenblick landete eine Engelsfrau neben ihnen. Das atemberaubende Schwarz ihrer Flügel ging in Mitternachtsblau und Indigo über und dann in einen leuchtenden Ton, der Anna an die Morgendämmerung erinnerte. Die Handschwingen schließlich schimmerten weiß-golden. In ihrem schlanken, von straffen Muskeln durchzogenen Körper zeigte sich eine Anmut und Wendigkeit, wie sie nur durch Auseinandersetzungen mit stärkeren und schnelleren Gegnern erworben sein konnte. Natürlich hatte Anna Fotos von ihr gesehen, aber eine Jägerin mit Flügeln in Wirklichkeit zu erleben, war surreal. Ich weiß, dass ich dich anstarre, sagte sie in das Schweigen hinein, das ich breitgemacht hatte. Aber du hast Flügel, Elena. Elena lachte. In diesem Licht erschienen ihre Augen silbern. Ihr feuchtes, beinahe weißes Haar war säuberlich zu einem französischen Zopf geflochten. An manchen Tagen wache ich immer noch auf und bin überrascht, sagte sie. Der Glanz wich aus ihrem Gesicht, als sie sich an Santiago wandte. Ich überprüfe den Geruch. Ihre unglaublichen Flügel breiteten sich über die schmutzige Straße aus, als sie sich auf den Asphalt kniete. Elena schien sich nicht darum zu kümmern. Sie zog die Plane zurück, um erst die Wunde am Hals und dann die am Oberschenkel zu inspizieren. Kein Geruch an ihm, der vampirisch sein könnte. Ihre Stimme klang entschieden. Ich hatte mit starken Duftnoten gerechnet, da der Angreifer viel Zeit mit dem Opfer verbracht haben muss. Sie sah zu Honor hoch und legte die tiefgoldene Haut auf der Stirn in Falten. Das ist komisch. Ein Mensch mit spitzgefeilten Zähnen vielleicht? Spitzgefeilte Zähne. Das war der Hinweis, den Honor brauchte, um im Geist zu einem kurzen Artikel zurückzuspringen, den sie im Krankenhaus in einem Gilden-Newsletter gelesen hatte. Äh, Santiago, können wir ihn so weit bewegen, dass ich die Rückseite seiner rechten Schulter sehen kann? Klar, kein Problem. Er schob seine behandschuhten Hände unter die Leiche und drehte sie auf die Seite. Auch Elena zog sich schnell Handschuhe über, damit sie helfen konnte, den Toten festzuhalten, während Honor das T-Shirt des Opfers hochschob. Weder der Polizist noch die geflügelte Jägerin sagte ein Wort. Aber Honor konnte die Anspannung auf ihrer Zunge schmecken, so intensiv war sie. Sie beschloss, so zu tun, als hätte sie dieses offensichtlich private Zerwürfnis nicht bemerkt und schaffte es, die Schulter des Opfers freizulegen. Verdammt! Ich hatte nicht damit gerechnet, es wirklich zu finden. Zwei Köpfe wandten sich ihr erwartungsvoll zu. Es war eine kleine Tätowierung, der Buchstabe V in einem Kreis, aus dem zu beiden Seiten je ein Flügel ragte. Elena machte ein finsteres Gesicht. Das habe ich noch nie gesehen. Die Ausgabe des Gilden-Newsletters ist herausgekommen, als du weg warst, um dir Flügel wachsen zu lassen. Du liest wirklich den Newsletter? Ich dachte, solche Leute gäbe es gar nicht mehr. Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen, sagte sie mit einem fast natürlichen Grinsen. Diese Bewegung, sie deutete auf das Tattoo, stammt anscheinend aus London. Sieht aus, als hätte sie den Atlantik überquert. Nachdem er die Leiche wieder abgelegt hatte, erhob sich Santiago. Seine Gelenke knirschten wie alte Balken. Erzählen Sie mir davon. Auch Honor stand auf. Ihr fiel auf, dass Elena die Flügel eng an den Rücken anlegte, als sie sich ebenfalls aufrichtete. Meine Informationen sind nicht auf dem neuesten Stand, aber es ist eine Untergrundgruppe, die von älteren Teens und jungen Twents gegründet wurde. Sie simulieren den vampirischen Lifestyle. Kopfschüttelnd blickte sie auf die Erhebung unter der Plane. Der Verlust eines Lebens, das kaum begonnen hatte, stimmte sie traurig. In erster Linie ist es eine Ausrede, um Sex zu haben. Gilt das in dem Alter nicht für die meisten Dinge? murmelte Santiago. Ona war nie auf diese Art jung gewesen, konnte sich solche Unschuld nicht vorstellen. Ja, es ist ziemlich harmlos, bis darauf, dass einige ihrer Anhänger noch einen Schritt weitergehen und Blut voneinander trinken. Sie wollen mich wohl hochnehmen, sagte Santiago. Ich fürchte nein. Vampire können von jedem Spender trinken, weil ihr Körper alle Probleme im Blut verarbeiten kann, sagte Elena. Ihre finstere Mine verdunkelte ihre Augen zu sturmgrau. Diese Kinder pfuschen mit weiß der Himmel was für Krankheiten herum. Wenn sie es überhaupt verarbeiten können, sagte Ona, die keine Verlockung in einem vom Blut beherrschten Leben erkennen konnte. Santiago schob seine Jacke zurück, die Hände auf die Hüften gestützt. Sie meinen, wir sollten nach Erbrochenem suchen? Es war Elena, die antwortete. Es hängt davon ab, wie viel er oder sie wirklich getrunken hat. Ja. Großartig. Das wird ein paar Uniformierten einen fantastischen Tag bereiten. Womöglich fangen einige der Kids an zu glauben, sie seien tatsächlich Vampire, fügte Ona hinzu, als Santiago einen jungen Beamten herbeirief, der über die ihm übertragene Aufgabe die Oberlippe kräuselte, sich dann aber vom Tatort aus auf die Suche machte. Ich würde mir gern mal ansehen, wer die Freunde dieses Jungen waren. Für mich sieht es danach aus, dass er den Spender für den Vamp eines anderen gespielt hat und die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Der Lage der Bisse nach, sagte Elena, würde ich wetten, dass Sex mit dem Spiel war. Santiago rieb sich mit der Hand über das Gesicht, seine Bartstoppeln kratzten über seine Handfläche. Der gute alte Mix aus Sex und Gewalt. Ona wollte gerade zustimmen, als das Vibrieren ihres Handys eine eingehende Nachricht ankündigte. Entschuldigen Sie mich. Sie ging ein kleines Stück zur Seite, konnte Santiago und Elena jedoch immer noch hören. Ich hab die Gurte, sagte der Polizist in einer Art schroffer Höflichkeit. Es gab eine Pause, bevor Elena antwortete. Ich hab dich hier auch nicht erwartet. Ja, gut. Das Rascheln von Kleidung, das Kratzen eines Schuhs auf dem Asphalt. Ich schätze, es ist eine Umstellung. Vielleicht kann sich ein gewisses Gewohnheitstier doch noch mit etwas Neuem abfinden. Elenes Antwort war ruhig. Danke. Eine längere Pause. Dann sagte Santiago im normalen Tonfall, der Fall hier hat mir gerade noch gefehlt. Dieser umtriebige Serientäter frisst unsere Ressourcen auf. Der, der es auf junge, gemischtrassige Frauen abgesehen hat? Genau. Wir haben keine Leichen, aber mein Instinkt sagt mir, dass sie tot sind. Als Onna sich wieder zu ihnen stellte, war die Spannung verflogen und durch eine vorsichtige Vertrautheit ersetzt worden. Zwei Personen, die oft zusammengearbeitet hatten und versuchten, ein neues Gleichgewicht zu finden. Sie sah von einem zum anderen und sagte, »Ich muss zum Turm.« Dimitris Nachricht war schlicht gewesen. »Wie ich höre, sind Sie wach. Ich bin es ebenfalls. Also los.« Die Hütte stand mitten im dichten Wald. Sie war aus Holzblöcken errichtet worden und wirkte beinahe kitschig, mit ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda. Der Stuhl bewegte sich nicht. Der Wald lag still. Kein Blatt schien sich zu regen. Es war, als wüssten selbst die Bäume, welches Grauen in dieser bezaubernden Szenerie, die einer Urlaubspostkarte entsprungen zu sein schien, stattgefunden hatte. Im Herbst, dachte sie, würde der Boden mit Laub in unzähligen warmen Farben bedeckt sein. Aber jetzt war Frühling und die Blätter über ihnen waren hellgrün. Gold schimmerte hoch darüber, doch durch das schwere Blätterdach war das Licht diffus, wenn es den Boden erreichte, und verstärkte noch das trübe Grau der Atmosphäre. Als ich ein Kind war, sagte sie zu dem Vampir, der neben ihr ging, habe ich immer davon geträumt, an einem solchen Ort Ferien zu machen. Es war für mich mit der typischen Vorstellung von Familie verbunden. Dimitri sah zu ihr herüber. Dieses Licht ließ die Schatten auf seinem Gesicht härter und klarer definiert erscheinen. Haben sie je versucht, ihre Eltern zu finden? Nein. Als sie über die Mittel verfügt hatte, um eine Suche zu unternehmen, hatte sie gewusst, dass dabei nichts Gutes herauskommen würde. Kein Happy End, dass ihr die Einsamkeit ihrer Kindheit nehmen und all die Schulaufführungen und Sportveranstaltungen auslöschen könnte, bei denen sie die Eltern anderer Kinder applaudieren und jubeln gesehen hatte, während sie allein gewesen war und so getan hatte, als würde es ihr nichts ausmachen. Die Entscheidung, nicht nach ihnen zu suchen, hatte die Lehre in ihr nicht ausfüllen können. Aber es hatte ihr die Freiheit verschafft, ihr Leben zu leben, ohne von den Gedanken an das, was hätte sein können, gelähmt zu werden. Erinnern sie sich noch an ihre Eltern? fragte sie, als sie an der Hütte ankamen. Dimitri wich den Blutflecken auf der Treppe aus, wo Tommys zerschlagener Leichnam allem anscheinend nach hinaufgeschleift worden war und sah zu dem Schaukelstuhl hinüber, der ähnliche Flecken aufwies. Wer auch immer Tommy hingerichtet hat, murmelte er, er hat ihn hier hingesetzt und ihn verhört, nachdem er ihm klargemacht hat, das Widerstand zu Schmerzen führen würde. Es war dasselbe, was Dimitri selbst mit einem aufgeblasenen Idioten wie Tommy gemacht hätte. Der Vampir hatte zwar 400 Jahre lang überlebt, aber nur, weil er den Raubtieren aus dem Weg gegangen war und den großen Macker in der geschlossenen Gesellschaft seiner ebenfalls nutzlosen Freunde gespielt hatte. Da fragt man sich, wie er zur Zielscheibe geworden ist. Er könnte Everett ohne Erlaubnis mitgebracht haben, sagte Anna. Sie starrte auf die Tür, an der Tommys Kopf aufgespießt gewesen war. Eine breite Klinge war in seinen Mund hinein und durch seinen Hinterkopf wieder herausgestoßen worden. Mich beschleicht das Gefühl, dass dieses Spiel nur für geladene Gäste gedacht war. Also haben wir Everett trotz der zweiten Einladung vermutlich das Leben gerettet. Irgendwie glaubte er nicht, dass der Vampir ihm für die langen Jahre, die ihm in Andreas Obhut bevorstanden, dankbar sein würde. An meine Eltern, sagte er, als er die Tür aufschob, erinnere ich mich so deutlich, als hätte ich sie gestern erst gesehen. Vielleicht ist es eine Auswirkung der Unsterblichkeit, aber manche Gesichter verblassen niemals. Dimitri lachen, Hände drückten sich an seine Brust. Ben, nimm dich! Sonst wächst du Mischa und das Baby auf. Warme, hellbraune Augen blickten ihn aus seiner Erinnerung an. Tiefgrüne taten es im Hier und Jetzt. Die Wirkung traf ihn tiefer, als es hätte sein dürfen. Ich sehe so viel Schmerz in ihn, flüsterte Anna. So viel Verlust. Er war kein Mann, der es gewohnt war, dass jemand in ihm lesen konnte. Machen Sie sich keine falschen Vorstellungen von mir, Anna, sagte er, denn obwohl er vorhatte, sie in sein Bett zu bekommen, würde er es nicht unter falschen Versprechungen tun. Der menschliche Teil von mir ist vor langer Zeit gestorben. Was übrig geblieben ist, unterscheidet sich nicht allzu sehr von Tommy. Er tat über die Schwelle und betrachtete die Blutspritzer, mit denen die Wände, die Teppiche und der blanke Fußboden verziert waren. Nachdem er oder sie ihn verhört hat, sagte Anna hinter ihm und hob einen Minicomputer auf, der aussah, als wäre er unter einen schweren Stiefel geraten, hat der Angreifer Tommy hier hereingebracht und mit ihm gespielt. Gespielt. Ja. Wäre es nur um eine Hinrichtung gegangen, dann gäbe es nicht in der ganzen Hütte die roten Spritzer, die jetzt langsam schwarz wurden. Wichtiger noch, es würden keine Handabdrücke über Boden und Wand verlaufen. Er sollte glauben, er hätte eine Chance zu entkommen. Wenn er dann doch zurückgerissen wurde, musste die panische Angst des Vampirs umso größer gewesen sein. Dimitri wartete ab, um herauszufinden, ob er irgendeine Art von Mitleid verspürte. Nein. Hier, sagte er und zog eine kleine Plastikhülse aus der Tasche, als Anna den ramponierten Minicomputer absetzte. Eine Kopie der Speicherkarte. Meine Leute schürfen nach Daten. Sie nahm sie an sich und ließ sie in ihre Tasche gleiten. Ich werde sie ebenfalls durchgehen. Mein Verstand ist gut darin, Muster zu erkennen. Mit den Augen suchte sie den Raum ab. Die Gewalt sieht willkürlich aus, aber dahinter steckt eine Struktur, um maximalen Schrecken zu erzeugen. Die Vampire, die sie misshandelt haben, sagte er mit einem Blick auf etwas, das wie ein in der Wand steckender Fingernagel aussah. Hat einer von ihnen ein solches Verhalten gezeigt? Onnas Stiefelabsatz drehte sich auf dem Holzfußboden, als sie sich umwandte und aus der Hütte ging, die Stufen hinunter und in den Wald hinein. Dimitri zog die Hüttentür hinter sich zu und ging ihr langsamer nach, folgte dem sanften Geräusch von Wasser. Er erreichte das mit Kieselsteinen gesäumte Ufer eines kleinen Flusses. Onna stand nur ein paar Schritte links von ihm. Heute trug sie ein figurbetontes, kakifarbenes Hemd mit halblangen Ärmeln, eine Jeans, die ihre Beine umspielte, und abgetragene Stiefel an den Füßen. Schlicht und stark und schön. Doch selbst die stärkste aller Frauen hatte Albträume, die sich nicht an einem Tag, nicht einmal in einem Jahr überwinden ließen. Ohne ein Wort zu sagen, ging er in die Hocke, hob einen der Kiesel auf und drehte ihn zwischen den Fingern. Das Wasser war klar und die Luft frisch, sie trug den Duft von hunderttausenden Blättern mit sich. Der Himmel über dem Fluss war weit und strahlend blau, und helles Licht fiel auf sie herab. Ein reizender Ort, um über die unaussprechlichsten Grausamkeiten nachzudenken. Isis, sagte er, indem er sich einem Bereich seiner Erinnerung zuwandte, der vom Alter staubig geworden war, war es gewöhnt, bewundert zu werden. Sie galt als eine der exquisitesten Frauen der Welt. Und nicht zu Unrecht, mit ihrer zarten, hellen Haut, Haaren aus schimmerndem Gold und hinreißend bronzefarbenen Augen hatte Isis die Vorstellungen, die Sterbliche von den Engeln hatten, vollkommen verkörpert. Als sie auf ihrer Reise, die sich als Teil ihres ausgefeilten Plans erweisen sollte, sich an Raphael zu rächen, in seinem Dorf Station gemacht hatte, waren Männer und Frauen herbeigelaufen, um sie zu sehen. »Weißt du, was mein Vergehen war, Dimitri?« Rafaels Stimme hallte in dem kalten Steingewölbe unter dem Bergfried wieder. »Jemand hörte mich sagen, ich hätte lieber eine Schlange in meinem Bett als Isis.« Die eitle und grausam intelligente Isis hatte sich nicht damit zufrieden gegeben, Raphael für seinen achtlosen Kommentar einfach nur zu entführen und zu foltern. Nein. Sie hatte beabsichtigt, Rafaels sterbliche Freunde dazu zu bringen, den Engel gemeinsam mit ihr zu foltern. Sie hatte Dimitri ausgewählt, weil die Freundschaft zwischen dessen Familie und dem Erzengel schon Generationen zurückreichte. Dann hatte sie Dimitri gesehen. Zuerst hat sie die höfliche Ablehnung ihres Angebots gut gelaunt hingenommen. Sie dachte, ich spiele ein Spiel, weil ich umworben werden wolle. Er ließ den Kieselstein fallen, blieb jedoch in seiner Hockstellung sitzen. Es amüsierte sie und gefiel ihr, dass ich offenbar so stolz war. Tag für Tag trafen Geschenke bei mir ein. Exotische Fleischsorten, kostbare Gewürze, Wandteppiche, wie ich sie in meinem kleinen Dorf noch nie gesehen hatte. Während er sprach, war Honor näher gekommen, bis sie so dicht neben ihm stand, dass seine Schulter ihr Bein berührte. Ich habe sie alle zurückgeschickt, aber sie nahm daran keinen Anstoß. Isis hatte gedacht, er wolle mehr, weil er glaube, mehr wert zu sein. Von nun an landeten Klumpen aus purem Gold, Juwelen besetzte Schwerter, ein ganzer Berg von Schätzen, auf deren Drache stolz gewesen wäre, auf den schlichten Stufen des Hauses, von dem aus ich das Land bestellte. Dimitri, so schöne Dinge habe ich mir nie träumen lassen. Er hob den Blick und sah Schira Angst in den vertrauten, tiefbraunen Augen. Ingrid, du bist meine Frau, nicht Isis. Wut darüber, dass sie an ihm zweifelte, ließ seine Stimme schroff klingen. Ich weiß, dass du dein Ehegelöbnis nicht brechen würdest, mein Gemahl. Zitternde Hände steckten die Decke um das Baby fest. Aber ich habe Angst vor dem, was dieser Engel tun wird, um dich zu besitzen. Er hatte Ingrids Besorgnis mit einem Achselzucken abgetan, denn schließlich war er nur ein Bauer gewesen, niemand Wichtiges. Ich hatte gedacht, sie würde meiner Zurückweisungen irgendwann müde werden und weiterziehen. Er war ein Narr gewesen, auf eine Weise unschuldig, wie er es jetzt nicht mehr begreifen konnte. Aber ebenso wie Michaela. Er sprach von dem weiblichen Erzengel, den die meisten Leute heute für die schönste Frau der Welt hielten, war Isis es gewöhnt, alles zu bekommen, was sie wollte. Ihre Vampire hatten ihn geholt, als er von einer Reise zum Markt zurück nach Hause gekommen war. In seiner einen Tasche hatte er sorgsam eine Süßigkeit für Mischa verstaut, in der anderen ein hübsches Band für seine Frau. Für das Baby, dieses winzige Mädchen, hatte er ein Stück parfümiertes Holz gekauft, aus dem er eine Hassel machen wollte. Er hatte Isis Kreaturen kommen sehen, hatte Zeit gehabt, Mischa seine Süßigkeit zu geben, die Wange seiner schlafenden Tochter zu küssen und seiner schönen, starken Frau einen Abschiedskuss zu geben. Nie würde er die Worte vergessen, die sie an jenem Tag zu ihm gesagt hatte. Die Liebe, in die sie ihn gehüllt hatte, obwohl sie gewusst hatte, dass er bald im Bett einer anderen Frau liegen würde und auf furchtbare Weise die Gelöbnisse verraten würde, die er ihr an einem strahlenden Frühlingsmorgen einen Jahreskreis vor Mischas Geburt gemacht hatte. »Wirst du mir vergeben, Ingrid, das, was ich tun muss?« »Du schlägst eine Schlacht.« Ihre Hand berührte seine Wange. »Du tust es, um uns zu beschützen.« »Es gibt nichts zu vergeben.« »Ich glaube, wenn ich gleich zu Anfang Ja gesagt hätte,« sagte er jetzt und versuchte, die Wut und den Zorn, die nie vergangen waren, hinunterzuschlucken, »hätte Isis mich benutzt und dann fallen gelassen. Ich hätte nach Hause zurückkehren können. Zu der einzigen Frau, die er je geliebt hatte. Zu seinem Sohn und seiner Tochter. Aber weil ich ihr zu verstehen gegeben hatte, dass ich sie nicht wolle, spielte sie mit mir wie eine Katze mit einer Maus. Zuerst hatte sie ihn in ihr Bett geholt, auf grausame Weise erfreut darüber, dass er nicht Nein sagen konnte. »So wunderhübsche Kinder hast du, Dimitri. So jung und so zerbrechlich.« Später, nachdem sie auf ihre Kosten gekommen war, hatte sie ihn in die kalten, modrigen Eingeweide ihres Schlosses geschleppt, wo sie ihn mit systematischer Sorgfalt gewandelt hatte. Erst als die Umwandlung abgeschlossen, als sein Körper stärker geworden war und größere Verletzungen aushalten konnte, hatte man ihn nackt ausgezogen und mit gespreizten Armen und Beinen angekettet, sodass jeder Teil von ihm bloß lag. Sie fing mit einer Peitsche an, an deren Spitze Rasiermesser scharfes Metall befestigt war. »Hör auf, Dimitri!« Eine Hand griff in sein Haar. »Ich ertrage das nicht.« Er hörte, dass sie weinte und war überrascht. Onna war in diesem Höllenloch, indem man sie zwei nicht enden wollende Monate lang festgehalten hatte, beinahe zerbrochen. Doch den psychologischen Akten über sie zufolge hatte sie während der Monate im Krankenhaus nicht ein einziges Mal geweint. Nicht einmal. Die Ärzte waren sehr besorgt gewesen, hatten befürchtet, dass sie ihre Gefühle verinnerlichte und irgendwann implodieren würde. Doch als sie vor ihm auf den Steinen auf die Knie ging und sein Gesicht in ihre Hände nahm, wie er es seit fast tausend Jahren keiner Frau mehr gestattet hatte, waren ihre Augen nass von Tränen. Er hob die Hand und zeichnete den Weg einer Träne über ihre Wange nach, bis hinunter zu ihrem Kiefer, wo er den Tropfen auffing und an seine Lippen führte. Das Salz darin war seltsam, etwas Fremdartiges. Auch Dimitri hatte nicht geweint, nicht mehr seit dem Tag, an dem er seinem Sohn das Genick gebrochen hatte. »Zu meiner Zeit«, sagte er, »glaubte man an Hexen.« »Bist du eine Hexe, Onna, dass du mich dazu bringst, dir diese Dinge zu erzählen?« Dass sie ihn dazu brachte, Wunden aufzureißen, die schon so lange mit Schorf überzogen waren, dass er es meistens schaffte, sie zu vergessen. Sie hielt sein Gesicht in ihren sanften, sanften Händen, als er sie zu sich hinunterzog, bis sich ihre Stirnen berührten. »Ich bin keine Hexe, Dimitri. Wenn ich das wäre, wüsste ich, wie ich dich heilen könnte.« Merkwürdig, dass sie das sagte, da sie doch diejenige war, die verwundert war. Vielleicht hätte er über ihren Hochmut verärgert sein sollen, aber so einfach waren seine Gefühle für diese Jägerin nicht. Erzähl mir davon. Ein Befehl. Sie ließ die Hände sinken, stand auf und ging bis dicht an den Fluss heran. Das Wasser streifte ihre Stiefel, während es sich den leichten Abhang hinunter und in den Wald hineinwälzte. Auch er stand auf und stellte sich neben sie. Es dauerte eine Weile, bis sie sprechen konnte, doch das, was sie sagte, versetzte ihn in eine Zeit zurück, in der er ein Krieger gewesen war, der nur für das Schwert gelebt hatte. An Rafaels Seite hatte er kämpfen gelernt. Aus einem einfachen Mann vom Land wurde einer, der nur den dunklen Kuss des Todes kannte. Nichts anderes konnte den Zorn in ihm dämpfen. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Die einzige Gnade war, dass er in einer Zeit blutiger Schlachten zwischen Unsterblichen erschaffen worden war, sodass es seinem Schwert nie an Futter mangelte. Diese Zeit lag weit zurück, doch Dimitri hatte keine seiner tödlichen Fähigkeiten verloren. Da war ein Mann, fing Onna an, während sie über das Wasser blickte und doch nichts von dem frühlingsgrünen Wald wahrnahm, den goldenes Licht durchzog. Der Anführer. Da ihre Augen verbunden gewesen waren, war das Einzige, was sie von ihm hatte wahrnehmen können, der Geruch von Kiefern in seinem Aftershave gewesen und die Hässlichkeit seiner Gegenwart. Er verhöhnte mich, indem er mir die Möglichkeit vorgaukelte, ich könne ihn vielleicht überzeugen, mich gehen zu lassen. Sie hatte beschlossen, weiterzureden, anstatt zu verstummen, denn ihre Stimme war die einzige Waffe, die sie hatte. Als er am ersten Tag hinausging, schlug er mich so fest, dass meine Ohren dröhnten. Von dem unerwarteten Schlag war sie wie gelähmt gewesen, die Innenseite ihrer Wange blutete in ihren Mund. Dann kam er erst einmal nicht mehr, etwa einen Tag lang. Diesen Tag hatte sie nackt an den Betonboden gefesselt verbracht, angebunden an einen in den Boden eingelassenen Metallring. In rasender Entschlossenheit hatte sie den ganzen Tag lang versucht, eine ihrer Hände frei zu bekommen, hatte sogar die Entscheidung getroffen, sich das Handgelenk zu brechen, aber die Fesseln waren zu fest und zu gut konstruiert gewesen. Beim nächsten Mal entschuldigte er sich und lockerte den Druck der Ketten, nachdem er mich wieder an den Armen aufgehängt hatte. Und er brachte mir etwas zu trinken. Sie hatte es mit konzentrierter Gier hinuntergestürzt, in dem Bewusstsein, dass sie jeden Vorteil würde brauchen können, wenn sie das hier überleben sollte. Er wollte mich an den Punkt bringen, an dem ich ihm dankbar wäre dafür, dass er mich am Leben ließ. Doch Onna hatte den harten Pflichtkurs über psychologische Kriegsführung an der Akademie besucht und war auf den Fall vorbereitet worden, als Geisel genommen zu werden. Angesichts der Dauer ihrer Gefangenschaft hätte selbst das womöglich nicht ausgereicht. Aber darüber hinaus war sie in 30 verschiedenen Pflegefamilien aufgewachsen. Einige waren gut gewesen, die meisten erträglich, andere schrecklich. Aber diese Erfahrungen hatten sie eines gelehrt. Suche immer, immer unter der Oberfläche nach dem wahren Gesicht einer Person. Ich weiß nicht, wie viele Tage er diesen Kurs beibehielt. Mein Zeitgefühl habe ich ziemlich schnell verloren. Da ihr Gefängnis nur über eine innenliegende Treppe zu erreichen gewesen war, hatte sie sich beim Öffnen der Tür nicht einmal an einem plötzlichen Durchbruch von Licht orientieren können. Ich versuchte mitzuspielen, aber er kam dahinter, dass ich ihn manipulierte. Sie zwang sich dazu, Dimitri den Rest zu erzählen. Es war das erste Mal, dass sie mit jemandem über diese Tortur sprach und dass es Dimitri war, aber vielleicht würde es immer er sein. Er trank von mir an meiner Kehle. Seine Hand, er hat mich angefasst. In einer widerwärtigen Verhöhnung der Zärtlichkeit Liebender. Die Sanftheit seiner Berührung machte es nicht weniger zu einer Vergewaltigung. Danach flüsterte er mir ins Ohr, er wisse, dass er mein erstes Mal gewesen sei. Das war ebenfalls wahr. Sie hatte immer Abscheu dagegen verspürt, jemanden von sich trinken zu lassen. Es war keine bloße Abneigung gegen diesen Akt gewesen, sondern ein tiefer, Übelkeit erregender Ekel, dessen Intensität ihr unerklärlich war. Ich glaube, aus diesem Grund haben sie mich ausgesucht. Planung, sagte Dimitri mit eisiger Stimme, und die Geduld, sie auszuführen. Nimmt man dazu die Kenntnisse über die Vorlieben von Valeria, Tommy und den anderen, bedeutet das, wir suchen nach einem starken Vampir von mindestens 300 Jahren. Jedem Jüngeren wäre es schwergefallen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ja. Seine pragmatische Art machte es ihr leichter, gab ihr das Gefühl, eine Jägerin zu sein, kein Opfer. Den Eindruck hat mir seine Sprache vermittelt. Größtenteils war sie modern, aber gelegentlich benutzte er altmodische Worte oder Wendungen. Wie war er gekleidet? Onnas Innerstes zog sich zusammen, als ihr die Erinnerung das Gefühl zurückbrachte, wie ihr Angreifer sich an sie presste, wie sein erregter Körper ihr das bisschen, was sie zu essen bekommen hatte, wieder hochkommen ließ. Zwei reihige Anzüge. Sie spürte die Knöpfe noch immer in ihrer Haut schneiden. Es scheint, als würden damit einige der Älteren aus der Gleichung herausfallen. Kein Anzeichen einer Emotion. Aber ich werde sie noch nicht ausklammern. Ja. Er ist klug und könnte seinen normalen Stil geändert haben. Sie erblickte den gestreiften Schwanz eines Rundschwanzsperbers, der über ihren Köpfen auf einem Aufwind segelte und verfolgte seine Flugbahn über den Bäumen. Das Haus, in dem man mich gefunden hat, lag mitten in einer verlassenen Wohnsiedlung, etwa eine Stunde außerhalb von Stamford. Ich habe die Akte gelesen. Sie wandte ihm das Gesicht zu und wäre beim Anblick des ungezügelten Zorns, dessen schwarze Flamme in seinen dunklen Augen loderte, beinahe rückwärts gestolpert. Dimitri. Er antwortete nicht. Sein Haar bewegte sich im Wind, der durch die Bäume fuhr, und legte die brutalen Zügel eines Gesichts voll sinnlicher Schönheit frei. Sie begriff, warum es einen Engel danach verlangt hatte, ihn zu besitzen. Aber dann hatte ihm dieser Engel Schmerzen zugefügt. Diese Vorstellung entfachte einen weißglühenden Zorn in Onners Seele, so tief, dass es ihr vorkam, als wäre er schon vom Augenblick ihrer Geburt an ein Teil von ihr gewesen. Ich muss zurück nach Manhattan, sagte Dimitri schließlich und wollte sich auf den Weg zu der Lichtung machen, auf der der Hubschrauber wartete. In diesem Moment wirkte er mehr als distanziert. Ein Mann, der keine Regeln befolgte, außer seinen eigenen. Doch am Waldrand wartete er auf sie und versuchte, seine Schritte den ihren anzupassen. Sie beging nicht, den Fehler zu glauben, dass sie deshalb irgendeine Art von Anspruch auf ihn hatte. Was auch immer es war, dass sie zueinander hinzog, es war ein schwaches, beinahe zerbrechliches Gebilde. Dimitri war alles andere als das. Ein Mann, der in Strömen von Blut geformt worden war. Doch einst hatte er in einem kleinen Dorf gelebt, für seinen Lebensunterhalt selbst gesorgt, ein einfaches Leben, aber eines, für das er die Angebote eines Engels, der für seine Schönheit berühmt war, abgewiesen hatte. Die meisten Männer hätten eine solche Einladung angenommen, und wenn es nur um den Reiz des Neuen gegangen wäre. Vielleicht war er zu stolz gewesen, um das flüchtige Spielzeug eines Engels zu sein, oder vielleicht hatte sein Herz bereits einer anderen gehört. Ein Kribbeln auf ihrer Haut, ein Gefühl, dass sie unbestreitbar richtig lag. Doch sie schluckte die Frage hinunter, die ihr auf der Zunge lag, die Frage nach der Frau, deren Andenken Dimitris Stimme bei dem einen, dem einzigen Mal, dass er von ihr gesprochen hatte, einen intimen Klang verliehen hatte. Nicht nur, weil dies weder der richtige Ort noch die richtige Zeit für diese Frage war, sondern weil die Antwort, wie immer sie lauten mochte, nichts Gutes sein konnte. Nicht, wenn Dimitri jetzt alleine war. Irgendetwas Neues über das Tattoo? fragte sie stattdessen. Die drei führenden Tätowierer, die wir befragt haben, waren trotz der scheinbaren Komplexität der Ansicht, dass es sich um die Arbeit eines Amateurs handeln müsse. Verdammt! Das machte es sehr viel schwerer, den Urheber zu identifizieren. Und die Leute, die Isis noch treu sein könnten? Ihr Name scheint tot. Vergessen. Er blieb im Schatten eines Baumes stehen, an dessen beinahe zierlichen Ästen bebende Blätter hingen und wandte sich zu ihr um. Hier war's heller, wuchsen die Bäume nicht so dicht. Wer auch immer versucht, sie auferstehen zu lassen. Er hat seine Absichten geheim gehalten. Ergebenheit? Sie heftete ihre Augen auf die Seinen und erblickte darin tausend Geheimnisse, mächtig und eingehüllt in die samtenen Schatten, die Gewalt und Schmerz geschaffen hatten. Wenn er oder sie Isis so lange verehrt hat, muss er sie als seine Göttin ansehen. Zu kostbar, um sie mit den prüfenden Blicken jener zu beflecken, die sie mit zynischeren Augen betrachteten. Vielleicht. Ohne die Intimität des Blickkontakts zu durchbrechen, berührte Dimitri ihre Wange. Es war nicht mehr seltsam, nicht mehr irritierend, die raue Hitze seiner Haut auf ihrer eigenen zu spüren. Ihr Herzschlag beschleunigte sich zwar, doch nicht anders als es jeder anderen Frau bei der zarten Berührung eines Mannes ergangen wäre, der so sündig und unwiderstehlich war. Als sich ein erotischer Regen aus Bitterschokolade und flüssigem Gold über ihre Sinne ergoss, er den Kopf senkte und seine Lippen auf ihre drückte, umfing sie, aus einer instinktiven Eingebung heraus, mit beiden Händen sein Gesicht. Ein Flackern von Schwarz, von Nichts. Und dann war sie auf der anderen Seite der Lichtung. Sie sah auf das Messer in ihrer Hand hinunter, dann zu Dimitri und unterdrückte einen Schrei. Wie schlimm habe ich dich verletzt? Eine Frage, durchdrungen von Wut und Verzweiflung und dem rasenden Gefühl von Versagen. Er hielt seine Hand hoch, rot gefärbt von einem diagonalen Schnitt über die Innenfläche. Es ist nichts Ernstes. Die gleiche Verletzung hätte bei einem menschlichen Mann leicht die Nerven in der Hand durchtrennen können. Sie schob das Messer in ihren Stiefel, nachdem sie es an Blättern abgewischt hatte. Dann fuhr sie sich mit den Händen durch die offenen Haare. Ihre Brust hob und senkte sich schwer, als wäre sie zwei Kilometer gerannt. Nun, damit hätten wir die Antwort nicht wahr. Der Abstand zwischen Traum und Realität war ein klaffender Abgrund. Ein einzelner dicker Blutstropfen lief an seinen Fingern hinunter und fiel in blutroter Stille auf den Boden. Er hob eine Braue. Es sagt mir, dass ich beim nächsten Mal schneller sein muss. Ihr Lachen klang abgehackt. Bitter. Du bist schnell. Ein Vampir von seinem Alter und seiner Stärke konnte ihr das Genick brechen, bevor sie ihn kommen sah. Du hast zugelassen, dass ich dich verletze. Nein, Honor. Ich lasse mich von niemandem absichtlich verletzen. Schwarze Seide auf ihrer Haut. Aber ich habe auf deine Lippen gesehen, nicht auf deine Messerhand. Beim nächsten Mal werde ich dir zuerst die Waffe abnehmen. Die pure Arroganz in dieser Äußerung durchschnitt die bewährte Hässlichkeit von Onnas Gefühlen und entzündete eine träge Hitze in ihren Adern. Ach ja? Nun, vielleicht schneide ich dir die Hand beim nächsten Mal ab, sagte sie, obwohl der Anblick seines Blutes etwas in ihr auslöste, eine tiefsitzende Aversion hervorrief. Immerhin ist dir klar, er trat näher und strich ihr mit dem Finger über die Unterlippe. Rauch, greifbar wie die Berührung eines Liebhabers, streichelte sie an Stellen, die sie nach Luft schnappen ließen. Dass es ein nächstes Mal geben wird. Honor wusste nicht, was sie auf diese Ankündigung geantwortet hätte. Denn in diesem Augenblick wehte ein kräftiger Wind über sie hinweg, gefolgt von einem Engel mit weiß-goldenen Flügeln, der einen knappen Meter neben ihnen landete. Ihr blieb fast das Herz stehen. Die meisten Sterblichen, die dem Erzengel von New York begegneten, waren danach tot. Dann fiel der Blick aus absolut unerbittlichen blauen Augen auf sie, unerträglich schön und vollkommen erbarmungslos. Der Augenblick hing losgelöst in der Zeit, und sie wusste, dass über sie gerichtet wurde. Ihr Tod, dachte sie, würde für ihn so viel bedeuten wie der eines Insekts. Lieber Gott, wie konnte Elena dieses unmenschliche Wesen als ihren Partner bezeichnen, das Bett mit ihm teilen. Raphael? Der Erzengel richtete seine Aufmerksamkeit auf Dimitri. Seine Federn streiften einander, als er die Flügel zusammenlegte. Es hat einen zweiten Vorfall gegeben. Honor, die tief Luft geholt hatte, um den Schmerz in ihrer Brust zu lösen, hob ruckartig den Kopf, als Dimitri fragte. »Wieder an einem öffentlichen Ort?« »Nein, das Opfer wurde in einem Lagerhaus zurückgelassen. Es wird von einem Vampir betrieben, der noch zehn Jahre in seinem Vertrag vor sich hat.« »Ausgeschlossen, dass die Leiche nicht sofort dem Turm gemeldet wird.« An der Vertrautheit, in der Dimitri mit dem Erzengel sprach, war zu erkennen, dass ihre Beziehung nicht so einfach war wie die zwischen Herrn und Lehnsmann. »Sie hätten Kontakt zu mir aufnehmen können, ohne herzufliegen.« Raphael sah zu Anna hinüber. »Lass uns allein.« Nie zuvor hatte jemand in diesem Ton mit ihr gesprochen. »Vielleicht«, sagte sie, ohne zu wissen, woher sie den Mut nahm, dieses Wesen herauszufordern, bei dem sich ihr in einem primitiven Gefühl der Bedrohung entsprungen aus jenem Teil ihres Gehirns, der weder Empfindung noch Vernunft kannte, jedes noch so winzige Härchen an ihrem Körper aufrichtete. »Kann ich helfen?« Der Erzengel von New York blickte sie einen langen, eiskalten Augenblick an. »Vielleicht. Doch diese Entscheidung obliegt mich dir.« Dimitris Mundwinkel zuckten ein winziges Stück nach oben, als er ihre Mine sah. »Geh, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass du die Leiche untersuchen kannst.« Es war ärgerlich, erkennen zu müssen, dass sie wie ein übereifriges Kind behandelt wurde, aber sie war klug genug, zu wissen, dass es nichts Persönliches war. Raphael mochte sich eine Jägerin zur Gemahlin genommen haben, aber er war nicht, und würde es niemals sein, auch nur annähernd so etwas wie sterblich. Sie drehte sich auf dem Absatz um und ging zurück zum Fluss. Was Dimitri anging, um ihn, würde sie sich später kümmern.